und und weiter geht's der bär ist genau da drauf gefallen können wir den wegtragen das ist ein bisschen schwer ich wollte doch gucken was in dieser mysteriösen truhe hier noch ist bandit der ist weit gekommen mit seiner truhe der verschlossene raum ein jagdbogen naja unser bogen richtet ein bisschen mehr schaden an schauen ok da machen wir uns ein schönes süppchen draus so 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 und weiter geht's richtung ewerstadt so ein wetter und wir haben keinen regenschirm dabei ich denke hier können wir mal einen richtigen speicherpunkt anlegen kurier ich habe nach euch gesucht ich soll euch etwas liefern aber nur euch persönlich lasst mal sehen ein brief vom jahr auf dem weg nach oben das war's dann wohl ich muss los erstaunlich wie der uns immer findet nein tut mir leid nichts gut was könnte das zu bedeuten haben die rückkehr des drachenblutes und wen von uns würde eine solche ehre zuteil werden und solch eine macht endlich und wer ist das wer bist du er braucht etwas er braucht etwas später vielleicht wenn ich irgendetwas für euch tun kann dann lasst es mich einfach wissen sucht ihr arbeit dann besorgt euch eine axt und bringt mir so viel holz wie ihr nur hacken könnt müsst ihr mich wirklich ausgerechnet jetzt belästigen ja könnt ihr mir irgendetwas über hochrodgar sagen Klimek bringt ihnen alle paar Wochen Vorräte wenn das Wetter es zulässt darüber hinaus scheinen sie ein ziemlich stilles Völkchen zu sein ich weiß nicht sonderlich viel über sie ja dann was für eine langweilige Unterhaltung allerdings finde ich auch merkwürdig oder hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin es sei denn sie sind unterwegs nach hochrodgar Wilhelm an eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten da spukt es später mehr dazu aber könnt ihr mir erst mal was über hochrodgar erzählen Getränke für die Durstigen oder so Speisen für die Hungrigen genau dann kaufen wir erst einen das wollte ich sowieso machen ja 220 Hungerpunkte werden wieder hergestellt oh Bier ja was ist das das bringt nicht so viel wieder Gesundheitspunkte ein paar Honigbräumeh wir wissen wo die Brauerei ist die das herstellt die sind weit gekommen Schwarzdornmeh aus irgendeinem Grund irgendetwas sagt mir dass wir davon ein paar Flaschen kaufen sollten aber oh Surile Brüderwein ah das ist gut Salz sehr schön so jetzt aber erzähl was über hochrodgar die Graubärte sind ziemliche Eigenbrötler ich glaube nicht dass sie ihr Kloster jemals verlassen haben ab und zu kommen Pilger hier vorbei die unterwegs zum Gipfel sind aber so gut wie alle kehren unverrichteter Dinge wieder zurück ist das alles hast du nicht noch mehr Informationen aber was ist mit diesem Hügelgrab da gibt es nicht viel mehr zu sagen dort spukt es also solltet ihr euch fernhalten i hört ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen als er mich anstarrte brannte sich sein Blick durch meine Seele ehrlich ihr habt wahrscheinlich wahrscheinlich habt ihr alle hier in Himmelsrand die falschen Pilze gegessen Drachen Geister Außerirdische noch nicht aber das kommt bestimmt auch noch ja suchen denn die Geister auch die Stadt heim zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben ich glaube sie bewachen es ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten ich werde wahrscheinlich eines mieten gleich ja Nachforschung könnte ich aber auch anstellen hilft das wenn ihr glaubt ihr könntet etwas ausrichten dann nur zu na klar das Hügelgrab wurde das schon mal erkundet vor ein, zwei Jahren ist hier ein Kerl namens Vindelius durchgereist er sagte er sei so eine Art Schatzjäger ich habe ihn davor gewarnt da rein zu gehen so wie ich euch warnte in der darauf folgenden Nacht hörten wir Schreie aus dem Hügelgrab und das war es wir haben ihn nie wieder gesehen ihr kamt nicht auf die Idee mal nachzusehen ob er vielleicht noch drin ist vielleicht ist er gestürzt und braucht Hilfe ja genau wo kann ich denn was über Magie lernen Magiekundige interessieren mich nicht mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen die sind hoch im Norden in Winterfeste und das ist auch gut so mir gefällt es auch gar nicht dass unser Jarl einen Hofzauberer hat ah gut zu wissen dann war es das erstmal wenn ihr zum Kloster hochsteigt dann passt auf wo ihr hintretet es ist ein langer Weg nach unten abgemacht entschuldigt meine Dame möchtet ihr dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele Lindy ja natürlich wenn euch der Sinn nach etwas Musik steht dann lasst es mich wissen könnt ihr mir aber vorher noch was über Hochrodka erzählen ich wollte schon immer einmal die 7000 Stufen zum Kloster hochsteigen ich würde alles geben um dieser öden Stadt zu entkommen ich beneide euch Neuigkeiten sprechen sich sehr schnell rum hier ok was spielt ihr ich spiele die Laute wenn ihr ein Lied hören wollt würde euch das nur 5 Goldstücke kosten na klar allerdings ist das nicht ein bisschen wenig ich würde das Doppelte und mehr bezahlen um euch spielen zu hören oh danke ihr seid sehr freundlich hättet ihr immer noch Interesse? aber natürlich klingt vernünftig vielen Dank meine Dame wow die kann das dazu ein Bierchen Gesang auch? ah die Laute ok ihr habt keine Zimmer hier ich müsste mal schlafen noch ein Lied wie ihr wünscht meine Dame wie schön endlich langweilige Unterhaltung ja nein es tut mir leid was für eine langweilige Unterhaltung wie nett ja sehr schön ein Zimmer bekommen wir wohl vorerst hier nicht wo ist Klimek? ihr braucht etwas? die haben einen Jarl hier das sieht mir nicht nach einem Jarl-Haus aus Sternschnuppenhof oh wie schön hier ist doch irgendetwas los naja wenn ich mir das vorstelle ohne Regen dann ist das hier doch bestimmt ganz schön erzählt mir was über Hochrodgar es ist furchterregend unter ihrem Kloster zu leben manchmal könnte ich schwören seltsame Geräusche von dort oben zu hören es klingt wie Donner aber ohne Regen was haltet ihr davon? naja vielleicht machen sie Experimente mit Feuerwerkskörpern oder sowas natürlich geht alle anderen machen das auch was ist naja es geht so könnt ihr mir irgendetwas Interessantes erzählen? könnt ihr mir denn irgendetwas Interessantes über Hochrodgar erzählen? die Graubärte sind ein merkwürdiger Haufen ich habe gehört dass sie ihr ganzes Leben lang kein einziges Wort reden könnt ihr euch das vorstellen? ich glaube die schreien nur ich wünschte ich könnte mit euch gehen um zu glauben wir würden die Graubärte mit unseren eigenen Nahrungsvorräten versorgen was haben sie je für uns getan? es muss ja so aufregend sein von Ort zu Ort zu reisen habt ihr ein Glück? naja es geht so macht schon Spaß wenn ihr euch je zur Ruhe setzen und Kinder haben wollt denkt gut darüber nach bevor ihr es tut warum war das nicht gut? meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn also verzeiht mir wenn ich ein bisschen angespannt bin oh meine Hand meine Hand war dazwischen erzähl was über Hochrodgar man nennt den Weg zum Kloster die 7000 Stufen könnt ihr euch das vorstellen? ich bin mir nicht sicher ob ich es bis ganz nach oben schaffen könnte ohne vor Erschöpfung zusammenzubrechen ja genau wir schaffen das wahrscheinlich auch nicht na danke ja aber wir können Karussell fahren hier schneller schneller hat sie Flausen? das sage ich nicht Moment ja ist doch schon euer Huhn ist tot nein das hat nur geschlafen das ist das Jarlhaus hier das sieht mir nach dem Hügelgrab aus dahinter und du siehst mir aus wie nein tut mir leid nichts der Kurier eine krasse Iverstädter Wache dann ist es wahr ein Drache hat Weißlauf angegriffen wie sollen denn einfache Krieger ein solches Monster besiegen? waren wir dabei? ach so ja dieser Turm da lasst eure Hände in euren eigenen Taschen diebische Schlange hey wie unhöflich oh nein hoppla ich dachte das wäre das Jarls Haus und wir dürften hier rein Klimmik ist doch hier nicht der Jarl ach die haben doch in so ein zwei Häuser Dörfchen ist das überhaupt ein Dorf? da haben sie doch kein Jarl tut mir leid nichts habt ihr diese Kriege aus Hammerfell gesehen? sie haben gebogene Schwerter gebogene Schwerter verrückt oder? total verrückt absolut von der Rolle sind die Klingeling oh das ist tiefer als ich dachte Klimmik nee Narfi ich kann euch nicht sehen Raider ich kann euch nicht finden warum versteckt ihr euch? verstecken 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 mach mich nicht traurig alles in Ordnung? Raider war da und dann weg ist Pflanzen sammeln gegangen und kam nicht mehr zurück nicht mehr zurück nein alle haben gesucht und niemand konnte sie finden Wilhelm hat gesagt dass sie wiederkommen wird hat gesagt Narfi keine Sorge Raider wird zurückkommen Frage Wilhelm nach Raider was ist denn los mit euch? von Vater habe ich mich verabschiedet von Mutter habe ich mich verabschiedet Raider geht und Narfi kann sich nicht verabschieden das macht Narfi sehr sehr traurig Narfi muss ich von Raider verabschieden können hier Gold für euch oh vielen Dank mögen die göttlichen euer gütiges Herz segnen Nanu der kann ja auf einmal ganz normal reden der Berg wird euch auffrischen passt auf den Berg auf abgemacht naja ok ein Steinbruch schaffen wir es darüber ah ja heute nicht ich bin für den Aufstieg nach Hochrott gar nicht bereit der Weg ist nicht sicher erwarten die Graubärte nicht gerade Lieferungen? ich weiß es ehrlich gesagt nicht sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen eines Tages vielleicht ich wünschte ich könnte öfter liefern aber auf der Straße wird es zu gefährlich diese Bären machen Fräulein Pember so wütend ich hoffe ihr könnt etwas dagegen tun hallo was kann ich an diesem wunderschönen Tag für euch tun überall können wir helfen ihr wirkt ziemlich glücklich mein Vater hat mich vor vielen Jahren etwas Wichtiges gelehrt er sagte Gwilin vor euch liegt die ganze Welt geht und seht euch um werdet das was ihr werden wollt also habe ich seinen Rat angenommen und hier bin ich ihr mögt mein Leben armselig finden aber ich bin zufrieden und kommt es nicht allein darauf an? ich habe nichts gesagt was könnt ihr mir über Hochrott gar erzählen? ich fand es immer schon seltsam dass eine Schicht dichter Wolken den Gipfel des Berges über dem Kloster bedeckt ich weiß nicht was dort oben ist aber ich wette die Graubärte schon naja die kommen ja von da ich meine die wohnen da ich meine die können gucken was da ist einen schönen Tag wünsche ich oh wie freundlich ah nein jetzt ist Klimek weg sag mal du brauchst Holz ja ja aber was ist mit dem Bären es gibt bestimmt keinen ungeeigneteren Ort in Himmelsrand um eine Mühle zu betreiben wie soll ich etwas schaffen wenn diese Bären hier rumlaufen? das weiß ich auch nicht was ist mit Hochrott gar? die Graubärte lassen mich in Ruhe und ich lasse sie in Ruhe das kommt mir ganz gelegen voll nett was verärgert euch jetzt so? mein Geschäft geht den Bach runter mein Lehrling hört nicht auf mich und jetzt kommen auch noch Drachen hätte ich nicht alles Gold in meine Mühle gesteckt wäre ich schon längst aus Iwastat verschwunden habt ihr etwa ein Bärenproblem? macht ihr Witze? diese verdammten Biester treiben mich in den Ruin wisst ihr was? wenn ihr mir zehn ihrer Pelze aus Himmelsrand bringt bezahle ich euch für das Ausdünnen der Population ja klar zwei haben wir schon müsste Lydia im Inventar haben so die Bären wie konnten die Bären euch aus dem Geschäft vertreiben? habt ihr mal gesehen was Bären mit Bäumen machen? sie springen auf ihre Hinterbeine und zerkratzen sie um ihr Territorium zu markieren ich muss schon ganz Himmelsrand nach unberührten Bäumen in der richtigen Größe absuchen das kostet zu viel Zeit und Geld ich verstehe jetzt verpasst diesen dummen Bären eine Abreibung wird gemacht bessere Waffen und Skills wären jetzt angesagt so langsam hochrotkar hochrotkar ganz genau was könnt ihr mir darüber erzählen? ich war schon oft im Kloster hab mir aber die Graubärte noch nie angesehen ich möchte es auch gar nicht als Meister des Turm können sie jemanden mit einem einzigen Wort töten nicht dass sie das vor hätten sie scheinen friedfertig aber ich würde sie nicht provozieren ihr bringt Lieferungen nach oben was für Lieferungen sind das denn? hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch also Sachen die lange haltbar sind die Graubärte kommen nicht oft raus wenn ihr versteht was ich meine und als Gegenleistung? es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns es wäre einfach nicht richtig für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen das Problem ist dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern ah ja ich könnte das für euch erledigen wirklich das wäre nett von euch nehmt diesen Beutel mit Vorräten wenn ihr oben angekommen seid seht ihr die Spendentruhe in die ihr den Beutel einfach hineinlegt das war es schon ist der schwer? worauf sollte ich aufpassen wann ich darauf klettere? es gibt manchmal Wolfsrudel oder streuende Tiere aber mit mir hatte ich noch nichts zu tun nicht so mit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte achtet darauf nicht auszurutschen bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein glatt wahrscheinlich ja ok seid vorsichtig dort oben Vorsicht, 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 Vorsicht Wilhelm Willkommen im Gasthaus Wilhelmür wenn ich irgendetwas für euch tun kann dann lasst es mich einfach wissen ich bin's nur ich war schon hier aber hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin es sei denn sie sind unterwegs nach Hochrodka was ist das für eine Geschichte mit Narfi der ist harmlos er befindet sich in diesem Zustand seit seine Schwesterei da vor über einem Jahr verschwunden ist er lebt zurückgezogen im verfallenen Bauernhof seiner Familie auf der anderen Flussseite das ist ja kein richtiger Bauernhof oder da fehlt das Dach und so ihr habt Narfi gesagt dass sie zurückkommt das habe ich nur gesagt damit der Arme sich besser fühlt ich bin mir ziemlich sicher dass sie tot ist Raida hat immer Zutaten gesammelt auf der kleinen Flussinsel östlich von hier eines Tages ist sie dann einfach verschwunden ich habe nach ihr gesucht aber sie ist nie wieder aufgetaucht na gut dem gehen wir jetzt aber nach Raiders Überreste sollen wir finden na gut haltet im Hügelgrab die Augen offen sonst erwischen sie euch wir sollen also auch noch ins Hügelgrab ich denke auf eine Insel so was für eine Aufgabe haben wir gerade offen der Weg der Stimme ich glaube da müssen wir vorerst irgendetwas anders machen Tiere in Himmelsrand gibt Distel eine Möhre zu fressen das haben wir getan der Segen der Natur ach ja bringen Esselfluch zurück das können wir dann machen wenn wir mal wieder in der Nähe sind von Weißlauf glaube ich genau besuche die Fischerei von Riften oh ja ne noch sind wir nicht in Riften später vielleicht Jagdherausforderung immer noch Tiere ja schicke fünf Wölfe nach Sovangarde ob wir da auch jemals hinkommen Machtverhältnis ich habe mit Risad dem fahrenden Händler über seine Probleme auf Reisen gesprochen er hat mir eine Notiz mit weiteren Einzelheiten gegeben Lise Risads Notiz aha ja das hört sich einfach an sowas können wir bestimmt Kampf der Champions das machen wir erstmal nicht der Weg der Stimme wo sind denn die Aufgaben jetzt die neuen untersuchte Ritualstätte das ist das auch nicht vermisster Händler ach das wollten wir ja auch machen schon seit Ewigkeiten war uns zu weit weg ich glaube jetzt sind wir ganz in der Nähe davon Knochen für eine Krähe erfinde Krähen Zahnslager gut dann besiege die Banditen im Versteck des verlorenen Messers ah gut 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 hier ist es Rejas Überreste und danach gehen wir da rauf oder ins Hügelgrab wahrscheinlich erst das eine dann das andere also Hügelgrab und ich glaube nach oben das ist schon eher so die Hauptgeschichte Bärenpelze ja genau hier haben wir noch das Feuerschleier den Feuerschleierhügel wenn das so heißt na schön trotzdem sind wir müde und wir dürfen nicht hier schlafen hier habt ihr überall Betten ich miete eins zwei für Lydia auch eins wahrscheinlich wollt ihr gar keine Umsätze machen hier ach hier sind doch zwei Betten ja ja ich hab nur geguckt keiner der und der das vermietet da müssen wir jetzt wirklich 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 na erstmal nach den Überresten suchen ok auf einer Insel habe ich gehört ist das ach diese Insel dort ja dann geht ihr doch ein saufen die haben damit glaube ich das ist doch vollkommen legitim fuchs da ist was schönes leuchtendes ob das auch summt oder irgendeine irgendeinen ton von sich gibt kalt nirnwurz gut gaiamonshalle haben wir entdeckt oh Lydia sieh nur eine Höhle was da wohl drin ist mhm oh ich schau mal auf die Karte ausnahmsweise ach da sind ihre Überreste ein bisschen weit weg abgespült abgetrieben meine ich hoffentlich gibt es hier keine Haifische oder Piranhas ach was so weit ist es schon wie lange ist die denn weg ich komme nicht dran jetzt habe ich es die hat ordentlich was gesammelt aber wo ist der beweis dass sie das ist alles nehmen ach die Halskette wieder ins kalte wasser unsere Lucrezia ist ein Nord die schafft das ach so du machst hier irgendwas ich vermisse Reida sie war so nett so nach wie ist traurig dass sie nicht mehr bei Reida sein flippt er aus wenn ich ihm die Halskette gebe soll ich lieber sagen dass sie bald wieder zu Hause ist nee dann wartet er ewig das ist nicht gut naja ich habe ihre Halskette gefunden Reida habt ihr Reida gesehen habt ihr ihr gesagt dass Nafi weint habt ihr ihr gesagt dass Nafi sich nicht verabschieden konnte wie von Mutter und Vater naja gesehen haben wir sie schon oder vielmehr was davon übrig ist oh ja das ist jetzt die große Frage wie entscheiden wir uns ach da muss der durch der kann ja auch so schön auf den Stein hauen hier also tut mir leid Nafi ist tot oh nein 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 Nafi konnte sich nicht verabschieden jetzt ist Nafi ganz allein zumindest hat Nafi Reidas erinnert Nafi an seine Schwester danke dass er sie Nafi gegeben hat aber gerne doch Nafi ist jetzt traurig wartet immer noch auf Reiten kein Schlaf nein 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 alles gut Nafi ist jetzt traurig traurige geschichten hier geh nicht ins Wasser Nafi wo ist dieses Grab dieses Geister Grab ist das hier oben Ja gut das werden ein zwei Räume sein das wird ja nicht besonders groß sein da gehen wir ganz kurz jetzt rein bevor wir nach oben klettern Feuerschuhe Hey du kannst reden endlich redest du mit mir Ja eine alte Ruine trifft es ganz so neu ist die nicht mehr komm wir gehen hier jetzt rein kurz aufwärmen geht's noch weiter runter nein aha wer hätte das gedacht Trauger der scheint gleich aufzuwachen hey der Bogen schießt schießt schief genau der ist schon tot ach ehrlich so ja 70 sie trägt ja sie trägt ihre Ausrüstung wieder richtig na schön dann geben sie mir sofort mach mir keine Angst ein Moment ich brauche die Pfeile zurück das achte die sind nett die machen nichts endlich nette Geister ich sehe schon wo das hinführen soll ja aha vor den zeitaltern der menschheit illusion verbessert auf 16 ja super die zeitstrahl serie band 1 vor den zeitaltern der menschheit von aikanta von shimere bevor menschen kamen und über tamriel herrschten und bevor die chroniken der geschichtsschreiber die angelegenheiten der regenten von tamriel verzeichneten sind die ereignisse unserer welt nur durch mythen und legenden sowie durch die vom himmel inspirierten lehren der neuen göttlichen bekannt zur vereinfachung teilen die historiker die längst vergangenen zeiten der vorzeit grob in zwei perioden ab die ära der dämmerung und die meretische ära die ära der dämmerung die ära der dämmerung ist der zeitraum vor beginn der zeitrechnung der sterblichen in der die taten der götter stattfanden die ära der dämmerung endet mit dem exodus der götter und der magie aus der welt bei der errichtung des diamant turms der begriff meretisch stammt aus der sprache der nord und bedeutet wörtlich zeitalter der elfen die meretische ära ist die urgeschichtliche zeit nach dem exodus der götter und der magie aus der welt bei der errichtung des diamant turms und vor der ankunft von is gram dem nord in tamriel im folgenden werden die wichtigsten ereignisse der ära der dämmerung ungefähr in der reihenfolge präsentiert wie wir als geschöpfe der zeit sie verstehen der kosmos der kosmos wurde aus dem aubies chaos der gesamtheit oder gesamtheit von anu und padomai geschaffen akatosch auriel entstand und die zeit begann die götter et ada entstanden lorkan überredete die götter oder brachte sie mit list dazu die sterbliche ebene nieren zu erschaffen die sterbliche ebene war zu dieser zeit äußerst magisch und gefährlich als die götter dort wandelten gerieten die physischen zusammensetzung der sterblichen ebene und sogar die zeitlose kontinuität der existenz selbst ins wanken als magie magnus der architekt der pläne für die sterbliche welt beschloss das projekt zu beenden kamen die götter im diamant turm den dir den dir entt turm der ältesten bekannten struktur in tamriel zusammen und berieten was zu tun sei die meisten verließen die ebene gleichzeitig mit magie andere opferten sich und nahmen andere formen an damit sie bleiben konnten die il no fai lorkan wurde von den göttern zum exil in den sterblichen gefielten verurteilt und sein herz wurde herausgerissen und vom turm geworfen wo es landete bildete sich ein vulkan als magie im mythischen sinne verschwunden war stabilisierte sich der kosmos die nun endlich lineare geschichte der elfen begann im jahr äh metrische ära 2500 die meretische ära frühe nordgelehrte beschrieben die meretische ära als eine serie von in umgekehrter reihenfolge nummerierten jahren ausgehend vom beginn ihrer zeitrechnung der gründung der kamoran dynastie die das jahr null der ersten ära einläutete die vorgeschichtlichen ereignisse der meretischen ära sind hier mit ihren traditionellen meretischen daten der nord aufgeführt das früheste von könig haralds gelehrten erwähnte meretische jahr ist das meretische die meretische ära 2500 dies wird von den nords als das erste jahr der zeit betrachtet die remetische ära als solche erstreckt sich von der meretischen ära 2500 in grauer vorzeit bis zur meretischen ära 1 dem jahr vor der gründung der kamoran dynastie und der etablierung des weißgold turms als unabhängigen stadtstaat könig haraldsbaden zufolge wurde im jahr der meretischen ära 2500 der diamant turm auf der insel balfiera in hochfels errichtet das älteste bekannteste bauwerk in tamriel dies entspricht ungefähr den frühesten geschichtszahlen die in verschiedenen unveröffentlichten elfen chroniken auftauchen in der frühen meretischen ära lebten die eingeborenen tiervölker von tamriel die vorfahren der kajid argonier orks und anderer tiermenschen in schriftlosen gemeinschaften in ganz tamriel im mittleren meretischen zeitalter verließen die altmeri flüchtlinge sterbliche von elfen geblüht ihren dem untergang geweihten und inzwischen verschollenen kontinent altmeeres auch alt el no fai genannt und ließen sich im südwesten tamriels nieder die ersten kolonien waren in großen abständen auf inseln entlang der ganzen küste tamriels verteilt spätere siedlungen auf dem festland wurden vor allem im fruchtbaren tiefland des südwestlichen und zentralen tamriel gegründet wo immer die tiermenschen den elfen begegneten drängten die hochentwickelten des schreibens kundigen technisch versierten altmeerikulturen die tiervölker in die urwälder sümpfe berge und ödländer zurück der diamant turm wurde von den die renni einem bekannten mächtigen altmeeriklan wiederentdeckt und eingenommen der kristallturm wurde auf der insel soma set gebaut später dann auch der weißgold turm in sirodil in der mittleren meretischen ära kartografi kartografisierten die altmeeriforscher die küsten von fardenfell und erbauten die hochelfenzaubertürme der ersten ära bei alt redaian nia ball fell bei tel arun und tel mara in morrowind zur selben zeit florierten siedlungen der eileiten also wildelfen in den urwäldern um den weißgold turm in heutigen sirodil wildelfen auch als hochelfen des herzlandes bekannt bewahrten die magie aus der ära der dämmerung und die sprache der el no fai die langen kommunikationswege vom herzland plus eigentlich ein tributland des hochkönigs von ali nor war zur regierung des inselreichs sumaset isolierten sirodil praktisch von den hochkönigen in kristallturm das ende der mittleren meretischen ära ist die zeit der veloti hochkultur die chima die chima vorfahren der heutigen dunmeer auch dunkel elfen genannt waren dynamische ehrgeizige langlebige elfen clans und anhänger der fundamentalistischen ahnen verehrung die chima clans folgten dem propheten velot aus der heimat ihrer elfen vorfahren im südwesten um sich in dem land anzuschließen das man heute morrowind nennt die chima verachteten die säkulare kultur und die profanen praktiken der duema und begehrten daher auch das land und die ressourcen der duema jahrhundertelang provozierten sie diese immer wieder mit kleinen überfällen und grenz disputen die weema zwerge freidenkende zurückgezogen lebende elfen clans die sich für die geheimnisse der wissenschaft des ingenieurwesens und der alchemie interessierten gründeten unterirdische städte und gemeinden in der bergkette die das heutige himmelsrand von morrowind trennt und später velotig gebirge genannt wurde in der späten heretischen ära folgte der jähe niedergang der veloti kultur manche veloti ließen sich in dörfern nahe den verlassenen und zerfallenden alten veloti türmen nieder in dieser periode verschwand die veloti hochkultur von der insel fahrdenfell aus der selben zeit stammen die ersten kolonien der dwema auf freiem grundbesitz die veloti degenerierten und entwickelten sich zurück zu stammeskulturen aus denen im lauf der zeit die heutigen großen häuser von morrowind wurden oder sie lebten als barbarische aschländer weiter und die einzigen verbliebenen spuren dieser stammeskultur sind vereinzelte veloti türme und aschländer nomaden auf der insel fahrdenfell die ursprünglichen hochelfen zaubertürme des ersten zeitalters wurden auch ungefähr zur selben zeit aufgegeben in dieser späten meretischen ära wanderten schriftlose menschen die sogenannten nädischen völker vom kontinent atmora ein in alt meeres auch atmora oder der ältere wald genannt und besüdelten das nördliche tamriel isgramor held der nordkultur und anführer einer großen siedler flotte nach tamriel soll auf elfischen prinzipien fußend eine runische übertragung der nordsprache entwickelt haben daher wird isgramor als der erste menschliche historiker angesehen isgramors flotte landete am sarik kopf der nordspitze des zerbrochenen kaps vom himmelsrand dort erbauten die nord die legendäre stadt saartal in der nacht der tränen trieben die elfen die menschen davon aber bald schon kehrte isgramor mit seinen 500 gefährten zurück außerdem wanderte in der späten meretischen ära der legendäre unsterbliche held krieger hexen meister und könig durch tamriel den man unter anderem als pelinal weiß planke harald haarehose ismir oder hans den fuchs kannte er versammelte armeen eroberte länder regierte seine königreiche und verließ sie wieder um weiter zu wandern wo sind die anderen bücher ich muss erst die ganzen bücher sammeln und dann ja im let's play liebe ich es auch diese geschichten zu erfahren wie geht's weiter okay ich verstehe wir haben hebel wir haben fallen und wir haben die fünftaste wir haben noch keine telekinese gelernt aber wir können das machen ja 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 genau immer vorsichtig ich weiß alles gut nicht drunter stellen was geht hier ab oh was sollen wir denn hier machen ich habe keinen hinweis bekommen auf das was hier vor sich geht oh war's das da hat sich eine tür geöffnet glaube ich aha schade eine kette vorsicht hey holla ist das nur eine kleine besenkammer hier nein 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 unser lieblings didrich den reparieren wir nachher okay lydia tritt bitte nicht auf diese platte da unten ich weiß nicht was passiert ach wir treten schon drauf aha oh auch du hast ja gar nicht zugeguckt tritt da unten nicht drauf ja du spießt uns sonst auf vorsicht lydia vorsicht guckst du hey genau lebst du ich piek dich mal ganz kurz alles gut zurück mit dem pfeil bitte ach jetzt haben wir irgendetwas genommen was ich gar nicht haben wollte na gut na gut weg damit was auch immer das war irgendwas wir haben sowieso körbe und so ein quatsch glaube ich dabei hier so ein bügeleisen eimer wieder aus versehen irgendwo eingesammelt so eine karaffe ich habe auf den wert jetzt nicht geachtet manchmal sind ja einige sachen so teller oder so mehr wert wenn man sich das gewicht mal im verhältnis zu anderen sachen anguckt mehr wert als andere sachen laternen gehören nicht dazu gut wir können aber immer noch ein bisschen was abwerfen denke ich irgendeinen quatsch haben wir da gerade eingesammelt ach hier so ein helm brauchen wir nicht ich hoffe der war nicht verzaubert die angel tragen wir immer noch mit uns herum okay das ding hier kann auch weg ach Nesselfluch ja gut fürs erste sollte das reichen bleibst du da stehen oder läufst du jetzt mal hin und her aha nur das befragt das beantwortet so ungefähr meine frage truhe ja was ist das hier eine falle oh passt schöne pfeile eine schöne rüstung aber schwere rüstung wollen wir nicht gut ein bügeleisen möchtest du das bügeleisen mitnehmen vorsicht nichts passiert okay habe ich die tür schon geöffnet oh so viele türen prima und wir lüften mal durch oh nein noch ein dietrich verloren moment oh das ist gut gut gesichert hier wir werden so ungeduldig das ist alles gut was meinst du damit wolltest du das machen vielleicht okay ein geist nö ne die hat überhaupt keine angst ich frage mich ob das gesund ist was sie da so macht okay ich mach mit du hast ja recht schnapp ihn dir ich hab die kerze getroffen oh nein es bleibt sogar was übrig vendilus so vendilus war der gar nicht wie man vielleicht denken mag wenn man den namen hört lecker essenz des phantoms das nehmen wir alles natürlich mit was wir können und die urne ist leer warum sind all die urnen die wir hier finden leer was ist das vendilus tagebuch das tagebuch von vendilus gatarian 18 morgenstern vierte ära 200 ich habe mein lager im innern des hügelgrabs aufgeschlagen das muss der ort sein allen meinen nachforschungen zufolge muss sich die grabkammer hier befinden jetzt brauche ich nur ein wenig zeit um ungestört nach der klaue suchen zu können sie muss hier irgendwo verborgen sein 25 morgenstern vierte ära 200 das war eine knappe sache heute mit diesem schwachkopf wilhelm er stand kurz davor das hügelgrab zu betreten doch ich konnte ihn verscheuchen indem ich mit ein paar tonscherben in einem beutel klapperte ach diese leute sind viel zu abergläubisch ja das bringt mich auf eine idee 28 morgenstern vierte ära 200 nach einigen fehlschlägen ist es mir gelungen eine mixtur zu erstellen die funktionieren sollte der schimmer ist perfekt ich sollte genauso aussehen wie einer der geister von denen die bewohner von iwa stadt glauben dass sie in diesem hügelgrab spuken ich werde es morgen ausprobieren 29 morgenstern vierte ära 200 herr volk es hat besser geklappt als ich mir hätte träumen lassen ich musste lediglich nachts vor dem eingang zum hügelgrab herumwandeln und mit den armen fuchteln ich hätte beinahe lautlos gelacht als sie weggerannt sind das sollte sie fernhalten während ich meine suche nach der klaue fortsetze elfte herzfeuer vierte ära 200 es ist fast ein halbes jahr vergangen und noch immer gibt es keine spur von dieser klaue oder irgendwelche hinweise ihren verbleib es ist zum verrückt werden sie muss hier sein ich kann nicht riskieren hilfe anzuhören also muss ich alleine weitermachen 20. sonnenuntergang vierte ära 200 sie sie ist nicht hier sie kann nicht hier sein das darf nicht sein es sind bestimmt die leute von ever stadt sie sie müssen mich durchschaut haben und spielen nur mit mir sie wollen die grabkammer selbst finden und die reichtümer für sich behalten 18. abendstern vierte ära 200 wieso quälen sie mich wieso vernichten sie mich nicht einfach ich bin ja ich bin wer bin ich mein verstand mein verstand umwölkt sich ich kann mich an nichts mehr erinnern ich muss mein tagebuch lesen um mir mein ziel ins gedächtnis zurückzurufen bin ich ein teil dieses grabes ist es meine bestimmung es zu zu beschützen was geschieht was geschieht nur mit mir erste ära 1050 sie werden mir meinen schatz nicht nehmen sie werden für ihre verbrechen teuer bezahlen all jene die diese mauern betreten werden meinen zorn zu spüren bekommen meine macht ich 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 bin der hüte dieses feuerschleier hügels wer mir widersetzt wird sterben der ist ein bisschen durchgedreht glaube ich zum schluss war das nicht so gut also er hat nur so getan als wäre ein dummer geist da liegt er jetzt und wir haben den trank sollen wir die leute weiter erschrecken wir gehen in die kneipe nehmen den trank und leuchten wie ein geist mal gucken was dann passiert ach aber der ist doch der hat das nicht gefunden oder ach der hat das Ziel aus den Augen verloren kein Wunder Eisenpanzer Handschuhe des Schlägers haben wir denke ich schon lecker Schuhe Eisenstiefel na gut dann wird er hier wohl alles gründlich durchsucht haben ob der dann durch diese fallen hier gekommen ist und diese Tür hier öffnen konnte das weiß ich nicht aber wahrscheinlich hat er das selber hier gesichert ich vermute es fast jetzt wird spannend ich nehme mal lieber den leisen Bogen aha speichern ach die Klaue wir haben die Klaue nicht das sind die gleichen Symbole wie im Ödlandsturz im Ödsturz Hügelgrab so heißt das da brauchen wir jetzt die schwarze Klaue denkste du brauchst die Saphir Drachen Klaue ja und wenn der Typ die schon nicht gefunden hat wer weiß wo die ist aber hier oben das sind doch Feuerfallen oder so etwas vielleicht ist sie einfach hier irgendwo in der Ecke ich werde jetzt nicht anfangen danach zu suchen das ist ja eigentlich nicht unsere Aufgabe ich meine wir haben ein bisschen was abgeschlossen und ich glaube ob wir die hier jemals finden wenn er die schon nach ein paar Jahren nicht gefunden hat also wenigstens ein Jahr ist er hier gewesen ja da haben wir geguckt wahrscheinlich ist die wirklich ganz woanders Pfeil Gold wobei wir sind ja nach unten gegangen also sind wir jetzt unten wir haben hunger vielen dank so ja du sagst auch die finde ich niemals also hier finden wir die nicht ja ich hätte auch gedacht hier ist ja auch so großartig gar nichts mehr zu durchsuchen die klaue wird woanders sein hoffentlich finden wir hierher wieder zurück vielleicht hat der wilhelm sie tatsächlich gefunden schon ja niemals hier im Grab nicht das Grab ist doch tatsächlich nicht so groß was ist dir langweilig findest du meine Zaubertricks nicht gut moment guck dir das an ich habe die Macht über das Licht das musst du erstmal nachmachen na das war ja einfach einfach nur ein Buch zu öffnen und dann das Licht zu erschaffen aber an alle Einzelheiten kann man sich ja wirklich nicht erinnern so aber du schreibst bingo okay spoiler alarm aber nein ich hier kann man ja also ich habe ja schon so oft also so richtig spoilern ist ja eigentlich dann auch nicht geht ja nicht ist hier dann nichts anderes schönes für uns versteckt da 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 warum fragst du das immer wenn du gar nicht mit mir reden willst ach so ja ich verstehe dann weitermachen her mit deiner klaue ich meine ich habe ein tagebuch für dich das hier das habe ich im feuerschleier hügel gefunden ach weißt du ich habe mich verklickt die unterwegs zum gipfel sind lasst mich mal sehen ja das ist doch nicht zu fassen unglaublich oder dieser windelius hat sich das ganze also nur ausgedacht verrückt nicht zu fassen dass wir so dumm waren nun es ist das mindeste euch dafür zu entschädigen dass ihr euch um ihn gekümmert habt wenn ihr keinen lohn wollt so betrachtet es als geschenk wir haben die klaue vielleicht bekommen wir ein neues wort darf ich denn ah hier können wir das zimmer mieten ja endlich für heute gehört das zimmer euch was für eine spannende geschichte hier durchgehend überall ich möchte gerne das da drüben haben lydia und ich wir schlafen in einem bett ach ne ok lasst mich wissen wenn ihr sonst noch etwas braucht und getrennte betten naja ok wir können die ja zusammenrücken und 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 ja wir schlafen uns mal richtig aus ist ja egal wir gehen ja sowieso wieder runter und da unten ist es egal ob es Tag oder Nacht ist oh nicht dass wir verhungern jetzt während des Schlafs verhungert man doch nicht ach vielleicht schläft man vorher ein bevor man verhungert gut ausgeruht sind wir scheinbar lydia konntest du auch etwas Schlaf finden ein bisschen was zu futtern lecker essen der Schlachter Fisch naja sowas süßes am morgen ich bin gerne auch mal für deftige Sachen für so einen Fisch ja irgendwo habe ich doch gelesen dass wir als oh wir müssen noch mehr essen als Magier dass wir da viel Fisch essen sollten aber irgendwie sehe ich überhaupt nicht dass das Mana herstellt oder irgendwas wir sind satt na schön kommst du mit genau oh hoppla mögen die Götter über eure Kämpfe wachen das ist nett das wollte ich hören ich wollte mich verabschieden erstmal ganz kurz ach Bastianus Axios du bist so langweilig das Gespräch ist so langweilig lass mich endlich hier durch es tut mir leid ich hab nichts ich irgendwie hat er das gespürt ich weiß nicht ob ich den mag oder lasst mich raten jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut mit dem Bauch voller Miet wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute aha lasst eure Hände in euren eigenen Taschen diebische Schlange wow das ist so hey wer bist denn du die war nett das ist so schlimm hier dass alle sind so fies und gemein dass die paar Leute die einfach nur neutral sind gar nicht mal nett dass dass man da gleich sagt auch das sind ja unsere dicksten Freunde weil alle anderen so gehässig sind ich mag dich Feuerschleier wir haben die Klaue jetzt haben wir drei Klauen und Lydia dann haben wir sogar fünf Klauen also unsere zwei die Saphir Klauen und hoffentlich finden wir den Weg ohne dass Lydia uns in die Falle laufen lässt da war die Kette zum Ziehen da war die Kette zum Ziehen das heißt ja das heißt ja nicht dass es diesmal funktioniert wir brauchen die Motte die Eule und was auch immer was ist denn das da unten Motte Eule und das ist total einfach und irgendwas anderes noch wir gucken mal was zur Auswahl steht ich kann da jetzt nicht so viel erkennen erkennt ihr irgendwas das ist nicht nochmal eine Eule oder Motte das ist so ein bisschen verwaschen schon wir gucken mal die ersten beiden können wir einstellen Motte Eule das ist keine Motte was hätten wir noch den Wolf nochmal prüfen gleich ob das der Wolf ist gibt es ja nur noch den Wolf ja es wird der Wolf sein denke ich mal gucken ob das dem ähnlich sieht das könnte alles mögliche sein doch 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 das ist der Wolf hier in der Mitte sieht man so die Halskrause da den Übergang ach der Bär ist das kein Wolf okay gekauft wir speichern vorsichtshalber ein Moment ich habe den Chat wieder nach oben gescrollt aus Versehen ich habe den Chat wieder nach oben gescrollt aus Versehen ja gut du hast recht ISO Jahr 70 im Tagebuch stand ja dass es auf der Hand liegt oder was da drin stand ja eigentlich war da die Lösung des Rätsels aber ich meine ich habe mich da sehr schwer getan bis ich die Zeichen auf der Klaue erst mal gesehen habe wir haben gar kein Ziel genau ein Seelenstein das geht hier gleich total ab nein ein Licht schon mal da geschlossene Särge nicht gut ich habe Indiana Jones gesehen ich weiß was passiert wenn wir das Buch da von der Platte nehmen ich kann es mir denken zuerst uff ich hätte nicht gerechnet dass ich jetzt hier unten lande irgendwie aha was war das ach guck mal einer nur schnapp ihn dir Lydia na ok mehr als einer nur zum Glück kommen sie nicht alle auf einmal oh nein sowas hat er drauf hier ich vermute mal dass es das jetzt war oh was war denn hier los ach du oh Hebel aktivieren ja aber erstmal gucken wir ob die Gold dabei hatten hier Septime uralte Septime so 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 Vielen Dank. Schön. Hier scheint ja nichts versteckt zu sein und so weiter. Und das mit dem Buch war also nicht Indiana Jones. Das ist ein ganz normales Zauberbuch Eichenhaut. Da passiert nichts. Ja, dann auf die Tür. Und durch hier. Ob wir tauchen hier? Gucken wir mal, was oben ist. Skelette? Lydia nicht da drauf treten? Oh, Lydia, du... Ich war das. Alles gut. Nichts passiert. Oh, gut. Gut. Das war ein Spaß. Warum ist das hier noch zu? Oh, die haben aber krasse Sachen hier gemacht, so. Krasse Geheimverstecke. Ich denke mal, an dieser Stelle könnte es gewesen, könnte es das gewesen sein. Das sind keine Brücken oder so. Boah. 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 Gruselig. Ich habe es gewusst. Der ist ruhelos. Der ist ruhelos. Vorsicht. Oh, der hat nicht mal irgendwas Schönes für uns dabei. Oder war das der Falsche gerade? Nein. Ja, schön. Dann eben nichts. Ich kann mir das selber gar nicht. Glauben. Wie habe ich das denn früher gemacht? Ich habe alles mitgenommen. Ja, ich bin total langsam dann hier durch die Höhlen gelaufen. Aber das weiß ich noch. Aber ich kann es gar nicht glauben. So viel. Da ist man ja nach zwei Metern schon überladen. Dann ist man ja nur noch am Schleichen hier. Na ja, ein schönes Pölückenbier dabei. Dann fällt das gar nicht auf. Na ja. Sonst gibt es hier nichts zu entdecken. Nicht wirklich. Da drüben kam wir. Oh, wieder ein Ruhelos. Hey, was war das denn? Oh Mann. Schnell weg. Oh, hoppla. Lydia, halte durch. Ich bin schon unterwegs. Unterwegs meine ich. Rettung naht. Boah. Hält der so viel aus? Es ist noch nicht vorbei. Genau. Du schaffst es. Du hast es geschafft. Wir könnten ein Licht gebrauchen, habe ich gehört. Die waren etwas stärker jetzt. Ein beschädigtes Buch. Das möchte ich nicht. Okay. Schön hingelegt hier. Pirat. Aktivieren möchte ich den Stolperdraht ja nicht unbedingt. Ach so. Schaffen wir das? Ach so, Lydia. Moment. Ich mache dir das aus. Ich weiße nicht. Ich mache dir das. Ja, ich muss zugeben, das macht auch Spaß, so mit dem Schwert hier durchzurennen, obwohl wir gar kein starkes Schwert im Moment haben, aber die richtig starken Gegner sind das ja jetzt auch noch nicht, glaube ich. Achso. Lydia, alles in Ordnung? Oh, Vorsicht, irgendwo... genau das. Und dann das. Oha. Lydia, lock sie in die Falle. Nicht da drauf treten. Okay. Oh, Schlüssel zum Feuerschleierhügel. Schleierhügel. Wow, was die alles gebaut haben hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir versuchen das Wasser irgendwie auszuschalten. Oh, oder noch mehr Wasser einschalten. Nur Schlangen. Oh nein. Nein, ich wollte gar nicht. Nein. Okay, kalt, 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 kalt. Ach, Mann. Das ist viel zu kalt mit deiner kalten Hand. Wo ist er? Ja. Doch irgendwie glaube ich haben wir auch so eine Art Rätsel mit diesem... Ah, okay, hier. Die kann man nicht bewegen, also brauchen wir den Wal. Vielleicht öffnet sich da noch eine Tür. Und dort. Und dort. Ah ja. Oh. Wal-Adler. Ja und weiter gucken wir erstmal dann gleich. Schlange und dann gucken wir gleich erstmal. Ach so. Und noch ein Wal. Ist das so einfach? Jo. Wieder so eine gemeine Trickfalle hier. Nicht da drauf treten. Gut. Gut. Gut gemacht. Das hat sich angehört. Habe ich gerade ein Balsamierungswerkzeug genommen? Das wiegt doch nur. Das ist doch gar nichts wert. Och. Ein Goldbarren. Eine Druckplatte vielleicht da drunter. Ich trau dem Braten hier nicht. Gleich sind wir gebraten. Nur weil wir das Gold wollen. Oh. 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 denn so ist nicht die. Oh. 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 storm. Ich verstehe eines nicht ganz, warum bei uns so viele Urnen, warum die leer sind bei uns. Ich dachte, in jeder siebten Urne ist eine Überraschung für uns dabei. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Irgendwie nicht. Da! Da! Nicht bei mir! Da! Da! Brauchen wir nur Skelette. Da! 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 Dann ist sie weg. Und euch um wenn ich es muss. Na klar, hier gehen wir nicht mit Pfeile und Bogen dran. Den müssen wir natürlich so versuchen zu schaffen. Nein! Zu spät. Irgendwas war noch hinter uns oder wir kamen zu schlecht weg. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Keine Sorge mir nach. Oder du bleibst einfach in Sicherheit da hinten und ich kümmere mich... Derweil... Oh Mann, richten die Schaden an? Was ist das denn? Oder wir sind krank oder irgendwas? Nein! Also das war auch keine gute Idee. Dann doch lieber vorsichtig... Lydia reinlotsen und Bogen raus. Das war die erste Welle, denke ich. Vielleicht speichern wir mal so gefährlich. Scheint das jetzt tatsächlich nicht zu sein. Oh doch, der kann was aushalten. Schnell ist er außerdem auch noch. Hat er gerade gelacht? Das war ein bisschen ansteckend. Hinter dir, hinter dir! Oh gut. Oh, interessant. Das war dann ja wohl nichts. Das war dann ja wohl nichts. Vorsicht hinter dir! Hey! Vorsicht! Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Oh, der kann das auch. Ich wusste es. Ein Fürst. Lydia, die Kampfmaschine. Ich kann mir denken, dass wir jetzt ganz, ganz viel zu durchsuchen haben hier. Machst du mit? Ich mach' auch Licht. Pfeile und Gold. Ich geh' links, du rechts. Na, ich mach das schon. Und Knochenmehl oder so. Wertgegenstände. Tränke auch. Tränke auch. Und wahrscheinlich werden wir nicht alles finden. Okay. Saal. Aha. Not Zweihänder der Kälte. ganz schön was wert, das Ding, aber wir können ja nicht alles mitnehmen. So, ich habe das Ding, aber ich habe das Ding, Wow, die ganzen Sachen, die wir liegen lassen müssen. Vielen Dank. Das ist zu einfach, zu verlockend. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, hier. Wow, 100 Gold. Ob hier noch irgendetwas Grauenvolles passieren kann mit uns? Na ja, wir könnten ins Wasser fallen, aber... Wort der Macht gelernt. Und Kine, Kine ist Frieden. Ach so. Oh, die Kiste war da vorne, denke ich. Ja. Nein, nicht darunter. Ja. 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 Damit sind wir wieder am Anfang. Wow, ja, wie die das geschafft haben, so große Gebäude zu bauen und dann noch die ganzen Fallen rein und so, das hat bestimmt nicht nur einer gemacht. Puh, wir sind raus. Was haben wir gelernt? Oh, wir haben uns die braunen Fäule geholt. Was ist das denn Neues? Leichte und schwere Rüstung verhindern 25% weniger Schaden. Schlafen ist 25% weniger erholsam. Wird zu fortgeschrittener Braunfäule. Braunfäule. Kynes Frieden. Tiere in deiner Nähe werden dich weder angreifen noch vor dir fliehen. Mehr Worte verlängern die Reichweite und Dauer. Aber irgendwie können wir das gar nicht machen. Müssen wir da die Seele drauf geben? Aktivieren. Ja, wahrscheinlich. Och, Tiere gibt es so viele. Ich glaube, wir müssen das nicht haben, dass die nicht fliehen und so. Ist bestimmt gut, weil wir im Moment auch viele Jägeraufgaben haben. Aber, ah, das kriegen wir schon ohnehin. Ich glaube, da gibt es bessere Schreie. Auf zu den Graubärten, sage ich mal. Wir gucken erst mal in unser Questbuch. Oh, hoppla. Wieder hochgescrollt. Jetzt sind wir einmal hier. Ja, so ein Fläschchen habe ich sogar dabei. Eh so Jahre 70. Irgendwas gegen Krankheiten habe ich, glaube ich, immer im Gepäck. Du meinst es besser, dass ich da so einen Trank nehme? Vielleicht reicht es ja auch, an einem Schrein zu beten. Ah, da ist es. Ja. Aber, ob die hier einen Schrein haben? Ihr seht nicht sonderlich gut aus. Ist alles in Ordnung? Willkommen im Gasthaus Wilemür. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Ein Schrein reicht auch, sagst du, wenn es einer ist, der Krankheiten entfernt. Och, wir können den Trank auch nehmen. Oh, hoppla. Hier ist kein Schrein. Vielleicht haben wir ja schon zwei Tränke davon. Nein, einen haben wir. Heilt alle Krankheiten. Hat geklappt. So, auf nach oben. Mal sehen, was uns da so schönes erwartet. Zehn Bären. Was gibt's denn? Was es gibt? Es gibt Wasser, Luft, den Mond, die Sterne. Angeblich. Es ist noch nicht hundertprozentig wissenschaftlich bewiesen, glaube ich. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Emblem 1. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Schön. Oh, jetzt wird's richtig kalt und wir haben kein Jäckchen dabei. Oha. Ja, ja, die Ziege häuten. Damit wir unsere Jäger-Skills ein bisschen skillen. Reality Check 2010. Hallo. Schön, dass du reinschaust. Einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag wünsche ich dir. Reality Check auf Twitch. Wie geht es dir? Oh nein, jetzt habe ich die Stufen nicht gezählt. Naja, wenn wir runtergehen. Funktioniert nicht. Hier sind ja ganz viele kaputt. Oh, das wird aber richtig kalt. Ob wir das überhaupt schaffen? Seid auf der Wut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Boah. Dem ist es auch nicht kalt. Halt. Warte. Hey du. Ihr braucht etwas? Habt ihr die Graubärte Dovakin rufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Was macht ihr denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Besucht ihr auch die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Achso, ja, vielleicht sollten wir das auch machen. Bis zum nächsten Mal. Aber wenn wir nicht mit denen sprechen, ja, bis zum nächsten Mal. Was machen wir denn dann da? Ach, ist das gar nichts hier? Reality Jack. Ja, vielen Dank. Schön zu hören, dass es dir eigentlich ganz gut geht. Und mir, 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 mir geht's auch gut. Danke. Wölfe. Oh, das dauert ja zwei Stunden, den auszunehmen. Das sollten wir vielleicht doch dann lieber machen. In Gebieten, in denen es etwas wärmer ist. Oder wir hätten uns lecker Tee machen sollen. Oder auf dem Rückweg nehmen wir die aus. Auf der anderen Seite, wenn wir oben sind, dann können wir uns doch erst einmal aufwärmen. Genau. Na, hoffentlich übersehen wir keine von diesen Schreinen. Ciao. Ja. Nein, wir haben schon eine übersehen. Die zweite. Nochmal zurück wieder. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Na, wo ist denn dieser Schein? Schein ist es nicht hier irgendwo? Ja. Emblem 2, also die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Ja. 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 Dann ist das hier 3. Ja. Und das nächste sollte vier sein dann. Oh, das ist noch ein Weg da hoch. Was ist das? Dann nur sein Palau. Was ist das? Oh, ich habe wieder hochgescrollt den Chat. Ein Moment. Was bedeutet das Skyrim AE im Titel? Nein, das ist die neue Version, die jetzt vor ein paar Tagen oder Wochen, vor ein paar Wochen, ja Monaten, am 11.11. müsste die rausgekommen sein. Überarbeitet mit 500 neuen Inhalten. Oder über 500 neue Inhalte. Die 10-Jahres-Jubiläumsversion sozusagen von Skyrim ist das. Reality-Check. Ja, vier. Ja. Ja, es ist die Frage, ob das... Das sind eigentlich Mods aus dem Creation Kit. Jetzt gibt es hier einen Überlebensmodus. Es gibt... Angeln kann man jetzt... Angeln kann man jetzt und einige... Ich glaube, Haustiere sind dazu gekommen. Hatten wir gerade irgendwie was. Was noch? Gibt es auch neue Fraktionen? Vielleicht ein paar Banditen oder sowas? Neue Gegner vielleicht? Oh! Unser erster Troll. Das muss ja ausgerechnet auch noch ein Eistroll sein. Wow, der hält aber was aus. Halt! Und der teilt auch ganz schön aus. Nö, müssen wir jetzt alles nochmal machen? Ich habe mich hier recht sicher gefühlt. Aber sowas von nochmal, nochmal machen. Was gibt's denn? Ach! Was gibt's denn? Hallo? Ihr missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Aber natürlich! Sehen wir das Positive darin? Wir dürfen unserer Lucrezia noch einmal beim Hochklettern zusehen. Na, ich bin nicht knatschig. Nein, nein. Ich habe F5 nicht gedrückt, also. Habe ich das selbst zu verantworten, irgendwo? Was macht ihr denn da? Kein Problem. So, Jahr 70, du sagst, oh, du hast vergessen zu sagen, abzuspeichern, weil da oben noch etwas kommt? Kein Problem. Irgendwie geht es uns jetzt sogar besser als vorhin, habe ich den Eindruck. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass... Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass wir früher sprinten konnten hier. Ging vielleicht auf die Ausdauer? Guten Tag. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Die Graubärte haben die Doverkin gerufen letztens. Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Ich mich auch. Und was machst du denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Richtig. Und die Graubärte, besucht ihr die auch? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Ja. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Na schön. Wir gehen dann mal weiter. Ja. Ja. So, Nummer zwei schon. Sprint geht immer noch, sagst du. Ja, aber wie mache ich denn das? Ich... Oh, nein. Nein. Lydia, mach das schon. Na ja, okay. Genau, ja. Hier hoch sprinten, das stimmt schon. Das ist so eine Sache, wenn man immer stehen bleibt. Ja, Shift halten. Und beim Shift halten passiert bei mir das. Genau das Gegenteil. So, jetzt läuft sie ja, ein bisschen joggt so, ganz lässig. Und jetzt? Ja, das ist auch schon mal passiert, aber... So macht sie das, wenn ich Shift halte. Und... Ja, so ein bisschen in Deckung gehen können wir auch noch. Oha, mit unserer Gesundheit, ob wir das überhaupt nach oben noch schaffen. Ah, vielleicht haben wir diese Fäulnis wieder. Nein. Kälte, frierend. Oh, das scheint uns aber schlechter zu gehen diesmal als beim letzten Mal. Ach, da oben ist er. Hm, vielleicht ist hier irgendwas komisch umgestellt. Die Umschalttaste ist auch nicht festgestellt. Ach, vielleicht geht's damit? Hm, nicht wirklich, nein. Ah, ja, das kann natürlich sein, dass die SKSE die Steuerung dann irgendwie durcheinander gebracht hat. Wow, was ist denn jetzt los? Vorhin sind wir besser durchgekommen. Ah, ja. Oh. Hä? Wie? Oh, da kenne ich mich nicht so gut aus. A reality check. Ich meine gehört zu haben, dass bei der gekauften dann doch noch irgendwie was anderes mit dabei ist. Alt! Die alterste ist das. Okay, danke, danke. Wieso habe ich das nicht gemerkt vorher? Eso, ja, 70. Ja, super. Die Alt-Taste, das finde ich gut. Heilzauber, ja genau, reality check. Das hatten wir auch. Nummer drei. 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 also ich sag das noch mal so wie du gesagt hast so 70 ein paar inhalte sind kostenlos für die normale se mit dem patch reingekommen die version also die die muss man nicht kaufen nur wenn man alle vom creation club bereitgestellten inhalte haben möchte und dann wenn man das haben möchte dann kostet das 20 euro als upgrade dlc zur se haben wir was übersehen laufen wir hier falsch ich glaube vier törchen vier dürfen wir schon öffnen die zeit ist vorbei genau emblem 4 kühne wandte sich an apart uanax der mitleid mit den menschen hat gemeinsam brachten sie den menschen bei die stimme einzusetzen daraufhin wütete der drachen krieg drache gegen zunge auch hält der was aus Feuer 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 Das war ja wohl wieder nichts. Ja, der Überlebensmodus ist mit dabei. Ja, ich denke, ich finde bei den Inhalten sind jetzt 20 Euro auch nicht ganz so teuer. Ja, du sagst es gerade, ESO Jahr 70, dass das jetzt als Skyrim-Fan nicht, da zahlt man das, damit man die Sammlung auch komplett hat. Wir versuchen mal was anderes mit diesem Troll. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die so stark sind. Und... Und... Ich kann mich gar nicht mehr auf dem Troll. Feuer mögen sie nicht. Sind ja Eistrolle. Wow. Jagdfähigkeit wurde sogar erhöht. Genau, Reality-Check. Vorher speichern, wenn man kann. Aber es ist so kalt. Und wir haben immer noch keinen Schlafsack. Oder Zelt oder Rucksack. Von Rucksäcke gibt es jetzt. Im Plan 5. Die Menschen siegten. Sie schrien Alduin aus der Welt. Und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war. Obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten. War das 5 jetzt? Ja, meine ich. Nein, nein, nicht warten. Schnell weiter. So. Ob die mit 7.000 Stufen hier überhaupt hingekommen sind. Es geht ja nicht nur bergauf. Es geht ja auch immer wieder mal ein Stück bergab. Eisgeister. Mit brüllenden Zungen erobern die Kinder des Himmels. Sie gründen das Erste Reich mit Schwert und Stimme. Und die Drachen zogen sich aus dieser Welt zurück. War das 6? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Es ist 6, ja. Ja, wie ist das eigentlich mit dieser SKSE? Sollen wir das mal versuchen nachher noch? Oder es geht ja auch so? Am Ende geht gar nichts mehr dann. Ach, hier ist schon 7. Boah, gefährlich, dass das überhaupt noch steht. Wo ist der Fernseher? Hier. Am Blan 7. Die Zungen am Roten Berg verschwanden gedemütigt. Jürgen Winterufer begann seine 7-jährige Meditation, um zu verstehen, wie die starken Stimmen versagen konnten. Ja, das war nur seine Säule. Nichts. Nichts zum Lesen dabei. Oh. War es das schon? Gibt es nur 7 von diesen Fernsehern hier? Ach so. Emblem. Emblems. Emblem 9. Oh nein. Wo ist denn 8? 8 hatten wir gar nicht. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen. Tiber Septim. Damals noch ein Jüngling wurde nach Hochrodka gerufen. Sie segneten ihn und nannten ihn Dovakin. Da müssen wir aber nochmal zurück. Die 8 haben wir nicht. Gut versteckt. Die 8. Müsste ja hier sein. Ja, genau. Amblem. Amblem 8. Jürgen Windrufer entschied sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Jürgen der Stille erbaute sein Heim auf dem Hals der Welt. Ich hoffe, die Reihenfolge ist nicht wichtig. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt er automatisch. Also ist das hier 9? Und hier ist 10. Am Blau, 10, die Stimme bedeutet Verehrung. Erfolge dem inneren Weg, sprich nur in wahrer Not. Irgendwas ist passiert, tatsächlich, die Stimme, irgendeine Stimme wurde hinzugefügt. Nein, wir hören wieder Stimmen. Die Tür ist leer. Und ich hoffe, wir haben jetzt Klimeks-Paket mitgenommen. Klimeks-Vorräte, ja. Kehre zu Klimek zurück. Ja, dann... Irgendwas anderes wollten wir hier oben noch. Die Graubärte. Ja, sprechen wir doch mit denen. Ich fürchte, du musst hier warten, Lydia. Werden wir sehen. Vielleicht können sie ja doch kurz mit rein. Der Bogen sieht extravagant aus. Nee, speziell ist er nicht. Das ist ein traugerer Bogen jetzt. Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ich folge eurem Ruf. Moment. Ihr nennt mich Drachenblut. Was bedeutet das? Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Ich soll schreien. Unerbitterliche Macht. Keine Angst. Euer Schrei wird uns nicht verletzen. Okay, ihr habt das so gewollt. Unerbitterliche Macht. Sollten wir noch ausgewählt haben als Schrei. Fuß! Drachen, ihr seid es. Willkommen in Hochwodka. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Wer seid ihr? Was ist das für ein Ort? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochwodka am Hang des Heiligen Berges von Künaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr meint, ich bin nicht das einzige Drachenblut? Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verliehen. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Na, folge ich eurem Ruf, Meister Anruhe? Muss das sein, dass wir so etwas sagen? Was passiert, wenn wir das sagen? Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochwodka begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren und damit euer Schicksal zu erfüllen. Was ist denn mein Schicksal? Das müsst ihr selbst herausfinden. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Na gut, ich bin bereit zu lernen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuom, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einart wird euch nun Roh lehren. Das zweite Wort von unerwittlicher Macht. Roh bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tuom stärker zu bündeln. Roh. Oh. Wus? Ist da irgendwo was abgebrochen? Ach so. Oh. Ist das meins? Ja. Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Roh teilhaben lassen. Aber was soll ich tun? Demonstrieren? Einfach. Und euren Schrei der unerbittliche Macht um die Ziele zu treffen sobald sie erscheinen. Ach so. Oh. Oh nein. Ich hab nur eins. Ich glaube, dann muss ich die erst freischalten und ich weiß noch gar nicht, ob wir so viele Drachenseelen haben. Oh. Wir haben Fußkraft und Roh. Fuß, Roh da. Da haben wir nicht. Eine Drachenseele haben wir noch. Ach so. Die Taste gedrückt halten. Ja, danke. Okay. Fuß, Roh. Gut gemacht. Wieder einmal. Ich bin gespannt. Ihr lernt schnell. Wie gewohnt. Ich bin gespannt. 素, Roh. Na schön, ich wollte es vorhin schon machen. Einen ordentlichen Speicherpunkt mal anlegen. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei ernt. Meister Bori wird euch Wuhlt beibringen. Das bedeutet, wir will nicht... Oh cool. Wuhlt. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun rümpeln könnt. Geht zu Meister Bori. Er wird sein Wissen über Wuhlt mit euch teilen. Ihr seid voll krass. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meint. Wuhlt. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwind springen, Wuhlt. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori, wächst. Meister Bori wird das tun. Durchquert es mit eurem Wirbelwind sprint, bevor es sich wieder schließt. Geht zu Meister Bori, wie schnell ihr einen neuen Tun erlernt habt. Boah, ja, das finde ich auch. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Die Götter haben euch diese Gabe nicht grundlos verliehen. Es liegt an euch, herauszufinden, wie ihr sie am besten nutzt. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu. Dann werdet ihr wiederkehren. Ja, so viele Fragen haben wir noch. Ja, erstmal, warum kehren die Drachen überhaupt wieder zurück? Hat das etwa was mit mir zu tun? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Ihr könnt mir doch sicher noch mehr erzählen. Es gibt in der Tat vieles, was wir euch an Wissen voraus haben. Das bedeutet aber nicht, dass ihr bereit seid, es zu verstehen. Lasst euch durch eure mühelose Beherrschung der Stimme nicht zu der Arroganz der Macht verleiten, die schon so manches Drachenblut vor euch zu Fall brachte. Was bedeutet es denn, ein Drachenblut zu sein? Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewählte uns die Göttin Künaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Lydia schläft gleich ein. Ist nichts für sie hier oben. Die Luft ist vielleicht ein bisschen dünn. Es gibt nur vier von euch. Fünf. Unser Anführer Patornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Wann, 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 wann kann ich denn Patornax, euren Anführer, treffen? Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Ach so. Erzählt mir was über die Graubärte. Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrott gar mit uns zu lernen. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. Okay, wir haben darüber gelesen, aber vielleicht gibt es hier noch mehr Informationen. Wer war Jürgen Windrufer? Er war im Großen Krieg ein Anführer der Alpen Nord, ein Meister der Stimme. Oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Stablichen. Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch, und der Weg der Stimme war geboren. Gibt es noch mehr über die Graubärte? Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrott gar mit uns zu lernen. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zu beherrschen, eurer Stimme führen zu dürfen. Warum sagen die anderen nichts? Ihre Stimmen sind zu mächtig. Niemand, der nicht im Weg geschult ist, kann ihnen widerstehen. Sogar ein Flüstern könnte euch töten. Oh. Dann habe ich noch eine Frage. Was ist der Weg der Stimme? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Künaret, den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme, der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Künarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren. Aber ich bin noch kein Anhänger eurer Philosophie. Warum wollt ihr mir helfen, die Stimme zu erlernen? Das Drachenblut ist eine Ausnahme aller Regeln. Das Drachenblut selbst ist ein Geschenk der Götter. Wie könnten wir ein Geschenk annehmen und das andere ablehnen? Als Drachenblut habt ihr die Fähigkeit des Schreis direkt von Akatosh erhalten. Daher wollen wir euch den richtigen Gebrauch eurer Gabe lehren, die die Grenzen überschreitet, die andere Sterbliche binden. Nochmal, was ist der Weg der Stimme? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Künaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme, der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Künarets Reich, und die Anwendung der Stimme studieren. Aha, ja, ich glaube, ich bin dann jetzt... Hä? Noch verwirrter als vorher, danke. Möge der Wind euch leiden. Krass. Ja, wer sich das alles erdacht hat hier... Wahnsinn. Dankeschön. Sehr nah, ich glaube, das ist... Vielen Dank. Oh, schau. Oh, schau. Ja, ich bin dritt. Ja, ich glaube, es ist... Wie ist dann normal, das ist... Ich hab jetzt... Ach, Moment mal. War da nicht noch ein Gespräch? Treffen wir nicht noch irgendjemanden? Das Horn von Jürgen Windrufer. Aber nachdem ich bewiesen habe, dass ich in der Lage bin, das Wort der Macht und das Schreien zu erlernen, hat der Graubart, Arngeier, mich auf eine allerletzte Prüfung geschickt. Ich soll das Horn von Jürgen Windrufer aus dessen Grab in Usten Graf beschaffen, einem Grabhügel in den Sümpfen von Chialmarsch. Och Gott. Echt jetzt? Na schön. Wir wärmen uns ein wenig auf hier. Wir machen noch eine kleine Pause. Noch einmal Getränke ranholen. Ja. Und nach der Pause geht es dann weiter. Bis gleich. Vielen Dank. 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 Ach so, und bis zum Horn sollen wir mal gucken, wo das ist oder ersparen wir uns das lieber, aber wenn wir wissen, wo das ist, dann können wir vielleicht hier oder dort ein bisschen abkürzen. Wir gucken also mal. Wow, bei Mortal. Ja, prima. Die Markierung muss ja nicht unbedingt da sein. Ach, Entfernung. Du weißt, wo das ist. ESO Jahr 70. Ja, und wir können ja jetzt sprinten, endlich. Oh nein, eine gemeine Quest ist das auch noch. Die haben aber eine herrliche Aussicht von da oben. Aber ganz schön viele Berge sind hier. Okay. 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 Springen, die wir haben und wenig Skills, gar keine Skills, also so gut wie keine Skills. Wir haben keinen Skill-Punkt gesetzt bis jetzt, dass wir so schwach dann so weit gekommen sind. Springen ist immer noch keine gute Idee, keine Option im Moment. Okay. 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 Wir sind ganz schön schnell. Zu schnell für Lydia. Ja. Ja. Eso Jahr 70, du schreibst die Graubärte Quest wird damit fortgesetzt und gleichzeitig wird auch noch eine neue Quest-Reihe freigeschaltet. Okay. 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 Moment. Okay. Und den Wolf haben wir gar nicht ausgenommen hier. dabei brauchen wir doch das Fell und zehn Bären sollen wir erledigen. ganz schön groß alles hier. Ah, es wird wärmer hoffentlich. So, wir können schon mal andere Pfeile wieder auswählen. Inventar. Hm, ich denke ja, die Nordpfeile, die müssen auch so langsam mal weg. Wir waren in noch keiner Dwemer Ruine bis jetzt. Hunger. Das dauert aber alles immer noch ganz schön lange mit dem Ausnehmen. Ähm, vielleicht können wir da mal gucken, ob wir irgendwie ein paar Punkte verteilen können. Damit das Ausnehmen der Tiere ein bisschen schneller geht. Aber erstmal müssen wir essen, trinken, schlafen. Trinken gar nicht, oder? Diese verdammten Bären machen mich verrückt. Wir sind dran. Wir sind dran. Wir kümmern uns darum. Ihr da. Hier wär der Drachenblut genannt. Ach, das ist total übertrieben. Was ist denn mit euren Gesichtern passiert? Habt ihr zu viel Alien geguckt? Hm, ja, ich weiß nicht, worum es geht. Die Graubärte scheinen das zu denken. Dann ist es zu spät. Die Lüge hat bereits in den Herzen der Leute Wurzeln geschlagen. Also werden wir ihnen den Irrtum ihrer Herzen aufzeigen, indem wir euch eures ausreißen, Betrüger. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Ich brauche aber mein Herz doch noch. Halt! Die spinnen doch. Wir dürfen ganz oben nochmal anfangen, wenn jetzt was passiert. Lydia. Lydia schafft das schon. So schnell? Die Kultisten sind doch total krass. Ja. Nein. Oh, sie hat sie ratzfatz erledigt. Viel wert ist ja diese Alien-Maske hier auch nicht. Oh, Magiker regeneriert sich schneller. Kultisten-Befehle. Okay, das Gold nehmen wir. Finde heraus, wer die Kultisten ausgesandt hat. Lies die Befehle der Kultisten. Ach, als Andenken, so eine Kultisten-Kleidung. Sollen wir die mitnehmen? Das können wir doch gar nicht mehr tragen alles. Ah, wir holen uns das später. Ich glaube, die bleiben hier sowieso liegen. Die macht keiner weg. Die waren zu zweit. Ja. Wie kann ich euch helfen? Ach was. Ach so. Ja. Ja. Okay. Der will nicht so richtig. Willkommen im Gasthaus Wilemür. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Ganz schön was los. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Entschuldigt, meine Dame, möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Oh, ja gerne. Wenn euch der Sinn nach etwas Musik steht, dann lasst es mich wissen. Ich möchte noch ein Lied hören. Wie ihr wünscht, meine Dame. Ich brauche ein Zimmer. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Ach, die Wachen waren ja auch noch da. Genau. ESO Jahr 70. Und Reality Check, wie ESO Jahr 70 hier schon erklärt. Die roten Balken innerhalb der großen Balken sind die Werte Minderung beim Überlebensmodus, wenn einem Schlaf fehlt oder man Hunger hat und so weiter. Gutes Essen hat er jetzt aber auch nicht mehr hier. Der Apfel bringt 18 Hungerpunkte zurück. Na gut, dann haben wir ja selber noch ein bisschen was. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Ach ja. Ohne Tür. Ach egal. Mitzusehen. Lass mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Na schön. Vorerst müssen wir was essen. Ja, Sonnen, ja. Apfelkuchen. Oh, das ist doch gut hier. Ein Wildbret-Kotelett. Ah, wir sind aber immer noch hungrig. Dann zwei. Jetzt sind wir satt. Schwupp. Und jetzt können wir schlafen. Zehn Stunden, acht Stunden sollten reichen. Ich denke, dann sind wir aber auch gut ausgeruht, gut genährt und aufgewärmt. Uh, und wir sind aufgestiegen irgendwann zwischendurch. Na, wir geben mal was auf die Gesundheit. Das war's erstmal. Gut ausgeruht und so. Lydia, weiter geht's. Stehst du im... Ja, du stehst in der Tür. Gehst du nicht aus dem Weg? Ein bisschen? Ja, doch. Doch nicht. Lässt du mich nicht durch? Wollen wir nicht gehen und gucken, was für ein Horn das ist, das wir da holen sollen? Interessiert dich nicht. Wie hat er das gemacht? Kann ich auch durch die Wand gehen? Lydia. Danke. Diese Bären machen Fräulein Pember so wütend. Ich hoffe, ihr könnt etwas dagegen tun. Ah, vielleicht sollten wir das sogar zuerst machen, bevor ihr noch irgendetwas passiert. Ja, genau. Reality Check. Ah, was für ein schöner Tag. Riecht nur die Luft. Ist das nicht herrlich? Ja. Wer weiß, was das ist. Keine Müdigkeit vortäuschen. Auf geht's. Zum nächsten Abenteuer. Kurier. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern. Aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ja gut, vielen Dank. Ja gut, vielen Dank. Und was hast du gemacht? Bekommen wir die Pfeile gar nicht zurück hier? Na, dann holen wir den später. Also die Sachen von dem, die holen wir später und verkaufen oder sammeln, die sammeln wahrscheinlich eher. Achso, nein. Ich wollte was anderes. Wir sollten noch irgendetwas lesen. Ja, die Kultistenbriefe. Ach, wow. Haben wir viel hier? Ein Brief von Jarl Sidgai aus Falkenring. Sprich mit dem Jarl von Falkenring. Lucrezia Leiflow. Erlaub mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Sid Geyer. Und ich habe die Ehre, Jarl der stolzen und ehrwürdigen Stadt Falkenring zu sein. Man hat mir aus ganz Himmelsrand von euren Großtaten berichtet. Wenn ihr euch für das Amt des Tane von Falkenring interessieren könntet, sprecht bei eurem nächsten Besuch in Falkenring doch bitte mit mir. Neben der Ehre, die dieser Titel mit sich bringt, hat ein Tane außerdem Anrecht auf einen eigenen Huskal. Und ganz unter uns, sollten sich eure Dienste für mich als nützlich erweisen, könnte es durchaus sein, dass eine hervorragende Parzelle in Falkenring für euch frei wird. Und nur für euch. Ich freue mich schon darauf, euch persönlich kennenzulernen. Ich verbleibe Jarl Sid Geyer vom Falkenring. Dann haben wir noch etwas zu lesen. Was ist das? Brief von Shogars Grabatul. Da passiert nichts. Haben wir das schon an alle fähigen Krieger. Eine Gruppe von Banditen hat das Beil der Herrschaft gestohlen, dem das Königreich meiner Familie größten Wert beimisst. Und ist dann feige nach Himmelsrand geflohen. Wir glauben, dass es sich um die letzten Mitglieder der Grünköppenbanditen handelt, die der Königin schon seit ihrer Geburt ein Dorn im Auge sind. Wir haben erfahren, dass sie sich im Versteck des verlorenen Messers verkrochen haben. Und als der erfahrenste Ritter der Königin wurde ich entsandt, um das Beil zurückzuholen. Doch falls ich nicht überlebe, bitte ich euch diese Banditen in ihrem Namen zur Strecke zu bringen. Die Königin wird das Beil gern jenem vermachen, der ihren ärgsten Feind zu bezwingen vermag. Shogars Grabatul. Ja, und wie ich mir schon dachte, das kennen wir schon. Was gibt es noch? Herausforderung der Kriegerin. Ich glaube, das hatten wir schon, oder? Ja, ruhelose Geisterkopf gilt. Kultistenbefehle hier. Geht in Rabenfels an Bord der Nordmaid, bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut, bekannt als Lucretia Lifeflow, bevor sie Solstheim erreicht. Kehrt mit der Nachricht eures Erfolgs zurück, dann wird Mirak sich erkenntlich zeugen. Haben wir noch irgendetwas? Notiz an Rodulf, haben wir gelesen. Ja, die Notizen über das gezähmte Kaninchen haben wir. Risats Notiz zu Banditenangriffen, ich glaube auch das kennen wir. Vermisster Händler kennen wir. Okay, ich denke mal, dann war es das soweit. Ach, Drachenblut. Ich wurde von einigen Personen angegriffen, die behaupten, für einen gewissen Mirak zu arbeiten. Ich muss herausfinden, warum sie mich töten wollen und sollte in Windhelm nach dem Schiff suchen, mit dem sie aus Solstheim angereist sind. Oh, Solstheim. Ich glaube, da sind die Einzigen diese Skial, Skal oder wie die heißen, die eine interessante Uniform haben oder ein Outfit, das mir irgendwie noch im Gedächtnis ist. Ja, Reise nach Solstheim also. Das machen wir dann denke ich später. Das Horn von Jürgen Windrufer, das sollen wir jetzt. Bringe das Horn von Jürgen Windrufer in deinen Besitz. Ja, das sollte doch relativ leicht gehen. Vielleicht machen wir danach mal irgendwas, um an Serana zu kommen. Aber vorerst habe ich hier oben etwas gesehen. Nein, nein, nein. Ich mach das. Aus dem Weg. in den Po. Einen Bärenpelz haben wir schon von zehn. Das ging ja schnell. Drei Stunden hat es gedauert. Wagner? Seid auf der Wut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Okay. Also gut. Ja. Oh, Lydia. Hier drüben ist was. Oh. Mäuse. Fledermäuse natürlich. Das ist, glaube ich, nur eine ganz, ganz kleine Höhle. Ach komm schon, das sagst du jedes Mal. Da ist ein Bär. Ich klettere hier rauf. Bären können nicht echt klettern. Vorsicht, der will abhauen. Lydia ist total die Kampfexpertin. Ob die mitskilled? Bestimmt. Oh. Da liegt sie. Nein, doch nicht. Sie kämpft weiter. Oh. Da liegt sie. Oh Lydia, wie geht's dir? Alles gut. Du hast ihn geschafft. Das Schmieden schwerer Rüstungen. Jawohl, ist das Buch 2 des Schmieden schwerer Rüstungen von Sven Zweihämmer. Schwere Rüstungen müssen jede Menge einstecken können. Sie sollen Ihrem Träger vor direkten Treffern aller Arten von Waffen schützen. Ihre Riemen und Bindungen werden aus Lederstreifen gefertigt. Eisen und Stahl sind leicht zu verarbeitende Materialien. Sie müssen einfach nur erhitzt und dann in Form gehämmert werden. Dabei kommt es nicht einmal auf die genaue Temperatur des Feuers an. Das Einzige, worauf ihr achten solltet, ist, kein Metall abzufeilen. Vermeidet dies und schmiedet es bei Bedarf lieber um. Für Eisenrüstungen benötigt man eine große Menge an Eisenbarren. Gut und gerne mehrere Dutzend für einen kompletten Satz. Zur Herstellung von Stahlrüstungen wird neben den selbstverständlichen Stahlbarren auch ein wenig Eisen verwendet. Dwemer Rüstungen werden aus Dwemer Metall gefertigt. Das Geheimnis der Herstellung dieses Materials ist allerdings bereits vor Jahrtausenden gemeinsam mit den Dwemer verschwunden. Unsere einzige Quelle sind ihre verwaisten Städte und Festungen, in denen es als Altmetall oder Metallschrott zu finden ist. Für orkische Rüstungen benötigt man große Mengen. Oreichalkus, versetzt mit ein wenig Eisen. Hitze sollte sparsam eingesetzt werden, um das Metall nicht porös werden zu lassen. Zwar sind die Orks in dieser Technik unübertroffen, mit ein wenig Geduld und Geschick kann sie aber von jedem Schmied erlernt werden. Bei Stahlplattenrüstungen wird geschmolzenes Korund mit Stahl ersetzt. Diese Legierung ist wesentlich härter als eines der beiden Metalle es für sich wäre. Korund ist jedoch ein äußerst heikles Material, das eine möglichst gleichbleibende Feuertemperatur benötigt. Ebenerz kann nur in erhitzter Form bearbeitet werden. Heimatmanne ist kalt, entstehen feine Risse, die es zerbrechen lassen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Rüstungstypen verbindet sich Ebenerz nicht mit Eisen. Es muss unlegiert verwendet werden. Über die Erschaffung von Daedra-Rüstungen weiß ich leider nur Legenden zu berichten. Weder habe ich selbst jemals ihren Fertigungsprozess zu Gesicht bekommen, noch kenne ich jemanden, der dies von sich behaupten könnte. Der Legende nach jedoch müssen sie bei Nacht geschmiedet werden, idealerweise bei Neu- oder Vollmond, aber niemals während einer Mondfinsternis. Sie bestehen hauptsächlich aus Ebenerz. Zum richtigen Zeitpunkt muss aber auch noch ein Daedra-Herz ins Schmiedefeuer geworfen werden. So interessant. Dass ich die Erze einfach so hier lassen kann. Aber wir sind schon wieder total voll. Bepackt, beladen. Voll schwer alles. Hier ist nichts mehr. Scheinbar. Ein Pfeil. Hat da unten ein Troll seine Höhle irgendwo? Okay, bleiben wir auf dieser Flussseite? Oh nein, nicht schon wieder. Dämmerstern. Oh, da ist das auch so kalt, da oben. Hustengraf. Ach, das wird schon... Ja, egal, wir laufen egal in welche Richtung. Ein Boot wäre vielleicht gut, aber das sind ganz schön viele Steine im Wasser. Gut gemacht. Oh, Wasser. Das Ohr bremst den Sturz ab. Moment, war hier ein Barsch zu fangen? Ein Bach-Barsch. Ein Bach-Barsch. Was ist das? Oh, der Troll. Warum sind die so sauer? War das ein wichtiger? Boah, die halten so viel aus. Ein Kurier. Oh, nein, nein, Stein. Was ist denn mit diesem verrückten Troll los? Na ja, der ist erst mal total sauer. Ich hoffe, Lydia kommt auch gut runter hier. Nicht, dass sie abstürzt. Der Troll schafft das nie hier runter. Ja. Oder ist das? Ja. Oder ist das? Ja. Ja. ist das helgen das ist irgendwas anderes was was kann das denn wohl sein reality check danke dass du da gewesen bist dir wünsche ich auch eine erholsame nachtruhe und auch noch einen schönen zweiten feiertag mach's gut bleibt gesund und gut gelaunt reality check bis dann bis dann tschüss ja ja wir bräuchten mehr verbündete ist das ein bär da unten es könnte ein bieber sein gibt es bieber also lydia sagst du so jahr 70 läuft außenrum also könnte es etwas dauern bis sie dann da ist vielleicht ist es nur ein baum oder so schießübungen auf einen baum gut lydia ist zurück eso jahr 70 dein vorschlag ist es also nach weißlauf und von da aus dann mit der kutsche nach mortal zu fahren die mischwassermühle hier genau du sagst es sonst bin ich tagelang am laufen also die Das große Sammeln. Hier sind so ein paar coole Blumen. Ich möchte ein paar Dinge mit dir tauschen. Das gefällt mir. Arson. 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 Ich denke wir werden ein paar Barren oder so etwas haben, die bestimmt total viel wiegen. Ähm, Bärenpilze. Oh, Bernstein. Wir sind immer noch zu schwer. Wir brauchen unbedingt so langsam eine Wohnung. Oh nein, was ist denn da? Nicht, dass wir irgendeine Seuche bekommen. Was habe ich gerade gesagt? Blut verschmiert? Allerdings, ja. So, die Haut nehmen wir mit. Hier drüben auch. Okay. Esorjan, 70. Du sagst, der Rückweg, da weißt du nicht so gerade, wo ein... Wo eine Kutsche dann fährt. Der Rückweg ist noch eine andere Geschichte. Ja, so weit müssen wir dann erstmal kommen. Ob wir das schaffen oder... Ob wir unterwegs... Doch irgendwie... Na ja, nicht so weit kommen. Ich bin direkt hinter euch. Ein paar Dinge möchte ich tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Da passt ganz schön viel rein. In die Lydia. Kämpfen kann sie total... ...viele Sachen tragen. Oh nein, andersrum. Ach, wie machen wir das mit deiner Wohnung? Vielleicht ist die ja gar nicht so teuer. Wir brauchen nur eine Kiste irgendwo. Erstmal, das würde ja schon reichen. Geht ihr voran. Super. Ein guter Plan. Na so. Das war's. Ja, ich frage mich auch noch. Esoya 70. Du fragst dich auch, wo Lydia das alles hinsteckt. Da passt ganz schön viel rein. Oh, Winter im Voraus, oder? Das wird kalt jetzt. Keine Spur von hinten. Cool. Darf ich die Fälle haben? Das gehört zu einer Aufgabe bei uns. Steck den Laden nicht in Brand, klar? Alles gut. Hier brennt doch nichts. Na, hoffentlich erfrieren wir jetzt nicht. Oh nein. Das kommt mir sehr bekannt vor. Aber da vorne müsste irgendwo auf dem Weg eine Gaststätte sein. Da sollten wir uns wenigstens aufwärmen können. Ah, ja. In Winter im Scheibstum. Da müsste auch eine Kutsche sein. Direkt unten beim Pferdestall. Wow. Das ist ja ganz übel gerade. Ich hoffe, dass hier vorne ist die Gaststätte. Aber ich dachte, die wäre auf der anderen Seite der Straße. Angasmühle entdeckt. Oh nein. Irgendwas liegt immer im Argen. Es muss Holz für die Mühle besorgt werden. Die Säge könnte einen Schnitt vertragen. Ja, wir kommen darauf zurück. Aber erstmal ist das hier ein Gasthaus. Sag bloß, ich komme hier. Doch, ich komme hier vorbei. Nein. Nein. Ein Wohnhaus. Wir werden sterben. Nein. 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 Vielleicht sind wir irgendwo falsch abgebogen. Die Gaststätte müsste schon hier irgendwo sein. Irgendwie am Fluss. Da kommt nichts. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es da vorne. Das ist dann Wald. Das ist ja noch kälter im Wald. Nein. 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 Nein! Keine Chance. Wir können nicht helfen, wir kippen gleich um hier. Ja, tatsächlich. Ich finde es auch grauenvoll. Na, das war jetzt aber vorauszusehen. Vielleicht dann doch noch Windhelm lieber. Oh, jetzt echt? Uff. Uff. Genau, im Kampf gestorben. Wenigstens nicht erfroren. Du hast recht. Handschuhe. Ja, die sieht man ja auch nicht alle Tage. Ein Hut. Handschuhe werden die Jäger wahrscheinlich immer haben. Gar nicht so schwer, die Jägerschuhe hier. Irgendwas glaube ich, mache ich aber falsch. Denn ich denke, wenn das dieser, wenn es so einen Überlebensmodus gibt, dann muss es doch irgendwie die Möglichkeit für uns geben, uns einen Schlafsack zu holen, ein Feuer zu craften. Und... Naja, auch wärmere Kleidung muss doch drin sein. Also in der Modifikation meine ich, da gibt es tatsächlich so dicke Umhänge für alle möglichen Wetterverhältnisse. Für Regen gibt es was aus Leder und Pelz oder Fell für Schnee und richtig kalte Gegenden. Dann auch was Leichteres für die etwas wärmeren Gegenden. Aber hier habe ich bis jetzt noch gar nichts gesehen. Der Pfad des Holzfällers. Ach ja, eine Fackel. Ja genau, stimmt. Jetzt wo du sagst, eh so ja, 70. Eine Fackel schreibst du, sollte auch reichen, um so ein bisschen die Kälte fernzuhalten. Fertigkeiten und Fähigkeiten. Jagdwesen, Häuten, Wildländer. Fallen legen, Wildländer. Uff, Wildländerfertigkeit. Aber wir können hier auch gar nichts machen. Fortschritt. Nächste Stufe. 21 von 125 Erfahrungspunkte. 100, 121. Ach so, die Fackeln verbrauchen sich auch. Aha. 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 Ja, ich vermisse das Campfire. Das ist schön. Da konnte man auch richtig skillen und so. Aber hier kommen wir ja gar nicht weiter. Ob wir doch mal so, na wie lange wird es dauern, mit der SKSE 10 Minuten opfern sollen und gucken sollen, ob wir die installieren. Ob dann solche Sachen behoben sind danach. Aber ich weiß ja, was passiert. Die SKSE wird, die Datei, die EXE wird gelöscht dann normalerweise. Kann ja sein, dass das jetzt anders ist. Das ging aber gerade nochmal gut. Oh, die Datei, die Datei einschnaß. Ich möchte eine Wohnung haben. Sehr gerne. Sachen ablegen, ein bisschen was köcheln und die Wohnung da natürlich einrichten. Uh, das alleine wäre ja schon ein Weihnachtsfeiertags-Stream. Geschichte von Ewa Steinsänger. Taschendiebstahl verbessert auf 17. Wir hatten da schon Punkte drauf. Wie kommt's? Sitz still, Kind, und lausche. Denn was ich dir nun erzähle, ist eine Geschichte aus alter Zeit. Worum geht es denn, Großvater? Handelt die Geschichte von Helden und wilden Bestien? Der Großvater betrachtete das Kind voller Geduld. Der Knabe wuchs prächtig heran. Bald würde er den Wert solcher Geschichten erkennen, die darin enthaltenen Lehren, die an jede Generation weitergegeben wurden. Hör einfach zu, Kind, erlass die Geschichte in deinem Herzen Wurzeln schlagen. In einer längst vergangenen Zeit, als die Skalen noch jung waren, herrschte Frieden im Land. Die Sonne schien, die Früchte auf den Feldern gediehen, und die Menschen lebten glücklich in dem Frieden, den ihnen der große Schöpfer beschert hatte. Doch mit der Zeit wurden die Skalen selbstgefällig und faul und nahmen das Land und all die Gaben, die ihnen der große Schöpfer geschenkt hatte, als selbstverständlichen. Sie vergaßen oder verdrängten den Gedanken, dass der Widersacher immer lauert und Freude daran hat, den großen Schöpfer und sein ausgewähltes Volk zu quälen. Und so geschah es, dass der Widersacher zu den Skal kam. Der Widersacher hat viele Gestalten. Er erscheint in den unheiligen Bestien und der unheilbaren Seuche. Am Ende aller Zeiten wird er uns als Tartag, der Weltenverschlinger begegnen. Aber in jenen Zeiten war er als der gierige Mann bekannt. Der gierige Mann, so nennen wir ihn, weil seinen wahren Namen auszusprechen, unheil über das Volk bringen würde. Der gierige Mann lebte viele Monate unter den Skal. Vielleicht war er einst ein ganz normaler Mann, aber als der Widersacher in ihn eindrang, wurde er zum gierigen Mann und als dieser lebte er in der Erinnerung fort. Eines Tages begann es sich, dass die Skal ihre Kräfte verloren. Die Kraft verschwand aus den Armen der Kriege und der Schamane konnte nicht länger die Tiere an ihre Seite rufen. Die Stammesältesten waren überzeugt, dass der große Schöpfer verärgert sein musste, während andere behaupteten, der große Schöpfer habe sie für immer verlassen. Da trat der gierige Mann vor sie und sprach, Das Volk der Skal ist faul und fett geworden. Ich habe die Geschenke des großen Schöpfers gestohlen, ich habe die Meere gestohlen auf, dass ihr für immer düstet. Ich habe das Land und die Bäume und die Sonne gestohlen, auf das eure Feldfrüchte verdorren. Und ich habe die Tiere gestohlen, auf das ihr Hunger leidet. Und ich habe den Wind gestohlen, auf das ihr ohne Geist des großen Schöpfers leben müsst. Und bis einer von euch Geschenke zurückgewinnen kann, werden die Skal in Not und Verzweiflung kleben. Denn ich bin der gierige Mann und solcher Art ist meine Natur. Und somit verschwand der gierige Mann. Die Skal berieten viele Tage und Nächte. Sie wussten, dass einer von ihnen die Geschenke des großen Schöpfers zurückholen musste, konnten sich aber nicht einigen, wer dies nun sein sollte. Also ich, ich kann nicht gehen, sagte der Stammesälteste, denn ich muss bleiben, um die Skal zu führen und unserem Volk zu sagen, was das Gesetz ist. Und ich kann nicht gehen, sagte der Krieger, denn ich muss die Skal beschützen. Mein Schwert wird für den Fall gebraucht, dass der gierige Mann zurückkehrt. Ich kann nicht gehen, sagte der Schamane, denn das Volk braucht meine Weisheit. Ich muss die Zeichen deuten und mein Wissen weitergeben. Da erhob sich ein junger Mann namens Evar seine Stimme. Obwohl er noch kein Krieger, der Skal war, besaß er kräftige Arme und schnelle Füße. Ich werde gehen, sagte Evar. Die Skal lachten. Lass mich ausreden, fuhr der Jüngling fort. Ich bin noch kein Krieger, also wird euch mein Schwert nicht fehlen. Ich kann die Zeichen nicht deuten, also wird das Volk mich nicht um Rat suchen. Und ich bin jung und in den Fragen des Gesetzes noch unkundig. Ich werde die Geschenke des großen Schöpfers vom gierigen Mann zurückholen. Wenn mir das nicht gelingt, wird man mich nicht vermissen. Die Skal dachten kurz darüber nach und beschlossen, Evar gehen zu lassen. Er verließ das Dorf am nächsten Morgen, um die Gaben zurückzugewinnen. Evar nahm sich zuerst vor, das Geschenk des Wassers zurückzuholen. Also wanderte er zum Wasserstein. Dort geschah es, dass der große Schöpfer das erste Mal zu ihm sprach. Wandere nach Westen, zum Meer und folge dem Schwimmer zum Wasser des Lebens. Und so wanderte er war an das Ufer des Meeres und dort war der Schwimmer, ein schwarzer Horker vom großen Schöpfer entsandt. Der Schwimmer tauchte in die Wellen und schwamm sehr weit und dann noch weiter. Doch Evar war stark und schwamm unverdrossen hinterher. Er folgte dem Schwimmer in eine Höhle und tauchte tiefer und tiefer, bis seine Lungen brannten und die Kraft seiner Gliedmaßen schwand. Schließlich fand er eine Luftblase und dort im Dunkeln befand sich das Wasser des Lebens. Er nahm seine letzte Kraft zusammen, ergriff das Wasser und schwamm zurück ans Ufer. Als er zum Wasserstein zurückkehrte, sprach der große Schöpfer, Du hast das Geschenk des Wassers für die Skal zurückgewonnen. Die Meere werden wieder fruchtbar sein und euer Durst wird gestillt werden. Dann wanderte Evar zum Erdstein und dort sprach der große Schöpfer erneut zu ihm, Betritt die Grotte der verborgenen Musik und lausche dem Lied der Erde. Also ging Evar nach Norden und Osten zur Grotte der verborgenen Musik. Er fand sich in einer riesigen Höhle wieder, in der Felsen von der Decke hingen und selbst aus dem Boden wuchsen. Dort lauschte er und hörte das Lied der Erde, aber es war nur schwach. Er nahm seine Keule und schlug die Felsen auf dem Boden im Rhythmus der Musik und das Lied wurde lauter, bis es die Höhle und sein Herz erfüllte. Dann kehrte er zum Erdstein zurück. Das Geschenk der Erde ist wieder zu den Skal zurückgekehrt, sagte der große Schöpfer. Die Böden sind wieder reich und werden Leben hervorbringen. Evar war müde, denn in der glühenden Sonne gab es keine Bäume, die ihm Schatten boten und keinen Wind, der ihn kühlte. Dennoch reiste er zum Tierstein. Und der große Schöpfer sprach, Finde die gute Bestie und lindere ihr Leiden. Evar wanderte viele Stunden durch die Wälder von Isenphie, bis er jenseits eines Hügels das Schmerzgebrüll eines Bären waren, vernahm. Als er den Hügel erklommen hatte, sah er den Bären, in dessen Hals der Pfeil eines Falmers steckte. Er suchte den Wald nach Falmern ab, denn das waren sie, auch wenn manche das Gegenteil behaupten. Und als er keinen entdeckte, ging er auf das Tier zu. Er sprach beruhigende Worte und näherte sich ihm langsam mit den Worten, Gute Bestie, ich will dir nichts tun. Der große Schöpfer hat mich gesandt, dein Leid zu lindern. Als der Bär diese Worte vernahm, hörte er auf, sich zu winden und legte seinen Kopf Evar zu Füßen. Evar packte den Pfeil und zog ihn aus dem Hals des Bären. Mit dem wenigen an Naturmagie, das er kannte, versorgte Evar die Verletzung, obwohl es ihn seine letzte Kraft kostete. Als die Wunde des Bären sich schloss, schlief Evar ein. Als er aufwachte, stand der Bär über ihm. Um ihn am Boden verstreute, lagen die Überreste mehrerer Fallmer. Die Gute Bestie hatte ihn während der Nacht beschützt. Er wanderte zurück zum Tierstein mit dem Bären an seiner Seite und der große Schöpfer sprach wieder zu ihm. Du hast das Geschenk der Tiere zurückgeholt. Nun werden die guten Tiere die Skal wieder ernähren, wenn sie hungrig sind, kleiden, wenn sie frieren und in Zeiten der Not beschützen. Inzwischen war Evar wieder bei Kräften und so wanderte er zum Baumstein. Die Gute Bestie folgte ihm jedoch nicht. Als er dort ankam, sprach der große Schöpfer zu ihm, die ersten Bäume sind fort und müssen neu gepflanzt werden. Finde den Samen und pflanze den ersten Baum. Wieder wanderte Evar durch den Hirstankwald auf der Suche nach den Samen des ersten Baumes. Aber er konnte keine finden. Da sprach er zu den Baumgeistern, den lebenden Bäumen. Sie verrieten ihm, dass einer der Farmer die Samen gestohlen hatte, denn die Farmer sind Diener des Widersachers und dass dieser sie tief im Wald versteckt hatte, sodass niemand sie niemals finden würde. Evar begab sich in die tiefsten Tiefen des Waldes. Dort fand er den bösen Farmer, umringt von den niederen Baumgeistern. Evar erkannte, dass die Geister in dessen Baum waren und dass er die Magie der Samen genutzt und ihren geheimen Namen ausgesprochen hatte. Evar wusste, dass er gegen eine solche Macht nichts ausrichten konnte. Er würde die Samen heimlich zurückholen müssen. Evar griff in seinen Beutel und holte einen Feuerstein heraus. Er sammelte Blätter und entzündete außerhalb der Lichtung, in der sich der Farmer und die behexten Geister befanden, ein kleines Feuer. Alles kahl wissen, wie sehr die Geister das Feuer hassen, da seine Flammen die Bäume vernichten, denen sie dienen. Die Natur der Geister gewann sofort die Überhand und sie stürmten los, um die Flammen zu ersticken. In dem Durcheinander schlich sich Evar hinter den Farmer, schnappte sich den Beutel mit den Samen und stahl sich davon, noch ehe das böse Wesen ihren Fehlen bemerkt hatte. Als Evar zum Baumstein zurückkehrte, pflanzte er den Baum in den Boden und der große Schöpfer sprach zu ihm, das Geschenk der Bäume ist zurückgegeben, die Bäume und Pflanzen werden wieder blühen und gedeihen und Nahrung und Schatten spenden. Evar war erschöpft, da die Sonne unablässig brannte und immer noch kein Wind wehte, um ihn zu kühlen, aber er rastete nur kurz im Schatten der Bäume. Seine Beine waren müde und die Augen schwer, doch er setzte seinen Weg fort und wanderte zum Sonnenstein. Wieder sprach der große Schöpfer, die sanfte Wärme der Sonne wurde gestohlen, so dass sie jetzt nur noch brennt. Frei befreie die Sonne aus den Hallen von Penumbra. Und so wanderte Evar nach Westen über das gefrorene Land, bis er die Hallen von Penumbra erreichte. Die Luft im Inneren war stickig und schwer und schwer und er konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Dessen ungeachtet ertastete er sich seinen Weg entlang der Wände, obwohl er das Schlurfen von Schritten hörte und wusste, dass an diesem Ort unheilige Bestien wohnten, die sein Fleisch zerreißen und seine Knochen verzehren würden. Stundenlang arbeitete er sich vorwärts, bis er am Ende der Halle ein schwaches Leuchten erblickte. Dort erstrahlte hinter einer Wand aus blankem Eis ein Licht, so hell, dass er die Augen schließen musste, um nicht für immer zu erblinden. Er entriss einer der unheiligen Bestien ihr flammendes Auge und schleuderte es mit aller Kraft gegen die Eiswand. Darin bildete sich ein schmaler Riss, der immer größer wurde. Langsam kroch das Licht zwischen den Spalten hervor, vergrößerte sie und ließ die Eiswand schließlich zerpersten. Mit träumenden Knall zerbrach die Wand in tausend Stücke und Eva und die Hallen wurden von Licht überflutet. Er hörte die schrellen Schreie der unheiligen Bestien, die geblendet wurden und verbrannten. Er rannte aus den Hallen, dem Licht folgend und brach draußen auf dem Boden zusammen. Als er wieder in der Lage war aufzustehen, erwärmte die Sonne ihn wieder und darüber war er froh. Er kehrte zurück zum Sonnenstein, wo der große Schöpfer erneut zu ihm sprach. Das Geschenk der Sonne ist zu den Skal zurückgekehrt. Sie wird sie wärmen und ihnen Licht spenden. Eval musste jetzt nur noch eine letzte Gabe zurückbringen, das Geschenk der Winde. Und so reiste er zum Windstein, weit an der westlichen Küste der Insel. Als er dort ankam, sprach der große Schöpfer zu ihm und gab ihm seinen letzten Auftrag. Finde den gierigen Mann und befreie den Wind aus seiner Gefangenschaft. Also durchwanderte Eval das Land auf der Suche nach dem gierigen Mann. Er schaute in den Bäumen nach, aber dort war der gierige Mann nicht zu verborgen und auch nicht am Meeresufer oder in den tiefen Höhlen und auch die Tiere hatten ihn in den dunklen Wäldern nicht gesehen. Schließlich kam Eval zu einem schiefen Haus und wusste, dass er den gierigen Mann dort finden würde. Wer seid ihr, rief der gierige Mann, dass ihr zu meinem Haus kommt. Ich, ich bin Eval, ich bin Eval von den Skal, sagte Eval. Ich bin weder Krieger noch Stammes Ältester noch Schamane. Wenn ich nicht zurückkehre, wird man mich nicht vermissen, aber ich habe das Meer, das Land, die Bäume, die Tiere und die Sonne zurückgebracht und ich werde meinem Volk auch den Wind zurückbringen, auf das wir den Geist des großen Schöpfers wieder in unseren Seelen spüren mögen. Und mit diesen Worten ergriff er den Beutel des gierigen Mannes und riss ihn auf. Die Winde fegten mit der Macht eines Orkans aus dem Beutel, hoben den gierigen Mann in die Luft und trugen ihn fort, weit weg von der Insel. Eval atmete den Wind ein und war froh. Er wanderte zurück zum Windstein, wo der große Schöpfer ein letztes Mal zu ihm sprach. Du hast deine Sache gut gemacht, Eval. Du, der geringste unter den Skal, hast ihnen meine Geschenke zurückgebracht. Der gierige Mann ist erst einmal verschwunden und dürfte dein Volk während deiner Lebenszeit nicht noch einmal belästigen. Dein großer Schöpfer ist zufrieden. Geh jetzt hin und lebe, wie es deiner Natur entspricht. Und Avar machte sich auf den Weg zurück ins Dorf der Skal. Und was geschah dann Großvater? Was meinst du denn, Kind? Er kehrte heim. Nein, nein, als er ins Dorf zurückgekehrt war, fuhr das Kind fort. Wurde er zum Krieger gemacht? Oder lehrte man ihn den Weg des Schamanen? Führte er die Skal in die Schlacht? Das weiß ich nicht, denn die Geschichte ist dort zu Ende, sagte der Großvater. Aber das ist doch kein Schluss, so hören Geschichten nicht auf. Der alte Mann lachte und erhob sich von seinem Stuhl. Ach, nein? Großvater, das war eine schöne Geschichte. Ja, okay, das war jetzt, das gehörte nicht mehr dazu, okay? Jetzt geht es dem Schmetterling nach. Schmetterling, blau, ja, unser Schmetterling. Eine Flugmaschine wäre, uh, echt praktisch, nicht schubsen, Lydia. Ob wir hier runterspringen können? Naja, das ist kein Minecraft hier, ich riskiere es dann doch lieber nicht. Ja, überredet, wir gehen außen rum. Eso, ja, 70, du sagst das mit SKE, könnte man mal testen, ob es jetzt geht oder nicht. Hm. Oh, nö. Obwohl, warum, wir können doch das hier. Oh, der ist zu stark. Hilf uns, hilf uns, wir sind tot. Wieder an der Höhle, wir haben nicht gespeichert dazwischen. Das ist ein mühseliger Weg hier zurück, habe ich den Eindruck. Jo, du hast recht, eh so, 70, das kostet halt Zeit, dann bleibt wohl, falls es nicht gehen sollte mit SKSE, dann bleibt wohl nichts übrig, als die ganzen Mods nochmal rauszunehmen und vielleicht nacheinander dann nochmal drauf zu spielen und jedes Mal dann zu gucken, ja, das kostet, einige Tage wird mich das wahrscheinlich kosten sogar. Ne, wir gehen unten an der Trollhöhle lieber vorbei. Hey! Kein Troll da? Das ist doch gut. ein Soldat. Eine Notiz. Oh, das Schema war Medium. Okay. Eine Soldatin. Nichts Nennenswertes dabei. Ja, wir nehmen hier den Elch lieber nicht aus, wir hauen schnell ab. Oh, da ist der Troll. Hoffentlich riecht er uns nicht. Ach, er kommt nach Hause. Okay, wir hauen schnell ab. Das ist der Höhlentroll. Nein, Lydia, was machst du? Abhauen. Das sage ich doch. Okay, du schaffst ihn. Naja, okay. Wir helfen mal mit. Feuer mögen sie gar nicht. Die mögen kein Feuer, diese Trolle. Alles gut, Lydia? Ich habe dich, glaube ich, ein paar Mal angezündet aus Versehen. Aber du hast nicht so gut gebrannt, also habe ich weitergemacht. Ist immer wieder ausgegangen. ja, 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 70 und vor allem in Steam. Das Updaten schreibst du vom Spiel und ausstellen, umstellen. Das ist nur beim Spiel Start und dann nicht mehr über Steam starten, ja, genau. damit nicht ungewollt ein Update gemacht wird ja. Nur nicht vergessen, dann. Du bist immer noch da. Oh, Moment, wir haben was Schönes für dich. Ich stehe zu eurer Verfügung. Trollzeug. Das sieht krass aus mit dem Blut. Und Bärenzeug außerdem auch noch. Ach, das ist schon wieder ihr Kram. Goldbarren, okay, die wiegen jetzt nicht so viel. Ja, wir geben erstmal alles ab. Wir werden nachher sowieso mehr als genug haben. Also Lydia wird es ja für uns tragen. Ich finde, für den Weg, das ist ein weiter Weg und das ist immer noch ganz schön viel, was wir mit uns rumschlören. Ich frage mich, da wir jetzt wirklich so in den letzten ein, zwei Stunden sehr, sehr oft gestorben sind, frage ich mich, ob die Luft so langsam raus ist. Ich denke nicht. Ich bin guter Dinger. Ihr geht vor. Ich folge. Okay. Was machst denn du hier? Seid gegrüßt, Schwester. Hallo. Ich habe etwas, was euch beim entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Oh ja, cool. Wovon redet ihr denn? Das beste Skuma, der süßeste Mondzucker, natürlich zu einem guten Preis. Das scheint mir verboten zu sein. Nein, ich mache nur Spaß. Gebt mir einfach, was ihr habt und dann geschieht euch nichts. Nein, 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 danke. Jeder nach seinem Geschmack. Wovon redet ihr? Das beste Skuma, der süßeste Mondzucker, natürlich zu einem guten Preis. Das scheint mir aber verboten zu sein. Ah, ein Spitzel, was? Ich kann euch jetzt ja wohl kaum zu einer Wache laufen lassen, nicht wahr? Ich bin doch kein Verräter, spinnst du? Ich habe meinen Husker dabei. Warum hört er nicht auf? Der wird noch jemanden verletzen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Wo ist die Falle? Na gut. Hat er denn wirklich irgendwas bei sich gehabt? Das war ja eine merkwürdige Begegnung. Schlafbaumsaft, ja cool. Skoma. Eisenplattenstiefel, das wollen wir alles nicht. Na gut. Ah ja, okay. Esorjahr70, in Discord sagst du, kann man das irgendwie besser besprechen mal mit den ganzen Modifikationen und so. Ja, ich weiß auch nicht. Während des Livestreams ist das ja dann wahrscheinlich ein bisschen unglücklich, das jetzt zu versuchen mit SKSE. Aber auf der anderen Seite vielleicht kommt man da eher auf irgendwelche Lösungen, als wenn ich da alleine hocke und dann immer im Kreis laufe. Mein Discord hast du? Ja. Genau darum geht es, meinst du auch, ja. Sind wir nicht gleich hier in Flusswald? Ach was, weit gefehlt. Wenn überhaupt, wenn wir hier weiter geradeaus laufen, aber ganz schön weiter. dann, nee. Da, wir kommen wieder bei Windhelm irgendwo raus. Ah, sehr gut. Sonst hätte ich dann hier auch nochmal schicken können in der Discord. oh Gott. Sag nicht, wir sind im Kreis gelaufen. Nee, nee, das ist was anderes hier. Ach, das stimmt schon. Windhelm, ja gut, aber Einsamkeit, ja genau, Weißlauf, alles hier entlang. und dann noch mal zurück zu den Graubärten. Mit dem Großen sprechen. der nicht durch die Tür passt, hast du gerade geschrieben. Drum hockt er oben. Nein, nach Windhelm wollen wir diesmal nicht. Wir versuchen unser Glück mal hier entlang zu laufen, durch den dunklen Wald. Hm, davon ist wer, Freund oder Feind. Und er ist freundlich. Okay. Was ist denn ein würdiger Tod? Ja, würde ich mich einfach hinlegen und sterben, würde es Malak hat nicht gefallen. Aha, warum wollt ihr denn überhaupt sterben? Meine Zeit ist gekommen. Ich bin alt. Zu alt, um noch Häuptling zu werden. Es wäre falsch, in meinem Alter noch Frauen zu nehmen. Also werde ich sterben. Malakad hat mir die Vision eines glorreichen Todes geschenkt. Ich warte hier darauf, dass sie sich erfüllt. Wie ihr seht, ist es noch nicht geschehen. vielleicht könnte ich euch zu eurem so lang ersehnten Tod verhelfen. Also für mich seht ihr nicht so alt aus. Ihr seid sicher immer noch ein starker, fähiger Krieger. Natürlich. Aber jemand sollte den Tod finden, solange er sich noch einen echten Mann nennen kann. Wir Org-Männer sind nicht wie die Nord oder die Kaiserlichen, die sich an ihr Leben klammern, bis sie alt und schwach sind und in die Haare ausfallen. Sich an etwas festzuhalten, das seinen Nutzen verloren hat, ist ungewöhnlich. Umso mehr, wenn es sich um euch selbst handelt. Naja, ihr scheint euch ja nicht davon abbringen zu lassen, ha? Ihr solltet gehen. Ich will nicht, dass ihr meinen ehrvollen Tod verscheucht. Ich weiß auch nicht, was wir mit dem machen sollen. Immer wieder. Vielleicht sollen wir ihm helfen und ihn töten. Oh nein. Nichts. Ist nichts. Oh. Nichts passiert, okay. Oh, meinst du, das dauert noch eine Weile, bis ich da hinkern zu dem Großen? Eso, ja, 70. Hallo! Halt! Diese Straße ist gebührenpflichtig. Ihr werdet also 200 Goldstücke Wegezoll locker machen müssen, wenn ihr sie benutzen wollt. Was? Bist du betrunken? Ich habe das Geld nicht. Warum lasst ihr mich nicht durch und ich lasse euch dafür am Leben? Wisst ihr, bei genauerem Nachdenken klingt das gar nicht so schlecht. Verschwindet einfach, bevor die anderen noch was merken. Das war jetzt aber spannend für mich. Jetzt geht's rund. Ich habe drei gehört, vielleicht sogar vier. Ich habe den Stein gehauen. Na gut, wir haben wieder was zu häuten. Eso, ja, 70. Der ist halt groß. So groß wie ein Haus oder? Großer. Und der Weg zu dem ist ziemlich windig. Wodurch man da nicht so ohne weiteres raufkommt. Ach ja, wir müssten, glaube ich, auch noch irgendwas lernen dann, um dort hinzukommen. Ja, ja, du schreibst das im nächsten Post, im nächsten, na, wie heißt das, Chat-Nachricht, in der nächsten Nachricht, dass wir da noch einiges ausbauen müssen, bis wir so weit kommen können. Was ist denn hier los? Große Völkerwanderung. Ich würde auch, glaube ich, eher in Gruppen gehen, wenn das hier so gefährlich ist, alles. Okay, hier waren wir schon. Also, bei der Jäger-Mod kann man die Tiere dann mehrfach ausnehmen, je nach seinem Level normalerweise. Manchmal geht auch was schief, gerade am Anfang bekommt man nur schlechtes Fell. War das hier? Oder verwechsel ich das schon wieder mit Red Dead Online? Nein, nein, hier war auch irgendwas. Später bekommt man besser und mehr Zeug und es geht vor allem schneller. Das dauert ja bei uns immer so langer. Oh, ich will das. Nur deine Brust. Danke. Und letztendlich kann man die Geweide nehmen, man kann das Fell nehmen, das Fleisch nehmen, mehrfach also drangehen. Und letztendlich kann man sie dann ganz verwerten. Dann bleibt auch kein Kadaver auf der Straße liegen. Ich weiß aber nicht mehr. Hunterspawn oder wie heißt die Mod? Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Jäger-Mod. Zwei, glaube ich, drauf. Einmal sollte da eine Gilde bei sein, aber ich glaube, das hat nie so richtig funktioniert. Vielleicht hat sich die Mod schon immer mit einer anderen gebissen. Ja, wir gehen am besten hier dann schlafen in Weißlauf. Mit der Kutsche, joa, wir sind ja noch nicht so oft Kutsche gefahren jetzt zu Weihnachten. Also mit der Kutsche, das finde ich, ist eine annehmbare Idee, eine gute Idee. Eisfurchenhof. Ich muss aber mal überlegen, ob wir nicht doch irgendwann so langsam mal anfangen sollen zu skillen. Ein paar Talentpunkte, meine ich, wenigstens einzusetzen. Damit könnten wir doch mit Sicherheit auch das ein oder andere Abenteuer etwas beschleunigen. Vielleicht brauchen wir für so einen Troll dann auch nur noch einen Pfeil oder für den Bären nicht mehr so viel. Ich glaube, ich sammle das immer ganz gerne so mit den Punkten. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich mittlerweile in Fallout 4 habe, aber okay, da sind wir schon total stark. Und eigentlich habe ich da alles an Skills, was ich haben wollte. Wir können auch des Nachts dorthin fahren, aber ich weiß nicht, ob wir da so ein Hotel finden, so schnell ein Zimmer finden. Oder wir gehen mal zum Vogt und gucken, wie teuer hier die Wohnung ist. Oder wir gehen mal zum Vogt und gucken, wie viele Punkte ich habe. Kommt da rein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Oh, wie geht es dir eigentlich? Spend mal. Was geht's? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Wow, das ist happig. Das ist echt happig. Das haben wir ja noch lange nicht. So, Jahr 70. Du sagst, Briesenheim kostet unausgebaut 5.000. Dann ist da nicht mal eine Kiste bei, oder? Vielleicht eine oben irgendwo im Bett? Kiste? Hm. Und da draußen, also das Tundraheim, kostet 7.500. Was war? Ach, dann. Wie heißt das? Flusswald? Ach, da muss ich auch für den Jarl dann wieder irgendwelche Sachen machen. Und das geht wahrscheinlich dann auch nicht so hoppla hopp. Und ich vermute mal, das wird dann auch ordentlich was kosten. Na, Bier nehme ich ganz gerne. Ein paar mehr. Wir waren lange unterwegs. Wir geben ja unsere ganzen Euro-Dollar hier für Biere aus. So wird das doch nie was. Oh, die hat echt gute Sachen. Rohes Rindfleisch. Ja, ist eine Bruchbude. Wenn es unausgebaut ist, sieht das nicht so toll aus. Briesenheim, ja. Sahneschnitte. Na gut, danke. Bis zum nächsten Mal. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut. Aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenker an die Soldaten zu verkaufen. Nichts stimmt. Wie dem auch sei. Was braucht ihr? Alle sind vom Tod besessen. Naja. Erstmal brauchen wir, denke ich, was zu essen. Das hier kann schon richtig viel. 380 Hungerpunkte werden wieder hergestellt. Horker-Fleisch, also 220 hier. Ein gebratenes Ziegendorn. Und wir haben immer noch Hunger. Unsere Lucrezia hat vermutlich einen Bandwurm oder sowas, dass sie so viel in sich reinstopfen kann. Na, oder sie raucht irgendwelche Kräuter, von denen man besonders viel Hunger bekommt. Und sie ist ja die ganze Zeit nur am rumrennen und kämpfen. Was kann ich euch bringen? Ich brauche ein Zimmer. Müde? Oder einfach nur durstig? Müde. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Super. Du brauchst nicht vorgehen, ich weiß, wo es ist. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Na gut. Ich möchte gerne in die Baden-Akademie eintreten. Meine Eltern zögern noch, aber ich bete dafür, dass sie mich dort studieren lassen. Ich hätte sowieso Weißlauf ganz gerne, auf jeden Fall. Ja, irre, ne? Eh so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich da immer an das Geld gekommen bin. Einsamkeit gibt es hier auch noch und Markart, Mortal. Und besonders teuer war die Helljahren-Farm. Das war echt eine schöne große Farm mit Windmühle und allem, bis man das alles fertig hatte. Wir sind überall so auf 20, so richtig hoch. Sind wir ja hier auch bei den meisten Sachen noch nicht. Aber das ist ein ganz anderer Spielstil, als den, den ich sonst habe. Sonst sieht man immer ganz genau, manche Sachen sind überhaupt nicht geskillt bei mir. Und jetzt ist es ja von allem so ein bisschen. Und andere Sachen sind, ja, sowas wie Schleichen ist meistens sehr schnell hochgeskillt. Schießkunst ist schnell hochgeskillt bei mir normalerweise. Schlossknacken auch. Redekunst schon mal ganz gerne. Interessant. Mal einfach so alles zu nutzen. Machst du das? Achso. Wir haben aber schon geschlafen. Nein, nein. Oh. Ganz schön, was ist los da gerade? Ich habe gar nicht mitbekommen, was das Kind wollte jetzt. Ob wir eine... Was haben wir? Ach, die hat irgendwas verloren, oder? Und wir haben doch letztens was gefunden. Das können wir ganz schnell machen, glaube ich. Ja. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Bis dann. Ihr seid die Beste. Könnt ihr meine Mutter sein? Oh mein Gott. Warum bettelt ihr? Renuin? Renuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Er ist der Einzige, der nett zu mir war, seit... Seit Mama... Seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen und mich rausgeschmissen. Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Können wir sie adoptieren? Nee, wir haben ja nicht mal ein Haus. Oder doch? Wirklich? Habt ihr... Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Nein, das nicht. Aber wir reisen viel durch Höhlen und so. Oh, wie böse von uns. Jetzt haben wir ihr Hoffnungen gemacht und dann haben wir sie mit einem Schlag wieder zerstört. Boah, ist sowas Gemeines. Wir kommen bestimmt in die Hölle. Deshalb. Nur aus dem Grund alleine schon. Das Haus mit Kinderzimmer braucht man... Ach ja, da war ja was genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so viele... Und was braucht ihr? Was ist das denn für ein gruseliger Typ? Ach so. Da hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Bis zum nächsten Mal. Ich fürchte ja. Boah, nicht schlecht. Bis man da alles zusammen hat. Ja, aber wir machen ja irgendwie auch gar nicht so richtig, oder? Hab ich nur so den Eindruck. Nee, wir kriegen immer nur Schrott als Belohnung geschenkt. Anstatt sie uns mal... Ja, ein Haus schenken. Oder Geld. Ja, bitte. Viel Geld. Mal sehen, was er jetzt nimmt. Nehmt ihr mich mit? Soll ich euch mitnehmen? Ja. Hey, Moment. Wisst ihr was über Weißlauf? Nun, ich weiß, dass die Gefährten hier beheimatet sind. Ihre Medhalle, Jorvaskre, ist das älteste Gebäude der Stadt. Oh. Und es gibt eine schlimme Fede zwischen zwei Familien. Den Clans der Graumänen und der Kampfgeborenen. Seid dort lieber vorsichtig. Den Rest erzählen euch die Bewohner. Ich würde beim Wirt in der beflagten Meere oder beim Schlossvogt beginnen. Dann miete ich eure Kutsche. Wohin soll's gehen? Nach Mortal. Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Besseres Wetter gibt es nicht. Okay, für viel Geld muss ich dann doch mal ein paar Waffen und Rüstungen einsammeln zum Verkaufen. Schreibst du? Leicht hungrig sind wir schon wieder. Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Bitte, es reicht Göttern. Ihr hättet nie hier rausgekommen sollen. Schnappen sie euch. Tötet sie. Bei den Göttern schon wieder ein Kampf. Ach, der fliegt nur vorbei. Der macht nichts. Ihr sterbt noch heute. Seid ja feuerversichert. Oh mein Gott. Alle sterben hier wahrscheinlich wegen uns. Ich bin ein neuer Drache. Ihr habt euren Meister gefunden. Komm her, Drache! Ja! Ja! Wir haben keine Chance. Genießt euren letzten Atem. Was ist das? jetzt haut ab weg ist ihr da die dämmerwacht sucht nach leuten die gegen die wachsende vampirgefahr ankämpfen seid ihr dabei eso ja 70 welche farm ist das denn ich bin gar nicht mehr so sicher vielleicht habe ich die 20 euro sogar bezahlt hier für die ae momentorak sagt mir was der name ach die dämmerwacht das ist diese vampirgeschichte glaube ich was ist denn die dämmerwacht wir sind vampirjäger wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden abschaum wo immer wir ihn finden ach so aber ich habe nichts davon gehört vampirbedrohung ist das nicht ein bisschen weit hergeholt ihr scheint nicht zuzuhören wie fast alle anderen hier habt ihr nicht gehört dass die halle der wachsamkeit von vampiren zerstört wurde sie haben die bedrohung nie ernst genommen und jetzt mussten sie dafür zahlen also wächter dämmerwacht wovon sprecht ihr die wächter jagen hauptsächlich anhänger der detra deswegen traf es sie besonders hart als sie gegen die vampire vorgegangen sind deshalb hat unser anführer isran die dämmerwacht zurück ins leben gerufen wahre und ernsthafte vampirjäger vampire töten wo kann ich unterschreiben im moment habe ich kein interesse vielleicht später das sagen sie alle bis ihre kehlen von einer bande hungriger vampire zerfetzt werden wenn ihr eure meinung ändert und in den kampf ziehen wollt bevor es zu spät ist redet mit isran auf festung dämmerwacht südöstlich von rifthorn okay wir gucken mal nach hauptmanüel ach so ich meine ich habe die gekauft nur bei dem update war doch gar nichts dabei meine ich Muito obrigado und ganz herzlich willkommen ich habe die garante in der tie Чтобы ber惑 ich meine ich in der tiefe in der tiefe und nach ich gehe in der tiefe nicht war doch garante ich kann auch nicht ich kann ja ich kann ja ich kann da ich kann ja in der tiefe ich kann ja Ach, gekauft hier oben. Also, eigentlich dachte ich, ich hätte nichts gekauft, außer jetzt die AE-Version vielleicht. Aber so ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. Aber, naja, wenn ich diese ganzen Sachen hier habe, Star Wars. Also, wenn das jetzt 500 Teile sind, dann ist das sicherlich ziemlich viel. Also, dann können wir da jetzt wahrscheinlich nicht alles durchgucken. Aber das hier bekommt man doch nicht alles, da war es. Farming irgendetwas, sagst du? Auch hier. Also, ja, das sieht nach der Helljachenfarm aus. Nur, dass hier irgendwie noch so ein Blumenhaus, sondern ein Gewächshaus stammt mit Bienenstöcken drin und so. Aber sonst sieht das aus, wie die Helljachenfarm so ausgesehen hat. Der Ort könnte auch ungefähr passen. Okay, innen war das nicht ganz so geräumig, meine ich. Ah, ja, doch. Das sieht danach aus. So ähnlich auf jeden Fall ist das ja mit der Windmühle. Ja, ich glaube, das ist die Helljachenfarm hier. Okay. Ja, wenn das drin ist, dann ist das ja auch schön. Die Helljachenfarm, die ist, glaube ich, mehr... Also, das Helljachengebäude, ich glaube, das gibt es sowieso im DLC Hardfire. Und daraus hat dann jemand die Helljachenfarm gemacht. Also, das Haus ist immer noch oben, glaube ich, und ein Stück weiter unten ist dann eben die Helljachenfarm. Sehr nett. Willkommen im Moorblick. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir. Es ist schön, einen Gast zu haben. Wir haben nicht viel zu bieten, aber wenn ihr einen trockenen Ort für die Nacht braucht, könnt ihr hier ein Zimmer bekommen. Vielleicht, ja. Was ist denn mit dem abgebrannten Haus? Roggers Haus? Es ist vor kurzem abgebrannt. Das mit seiner Frau und den Kindern ist wirklich schlimm. Die Schreie haben die halbe Stadt aufgeweckt. Die meisten Leute meiden es, da sie fürchten, es sei verflucht. Wie ist das Feuer ausgebrochen? Rogger behauptet, das Feuer sei von der Kochstelle ausgegangen. Einige sagen, Rogger hätte es selbst gelegt. Obwohl seine Frau und sein Kind im Haus waren. So erzählt man es sich. Er lebt jetzt bei Alva. Einen Tag nach dem Brand ist er eingezogen. Es gehört sich einfach nicht, einen Tag nachdem die Familie stirbt, zu einer neuen Frau zu ziehen. Und natürlich können sie nicht beweisen, dass er sie ermordet hat. Ja. Unser Jarl wüsste jedoch nur zu gern, ob er es getan hat. Vielleicht zahlt er sogar dafür. Interessant. Ja gut, ich suche nach Arbeit. Wisst ihr was? Hier. Seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Drachen in Ahnenblutspitze. Erfahre ich hier auch was über Magie? Sucht ihr nach Valion? Warum belästigt ihr nicht die Zaubereien ihrer Akademie in Winterfeste und lasst meinen Bruder in Ruhe? Ich frag doch nur. Läuft dann das Geschäft in Mortal schlecht? Nein, es gibt überhaupt keins. Schon vor dem Krieg gab es nicht viele Gründe, Mortal aufzusuchen. Und jetzt? Naja, sagen wir einfach. Die Vordertür wird nicht oft benutzt. Was ist mit dem Org? Lorburg? Er hält sich für einen Baden. Er zahlt, also kann er bleiben. Hätte ich Kunden, würde ich mir Sorgen machen, dass er sie nervt. Aber, naja, seht euch um. Was habt ihr zu verkaufen? Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? Oh, Moment mal. Da sind ein paar gute Sachen dabei. Bier? Ah, der Schnutfisch ist doch gut. Oh, das ist sehr gut gekochtes Rindfleisch. Nennen wir doch immer gerne. Keine Gerüchte? Na schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, unbedingt sofort schlafen müssen wir gar nicht. Wir können, glaube ich, dieses Horn holen. Warum tun diese gegenseitig weh? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich brauche irgendwie eine Asbestrüstung. Warum tun die sich gegenseitig weh? Der ist doch schon wieder weg. Wir gehen mal unserer Aufgabe weiter nach. Ja, ich glaube, ich habe davon gehört. Wir gehen wieder irgendwo rein und können überhaupt nichts tragen. Das ist gerade ein bisschen blöd, dass wir wirklich gar nichts haben im Überlebensmodus. Keinen Rucksack und nichts. Also ich habe auch noch keinen gefunden bis jetzt. Ich meine auch, dass man normalerweise an jeder Ecke diese Rucksäcke findet und Betten und sowas. Schlafsäcke. Na gut, ist ja scheinbar nur eine ganz kleine. Wir gucken mal nach. Ganz kurz. Da geht's. Bis zum nächsten Mal. Was ist das denn? Oh, Vampir-Diener. Achso, für die Höhle gibt es eine Quest in Mortalia. Dann gehen wir lieber wieder raus. Nicht, dass wir hier irgendwas durcheinander bringen. Esor, ja, vielen Dank. Wir wollten hier sowieso das Horn holen. Okay. Okay. Hm, kalter Sumpf oder blau-warm? Sieht kalt aus. Ostengraf entdeckt. Schuppenhorn-Rüstung. Ganz schön wertvoll für das Gewicht. Ist das schon alles? Ja, besser Sumpf sagst du als das, was deine Hülle wohnt. Okay. Okay, okay. Wo kommen die auf einmal alle her? Ja. Da muss irgendwo ein Nest sein. Ja. 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 Das war ja wohl gar nichts hier. So. Ja. 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 Weil das nie herkommen soll. Das war... gar nichts. Das war's. Oh Mann, Lydia. Ah, okay. Ach. Das hast du so schnell geschafft. Sehr gut. 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 Ich wollte nichts sagen gerade, aber ich habe mir auch so gedacht, oh, das ist ja jetzt... Naja, okay. Ein bisschen unglücklich gefallen. Ein Zauberbuch, Heldenmut. Na ja, wir müssen ja nicht alles lesen, aber mitnehmen können wir das durchaus. Mit ohne Unterwäsche. Das ist gut. Okay, ihr habt alle nichts dabei. Wo ist euer Reichtum? Die haben nichts, deswegen sind sie auch so sauer vielleicht. Na ja, dann geht es eben hier rein. Eben das Horn holen, zu den Graubärten zurück und dann haben wir es. Na, da bekämpfen sich welche. Oh, die lassen wir sich zanken. Drei? Vier? Oh. Aber wer ist da vom Freund? Wer ist da vom Feind? Eso, ja, ja. Eso, ja, 70, das kann ich mir vorstellen. Auf YouTube oder Twitch ist das dann aber schon ein bisschen heikel. Also, das kann ich mir vorstellen. Ein Lehrling so stark. Du sagst Gnade und greifst weiter an oder dein beschworenes Ding da. Alles gut? Hast du Husten? Hast du dich erkältet? Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Ein Nichts schönes dabei für uns. Mal sehen die anderen vielleicht. Okay. Allerdings muss ich sagen, bei YouTube, da habe ich auch schon einen Strike direkt nicht bekommen, aber wegen solchen Sachen, vor allem bei Thumbnails, erstaunlich. Aus Vollort 76 war da eine Schaufensterpuppe drauf. Ich konnte nichts machen. Also ein Strike war es zum Glück nicht, aber ich habe da einen fetten schwarzen Balken rüber machen müssen, damit es dann durchging. Und bei, ich weiß gar nicht mehr jetzt wie der Titel heißt, den habe ich auch mal bei DINET vorgestellt, genau. Das ist so total, wie sagt man, Pixelart dieses... Also da hat man wirklich nichts gesehen, da war auch nichts, aber was soll man machen, wenn das... Ich habe das mehrfach versucht hochzuladen. Und da war auch nichts, das war hier... Die Kleidung war so ein bisschen freizügig... Ja, war überhaupt nicht freizügig. Also da wundert es mich dann, dass Cyberpunk durchgegangen ist, denn da waren... Ja, in meinem Livestream zumindest, tatsächlich ein paar Sex- und auch Nacktszenen drin. Oder Succubus. Das ist ja ganz heftig. Aber das hat dann auch funktioniert. Okay, das habe ich von mir aus auf 18 gestellt. Konnte also sowieso nicht monetarisiert werden, aber... Cyberpunk, wie gesagt, da waren schon einige Szenen drin. Da dachte ich, das könnte Ärger bekommen. Ist schon alles sehr eindeutig gewesen, aber nichts. Vielleicht dauert es auch. Kommt vielleicht noch. Ich bekomme ja heute auch manchmal noch Urheberrechts... Beschwerden. Wegen... Heißt das Beschwerden? Also ist kein Strike für den Kanal, aber wegen irgendwelcher Musik in... Ja, was war das letztens? Irgendwas total Altes, das sich ganz am Anfang mal hochgeleitet haben. Ja, Fallout 4, die ersten Folgen. Oder Mass-Effekt oder sowas. Wir müssen da eh... Da drüben müssen wir irgendwo durch. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn ich mich an irgendwelche... Questen hier nicht so richtig erinnern kann. Dann habe ich das verdrängt aus irgendeinem Grund. Ach, der einzige Weg führt auch hier durch den Gang, den wir da gerade hatten. Hier durch die Höhle. Was war das? Wow. Wir sind nicht allein hier. Nein. Lydia, du rockst. Oh, D3 Herz. Ja, das hat nichts zu bedeuten. Das haben manche schon mal bei sich. Keine Panik, alles ist gut. Blutgespritze übrigens ist kein Problem, das geht. Ja, und ich freue mich darüber. Ja. Ich stehe zu eurer Verfügung. Hm, was geben wir denn ein schönes, schweres? Ach hier, den Stab des Frostbisses. Ich glaube, Lydia nutzt auch gerne mal Stäbe. Wie haben wir das dann früher gemacht? Haben wir echt die ganzen Sachen immer verkauft? Oder waren wir die ganze Zeit überladen? Ich frage mich, wie das ging. Na ja, schon mal im Überlebensmodus brauchten wir ja nicht so viel Essen mit unserem zu schleppen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Ich meine, wir haben uns darum bemüht, dass wir als erstes einen Rückzugs- und Speicherort hatten. Ein Haus, in dem wir also unsere Sachen hinbringen konnten. Ja. Und darum haben wir uns sehr, sehr schnell bemüht. Obwohl, Briesenheim. Ich meine, das habe ich beim ersten Durchlauf erst sehr spät bekommen. Wie habe ich das dann gemacht am Anfang? Wie habt ihr das denn gemacht? Tama, willkommen zurück, Tamagot. Tamagot-Chi-Chi. Wie geht es dir schon? Guten Morgen. Müdigkeit, ja, ich, ähm, dann, ähm, du fragst, Tamagot, ob es Müdigkeit hier nicht gibt bei mir über die Feiertage. Ja, so, das kann ganz plötzlich kommen dann, wenn der letzte Energy-Drink dann nachlässt. Ich bin ja Koffein und so nicht so gewohnt und da wirkt das dann doch. Und Weihnachten oder so zu Feiertagen gönne ich mir dann doch mal auch einen Dr. Pepper. Und das hält mich sowieso meistens ein, zwei Tage wach. Wie gesagt, ich bin kein Koffein gewohnt und dann ist das ziemlich heftig bei mir immer. Ich, ähm, ja, schön, dass du nochmal reinschaust. Einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag wünsche ich dir nochmal. Raubtiere gefüttert hast du, Tamagot, sagst du? Geschlafen wie ein Stein, sehr schön. Früher hat man ohne Überleben gespielt und ich glaube auch, irgendwie konnte man mehr tragen früher. 105, ach so, ja, haha, weil wir das nicht geskillt haben. Wahrscheinlich, wir haben ohne Ende dann Ausdauer geskillt, immer damit wir ein bisschen mehr tragen konnten. Ja, dann haben wir Schmiedesachen gemacht und so, ja, das irgendwie weigern wir uns ja scheinbar, unsere Talentpunkte einzusetzen. Warum auch immer jetzt schon wieder. Was ist hier los? Kann ich mich bewegen wieder? Dann mal los. Oh ja. Zwei Meter weit. Ja, und dabei habe ich doch den größten Spaß immer am Sammeln. Also irgendwie müsste das hier noch anders. Ich bin schon wieder überladen. Zwei Meter gelaufen. Ach so, ohne Überleben kann man von vornherein schon mal das Doppelte tragen. Ja, das ist aber natürlich ein Hammer-Unterschied. Na klar. Oh ja, dann verstehe ich, warum das jetzt irgendwie alles so schleppend vorangeht hier. Umso mehr hätten wir uns diesmal bemühen sollen, dass wir ganz fix ein Haus, eine Kiste oder so etwas bekommen. Eichenhaut. Denn ich glaube, in Weißlauf das da einfach auf den Boden zu werfen, das ist auch noch keine endgültige Lösung. Irgendwann passiert vielleicht irgendwas Besonderes und dann sind die Sachen vielleicht auch alle weg. Hier haben wir doch geguckt, oder? Wir gucken mal hier links. Ist dir kein Seelenstein für uns versteckt? Lydia, das geht nicht. Ich bräuchte nochmal. Bin immer noch da. Deine Kraft. Ich stehe zu eurer Verfügung. Oh, hoppla. Ach, jetzt habe ich wieder hochgescrollt aus Versehen hier. Ein Moment. Sonst kann ich den Chat doch nicht sehen. Nee. Gut, dass du das sagst. Ich überlege dir schon jetzt seit ein paar Stunden, warum das so wie... Nein, warum das so ist, nicht. Aber wie wir das früher gemacht haben, dass das alles so ein bisschen schneller ging, ja überleben, klar. Aber klar, wenn man mehr tragen kann, dann hat man ja auch... Wenn man doppelt so viel tragen kann, dann geht ja alles doppelt so schnell auch. Dass man Geld bekommt, dass man Skills bekommt, das geht ja alles doppelt so schnell dann. Die Dinger hier wiegen ja auch. Wow, wie viel Skoma haben wir hier auch drin. Aber Tränke, ich glaube Lydia trinkt auch mal ganz gerne hier so ein paar. Heilungstränke auf jeden Fall. Ach, soll sie ruhig. Sie trägt ja auch alles für uns. Oh, es geht ja auch alles für uns. Also, ich freue mich. So, einen weiteren Begleiter braucht man da, sagst du. So, die Helljahren-Farm, da konnte man Leute tatsächlich anheuern, also keine Begleiter. Da kamen dann irgendwelche Leute rein, auch Wachen und sowas alles. Die haben da den Hof bewacht, also echt gut. Ja, alleine diese Sachen hier. Klein Vieh, aber ich weiß noch, wie viel ich davon immer gesammelt habe und dann zum Haus gebracht und da erstmal so abgelegt und später dann irgendwann sortiert. Ach, das wiegt ja alles hier nichts. Das geht immer auf und ab hier mit den Häuten. Wahrscheinlich hat Lydia schon viel mehr, als wir brauchen. 78. Ich finde, das ist aber immer noch ein bisschen schwer. Ach so, jetzt kann sie so langsam nichts mehr tragen. Okay. Wir werden aber ein bisschen weiter laufen können, werden wir aber hoffentlich. Okay. Das war's. Oh, sie hält gegen mit dem Stab. Anheuern geht nur bei den beiden Farmarbeitern, sagst du? So, ja, 70. Der Vogt sollte dann zwar auch gehen, aber da hast du dann doch noch nicht rausgefunden, wie das geht. Okay. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Oh. Oh, krasser Hölle hier. Oh, krasser Hölle. Oh, krasser Hölle hier. So, krasser Hölle hier. Oh, krasser Hölle hier. So, krasser Hölle hier. So, krasser Hölle. Oh, krasser Hölle, krasser Hölle, krasser Hölle. Krasser Hölle. Oh, krass, krasser Hölle hier. Dann haben wir das Horn. Ich bin so gespannt, was für ein Horn das ist. Heiß, 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 heiß. Mein Leben geht. Keine Reflexe mehr. Holla, das war knapp. Oh nein, 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 nein. Schon wieder. Ach, die gleiche Stelle. Was ist denn hier? Ach so, was ist das? Oh. Wir haben ein Rätsel. Können wir das ausschalten? Ach, ich weiß, was ich mache. Wow, ich kann ja gar nicht. Drüber springen, während ich ranne. Huch. Hat gut funktioniert. Sehr guter Plan. Oh mein Gott, ich kann gar nicht glauben, dass ich Speichern schon wieder vergessen habe. Natürlich Speichern. Was war das? Oh, wir sind ja schon fast da. Was ist denn da? Was ist denn da? Ach so. Ach ja, wir haben ja einen Schrei. den wir noch irgendwie brauchen, den wir noch irgendwie brauchen. Da hast du recht. E-Soja 70. Wir haben so einige Schreie, die wir mal anwenden könnten. Bis jetzt dämmert nicht wirklich was hier. Die wir noch mal anwenden könnten. Hm, da bin ich ja mal gespannt. Nee, da oben waren wir ja. Kann das auch im Überlebensmodus liegen? Ich wundere mich, bei Jolina Hawk habe ich gesehen, da war fast in jeder Rune, so gut wie in jeder Rune, war irgendwas drin. Ein paar Goldstücke, ein Smaragd, Saphir, irgendwas war da drin. Und bei uns sind alle Runen leer hier. Als ob schon jemand hier gewesen wäre. Kann das der Überlebensmodus sein? Weiß das jemand? Tut mir leid. Scheinbar müssen wir doch irgendwie nach hinten. Hier durch. Das ist gar keine Tür. Ja, dann müssen wir doch nach oben. Nein. Das ist gar nicht klar. Das ist gar nicht klar. Das ist ja eigenartig. Wo geht es denn hier lang? Hier wieder runter. Ah, vielleicht. Aha. Was ist das? Hey. Was ist das? Was liegt hier? Ein Stein. Was rennt da denn rum? Irgendwas merkwürdiges auf jeden Fall. Noch so Skelette, das sah gerade aus wie irgendein Insekt ein großes oder so. Woa! Was ist das hier denn bloß? Ein Wort der Macht. Vielleicht dort. Jo. Geht nicht. Näher rangehen. Willkommen zurück, Tama. Ja, das hört man doch gerne. In deiner Familie geht es gut, sagst du. Du hast gerade telefoniert. Ja, das ist ja schön. Das fand ich jetzt etwas merkwürdig. Hm. Ein Riss in der Dimension irgendwie. Kein Collider drin hier an der Stelle. Merkwürdig. Das ist doch sicherlich nicht so gewollt. Ja, immerhin fällt man nicht ins Endlose, sondern kommt dann ganz in der Nähe wieder raus. Auch merkwürdig. Oh. Habe ich schon eingesammelt? Hm. 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 Ja, dann gucken wir mal, dass wir unserem Questmarker folgen. Vielleicht schauen wir mal auf die Karte ausnahmsweise. Ustengraf. Ja, das soll eigentlich genau hinter uns eine Tür sein, die ich nicht sehen kann. Aber vielleicht ist sie auch eine Etage höher und da durchgehen sollten wir ja eh nicht. Hm. Aber es ist schon merkwürdig, dass ich mich auch gar nicht hier dran erinnern kann an so eine Aufgabe. Also bei den Graubärten habe ich noch irgendwie was anderes Erinnerung. Irgendwas mit, das war aber bestimmt eine Modifikation, irgendwas mit so einer Box. Ein riesiger Kasten, bei dem man öfter so schreien musste, um da irgendetwas in einer Kombination auszulösen. Oh, hier waren wir noch nicht. Gut, jetzt. Nicht schlecht. Ich glaube hier geht es weiter. Ich glaube hier geht es weiter. Oh nein, wir sind in der falschen Höhle hier, sagst du? Oh nein, wir sind in der falschen Höhle hier. Okay, alles gut, sagst du, ist die richtige Höhle. Wie schön, ich habe null Erinnerungen daran. Und ich sagte ja, dass ich bei Jolina Hawk vor ein paar Tagen oder Wochen einige Tage mitgeguckt habe und unter anderem war auch die Graubart-Geschichte dabei. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das hier gesehen habe. An sowas hier hätte ich mich doch mit Sicherheit erinnert. Na ja, Jolina ist vielleicht irgendwie von da oben gekommen oder so. Gar nicht hier hinten in der Ecke gewesen. Obwohl sie hat das sich auch alles ganz genauer angeguckt, meine ich. So wie ich auch, wie man das ja auch gerne hat. So, alles genauer erkunden, angucken. Da geht es rauf, ich gehe da jetzt rauf. Aber kommen wir nicht von hier? Niemals, wir kamen ja doch von da. Das ist nicht schön hier, muss ich mal sagen. Das gefällt mir hier nicht. So, die anderen Höhlen sind immer so, uh, schöne Höhle, schöne Stadt, schöne Ruine. Aber das hier, das sieht aus wie Chaos, oder? Alles so ein bisschen durcheinander hier. Das geht doch nicht. Okay, es gibt hier einen uralten Bug. Ja, aber da muss ich ja erstmal hinkommen, ich weiß gar nicht. Wie das denn gehen soll. Okay, ich, du hast ja schon einen Tipp gegeben vorhin. Vielleicht schon ein bisschen zu viel Tipp. Das hätte aber auch ewig gedauert, bis ich darauf gekommen wäre, hier diesen zu messen. Toll. Moment, hier ist doch. Jürgen. Ja, das sind so altertümliche Namen. Tama, Jürgen Windrufer. Jürgen gibt es auch, aber das ist der, der andere, der von der Lippe. Hey, geh doch da raus. Ist dir kalt? Ja, so, komm mal. Wie sollen wir das denn hier machen? Lydia, erzähl. Woo! Haha, hier waren wir vorhin. Barsist. Interessant. Warum, wenn ich das hier so sehe, kommt mir das aber auch nicht so bekannt vor? Waren wir vorhin hier? Ja, ich mag den auch, Tama, Jürgen von der Lippe. Ja, natürlich waren wir gerade hier, war ein Skelett. Ah, okay. Ich brauche Licht. Hör auf! Ha! Jetzt erinnere ich mich. Also, nicht, dass ich schon mal hier gewesen wäre, aber ich erinnere mich an... Ja, an den Livestream, okay. Wie war das nochmal? Gibt es hier eigentlich irgendeinen Hinweis? Autsch! Oh, mein Kopf, das gibt Kopfschmerzen. Lydia, ich hoffe, du hast eine Aspirin dabei. Vielleicht speichern, bevor wir hier irgendwo gefangen sind, gleich. Okay. Oh ja, da hatte Jolina an dieser Stelle auch extrem zu kämpfen. Ich weiß gar nicht mehr, wie... Irgendwann hat es geklappt oder ich weiß gar nicht mehr, wie das dann war. Oh! 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 Hehehehe. Mumifizierte Leiche. Mit einem Dietrich drin. Was? Wie bist denn du da durchgekommen? Die Türen sind jetzt auf. Vielleicht so. Machen wir mal Licht. Ich hab schon gesehen, Feuer hier. Oha, hier auch. Lydia kann das viel besser. Die weiß auch immer sofort, wo die Viecher sind. Alle... Oh. Wo ist sie hin? Ach da. Ach, die können so hier rüber krabbeln. Dem passiert nichts. Ich weiß, dass jemand ob hier auch was an der Physik der Pfeile geändert wurde. Weil ich meine, ich hatte das eigentlich mit dem Schießen einigermaßen drauf. So, mit dem Treffen vor allem. Schießen ist ja kein Problem, aber Treffen. Und ich hab so das Gefühl, als wäre die Physik jetzt irgendwie ein bisschen anders hier. So, zum Beispiel vorhin bei diesem Hexenraben. Normalerweise tatsächlich. Ich meine, auch früher musste ich total weit nach oben schießen, weil die Physik den Pfeil natürlich nach unten gezogen hat, dann auf die Entfernung. Aber diesmal irgendwie nicht. Okay, wie machen wir es jetzt? Oh, Lydia. Mach das weg, mach das weg, mach das weg. Gut. Du schaffst das. Das war zu viel. Oh. Wow. Also, eh so, ja, 70. Du kennst, glaube ich, auch jede Quest und jedes Rätsel und weißt, wie man das löst, oder? Da waren im Livestream, da waren einige knifflige Sachen bei. Und wie gesagt, ich kann mich gar nicht mehr, obwohl ich das öfter gemacht habe, gar nicht mehr so gut dran erinnern. Aber ich muss auch sagen, dass ich außerhalb von YouTube, vor YouTube also, beim Spielen natürlich dann auch mal ein Bierchen getrunken habe und so. Also, von daher ist... Das habe ich noch nie gesehen. Habe ich auch nicht. Guck mal, die vielen Steine, wer die hier runtergeschlört hat. Und von daher kann das deswegen auch alleine schon sein, dass ich manche Sachen mir nicht so gut gemerkt habe. Oh. Davon weiß ich ja gar nichts mehr, oder? Geht das dann? Ist das... Soll das so? Nein, davon weiß ich nichts mehr. Ist das hart, wie ich kann... Nee, das ist ohne... Ohne Collider. Boah, das ist hier, als ob das hier alles kaputt wäre, ist das... Finde ich. Okay, wenn du das siehst, dann... Wenn du eine Stelle siehst, schreibst du, dann fällt dir das wieder ein, an der du selber irgendwann schon mal getüftelt hast. Okay. Oh, Tama, du fängst neue Pokémons. Das hört sich auch interessant an. Pokémon habe ich gar nicht bis jetzt. Achso, muss ich das zumachen? Dann kommen wir ja nie wieder raus. Ich mache es lieber wieder auf. Aber das mit den Statuen hier, das war doch auch gerade merkwürdig. Und das Wasser ist doch auch hier irgendwie ganz seltsam. Ist das heiß? Heißes Wasser, das dampft ja. Rätselhafte Notiz. Komischerweise, das kommt mir wieder bekannt vor. Oh nein, jetzt zahlt es uns dieser Svenheim, dass wir es... ...hier vermiest haben mit Camilla. Ja, aber das waren ja solche... Ich wollte da gar nicht mitmachen. Das waren solche Intrigen. Ich hätte denen gesagt, seid ihr bekloppt, mich mit sowas zu belästigen? Ich hätte da überhaupt nicht mitgemacht bei solchen Intrigen. Flusswald. Das war jetzt hier sehr verstörend für mich. Okay. Oh, eine Urne, in der was drin ist. Na toll. Halt. Keine Fallen hier. Leer, 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 leer. Leer. Das muss... Ey, das gibt es doch überhaupt nicht. Das muss an diesem... Hier ist was drin. An diesem Überlebensmodus liegen. Dass alle Urnen leer sind. Bei Jolina waren die alle... Die meist... Also, fast alle waren voll. Ich glaube, alle waren sogar voll. Da war überall... ...waren ein paar Septime drin, wenigstens. Oh. Oh, 150 Septime hier in der Kiste. Ach, und der Strahl... Der Stahlkolben des Frost. Noch so ein Wellkündstein. Sehr verstörend hier. Ist auch die Kerzen, wie die platziert sind, so komisch schief alles. Kann das sein, dass ich vorhin irgendwann mit dem Kopf auf die Tastatur geknallt bin und gerade am Schlafen bin und das hier nur träume? Das sieht alles so unrealistisch, so komisch ist das hier alles. Uff. Bin ich froh, dass ich hier raus bin, erstmal. Da ist schon wieder irgendwas seltsames. Ach du. Machst du mir keine Angst. Ausgang, bitte Ausgang, bitte Ausgang, bitte Ausgang, bitte Ausgang. Und... Der gleiche Raum wie vorhin. Lauter leere Uhren... Urnen... Wo, was, wieso... Die Truhe. Das geht so lange weiter, so mit den Tränken, bis ich dann total überladen bin. Wir haben auch nicht sehr viele Seelensteine gefunden bisher. Ja, aber das kann dran liegen, wir waren so gut wie gar nicht in irgendwelchen Höhlen. Und da treiben die sich herum normalerweise, aber... Selbst für die paar Höhlen? Entschuldigung, selbst für die paar Höhlen, in denen wir waren, hätte da ruhig schon mal... Da hätten schon mal ein paar Septime mehr drin sein können, vielleicht. Hier, alles leer. Da ist was. Aber auch Ringe. Silberringe sind hier drin und so. Uh, Wiederherstellung verbessert auf 26. Das Geheimnis von Prinzessin Talara. Von Mera Lukit. Band 2. Sie fühlte nichts. Dunkelheit umgab ihren Körper und ihren Geist. Schmerz schoss durch ihr Bein und mit diesem Gefühl kam gleichzeitig eine große Kälte. Sie öffnete die Augen und stellte fest, dass sie zu ertrinken drohte. Ihr linkes Bein war absolut bewegungslos, Aber mit Hilfe des anderen Beins und ihrer Arme kämpfte sie sich nach oben zu den Monden über ihr. Es war ein langer, schwerer Weg durch die wirbelnden Strömungen, die sie nach unten zogen. Endlich gelang es ihr, die Wasseroberfläche zu durchbrechen. Sie sog die kalte Nachtflut gierig ein. Sie befand sich immer noch nahe der felsigen Küste der Hauptstadt des Königreichs Kammlorn. Aber die Strömung hatte sie schon ziemlich weit von der Stelle am Kavils Türfelsen fortgetrieben, wo sie hineingefallen war. Nicht gefallen, dachte sie und korrigierte sich selbst. Man hatte sie gestoßen. Sie ließ sich weiter stromabwärts treiben. Die steilen Klippen wurden langsam flacher, bis sie fast mit der Wasseroberfläche auf einer Höhe waren. Am Ufer tauchte eine Silhouette eines großen Hauses auf. Als sie sich ihm näherte, konnte sie den Rauch sehen, der aus dem Kamin aufstieg, und das Flackern von Licht im Inneren. Der Schmerz in ihrem Bein war stark, aber noch schlimmer war die Kälte des Wassers. Der Gedanke an ein warmes Kaminfeuer war ausreichende Motivation, um wieder mit dem Schwimmen zu beginnen. Am Ufer angelangt, versuchte sie zu stehen, aber sie musste feststellen, dass es nicht ging. Das einfache, weiße Kleid, das sie beim Blumenfest getragen hatte, war zerrissen und fühlte sich wie ein Bleigewicht auf ihrem Rücken an. Vollkommen erschöpft, brach sie zusammen und begann zu weinen. Hilfe! rief sie. Wenn ihr mich hört, bitte, bitte helft! Einen Moment später öffnete sich die Tür des Hauses, und eine Frau kam heraus. Es war Ramke, die Greisin, die sie auf dem Blumenfest getroffen hatte. Diejenige, die... Sie ist es! gerufen hatte, noch bevor sie selbst wusste, wer sie war. Im Gegensatz dazu spiegelte sich jetzt kein Erkennen in den Augen der alten Frau, die sich ihr näherte. Bei... bei... Seetite... Seid ihr verletzt? flüsterte Ramke. Und half ihr auf. Ich habe doch dieses Kleid schon mal gesehen. Wart ihr eine der Tänzerinnen auf dem Blumenfest heute Abend? Ich war mit Gräfin Julia Raceda, der Tochter des Königs. Ich... Ich weiß... Sie... Sie hat uns vorgestellt, stürnte sie. Ich nannte mich selbst Gina von Daggerfall. Ach, aber natürlich, ihr kamt mir gleich so bekannt vor, sagte die alte Frau und führte sie über den Strand bis zur Tür. Ach, mein Gedächtnis, es ist nicht so gut, wie es einmal war. Wärmt euch auf und lasst uns euer Bein ansehen. Denn Ramke nahm Gynas durchnässtes Kleid, setzte sie vor das Feuer und hüllte sie in eine Decke. Als die Betäubung durch die Kälte langsam nachließ, spürte sie den intensiven Schmerz in ihrem Bein wieder. Bis dahin hatte sie nicht gewagt, es zu betrachten. Als sie es tat, hätte sie sich bei dem Anblick, der sich erbot, beinahe übergeben. Ein tiefer, klaffender Riss, umgeben von aufgedunsenem, geschwollenen, fischweißem Fleisch. Ein dicker Blutstrom sprudelte aus einer Arterie hervor und rann in Strömen auf den Boden. Ach, meine Güte, sagte die alte Frau, als sie zum Feuer zurückkehrte. Das muss euch ziemliche Schmerzen bereiten. Ihr habt Glück, dass ich mich noch immer an einige der alten Heilzauber erinnere. Ramke setzte sich auf den Boden und presste ihre Hände an beide Seiten der Wunde. Gina fühlte einen stechenden Schmerz und dann ein kühles, sanftes Zwicken und Prickern. Als sie hinunterschaute, bewegte Ramke ihre faltigen Hände langsam aufeinander zu. Unter ihrer Annäherung begann sich die Wunde vor ihren Augen zu schließen. Das Fleisch verband sich wieder und auch die Blutergüsse verschwanden. Bei Kühna rät, keuchte Gina, ihr habt mir das Leben gerettet. Nicht nur das, ihr werdet auch keine hässliche Narbe auf eurem hübschen Bein zurückbehalten, kicherte die alte Dame. Ich musste diesen Zauber so oft anwenden, als Gräfin Jelia noch klein war. Ihr müsst wissen, ich war ihr Kindermädchen. Ich weiß, lächelte Gina. Aber das ist lange her und trotzdem erinnert ihr euch an den Zauber? Oh, wenn man etwas neu erlernt, selbst in der Schule der Wiederherstellung, gibt es immer viel zu lernen und viele Fehler zu machen. Aber wenn man einmal so alt ist wie ich, dann muss man sich nicht mehr an die Dinge erinnern. Man weiß es einfach. Schließlich habe ich den Zauber vermutlich schon tausendmal angewendet. Die kleine Gräfin Jelia und die kleine Prinzessin Talara verletzten sich andauernd irgendwo. Kein Wunder, wo sie noch immer überall herumkletterten. Gina seufzte. Ihr müsst, ihr müsst Gräfin Jelia sehr geliebt haben. Das tue ich noch immer, strahlte Ramke. Aber sie ist nun erwachsen und alles ist anders. Wisst ihr, es ist mir zuvor nicht aufgefallen, aber ihr ähnelt meiner Gräfin sehr. Habe ich das schon erwähnt, als wir uns auf dem Fest begegnet sind? Ähm, das habt ihr, sagte Gina. Das heißt, ich glaube, ihr wart der Meinung, ich sehe aus wie Prinzessin Talara. Oh, ja, das wäre so schön, wenn die Prinzessin zurückkehren würde, stieß die alte Frau hervor. Wisst ihr, als die ehemalige königliche Familie ermordet wurde und alle sagten, dass die Prinzessin tot sei. Obwohl wir die Leiche niemals fanden, hatte ich den Eindruck, dass das wahre Opfer Gräfin Jelia war. Ihr kleines Herz zerbrach einfach und eine Zeit lang sah es so aus, als würde das auch für ihren Verstand gelten. Wie, wie meint ihr das? fragte Gina. Was, was ist denn damals passiert? Ich weiß nicht, ob ich das einer Fremden erzählen sollte, aber es, es ist in Kamlorn allgemein bekannt und es ist wirklich so, als würde ich euch kennen. Ramke kämpfte kurz mit ihrem Gewissen und begann dann zu erzählen. Jelia war Zeugin der Morde, müsst ihr wissen. Ich fand sie später. Sie hatte sich in dem entsetzlich blutverschmierten Thronraum versteckt. Sie war wie eine zerbrochene Puppe. Sie sprach nicht und sie aß nicht. Ich versuchte es mit all meinen Heilzaubern, aber ich konnte nichts tun. Sie hatte so viel mehr erlitten, als nur ein aufgeschlagenes Knie. Ihr Vater, der damalige Herzog von Oloin, schickte sie in ein Sanatorium auf dem Land, damit sie sich erholte. Das arme, kleine Mädchen, sagte Gina bedauernd. Es dauerte Jahre, bis sie wieder sie selbst war, sagte Ramke nickend. Und in Wahrheit ist sie auch nie wieder ganz geworden. Wundert es euch, dass ihr Vater sie nicht zu seiner Thronerbin machte, als er zum König gekrönt wurde? Er glaubt, dass sie nicht die Richtige ist. Und so sehr ich dies auch bestreiten möchte, so hat er doch recht. Sie erinnerte sich an nichts. An rein gar nichts. Denkt ihr? Gina wählte ihre Worte sorgfältig. Und dass es ihr besser ginge, wenn sie wüsste, dass ihre Cousine, Prinzessin Talara, noch lebt und dass es ihr gut geht? Ramke dachte darüber nach. Ach, ich glaube schon, aber vielleicht auch nicht. Manchmal ist es am besten, nicht zu hoffen. Gina erhob sich und stellte fest, dass ihr Bein genauso kräftig war, wie es aussah. Ihr Kleid war getrocknet und Ramke gab ihr einen Umhang, darauf bestehend, dass sie sich vor der kalten Nachtluft schützte. An der Tür gab Gina der alten Frau einen Kuss auf die Wange und dankte ihr. Nicht nur für den Heilzauber und den Umhang, sondern für alles andere Gute, das sie je getan hatte. Die Straße in der Nähe des Hauses führte nach Norden und nach Süden. Zur Linken lag der Weg zurück nach Kamlorn, wo Geheimnisse verborgen lagen, zu denen nur sie allein den Schlüssel besaß. Im Süden befand sich Daggerfall, ihre Heimat seit nun mehr als 20 Jahren. Sie konnte ganz einfach dorthin zurückkehren, zu ihrer Professorin, zu ihrer Profession auf den Straßen der Stadt. Sie dachte einige Sekunden nach und traf dann eine Entscheidung. Sie war noch nicht allzu lange gelaufen, als eine schwarze, von drei Pferden gezogene Kutsche mit dem kaiserlichen Wappen begleitet von acht Reitern an ihr vorbeifuhr. Sie fuhr nach noch einige Meter weiter und hielt dann plötzlich an. Sie erkannte einen der Soldaten als Gnorbot Fürststrales Diener. Die Tür öffnete sich und Fürststrale selbst, der Botschafter des Kaisers, der Mann, der sie und all die anderen Frauen zur Unterhaltung bei Hofe angeheuert hatte, trat heraus. Ihr, rief er missbilligend, ihr seid doch eine von den Prostituierten, oder nicht? Ihr seid diejenige, die während des Blumenfestes verschwand. Gina, habe ich recht? Ja, das stimmt alles, lächelte sie säuerlich. Bis darauf, dass mein Name, wie ich herausfand, nicht Gina ist. Das ist mir vollkommen egal, sagte Fürststralen. Was macht ihr auf der Straße nach Süden? Ich habe für euch bezahlt, dass ihr bleibt und das Königreich erfreut. Wenn ich zurück nach Kamlorn ginge, gäbe es eine Menge Leute, die darüber nicht erfreut wären. Was erklärt euch, sagte Fürststrale. Das tat sie. Und er hörte zu. Ich fand die Geschichte so verwirrend, wie alles andere hier. So, ich bin froh immer noch, wenn ich hier raus bin. Aber eine schöne Geschichte. Es ist nicht schlimm, du siehst immer noch gut aus. Das war jetzt nicht so gemeint. Ich brauche, glaube ich, mehr Licht, oder... Wo ist denn hier der Ausgang? Entschuldigung. Ah, das waren die fünf Sekunden. Okay, jetzt geht es schon wieder. Ach, die haben wir alle schon. Aber wir sind direkt wieder zum Ausgang gebracht worden hier. Durch die Türen und so. Naja, das haben Türen an sich. Entweder führen sie rein oder raus. Es ist selten, dass sie irgendwo anders hinführen. Naja, darum heißen sie Türen. Naja, ich bin nicht ganz sicher. Gleich haben wir es geschafft. Wir sind raus und wir haben das Horn nicht. Ich bin gespannt, was für ein Horn das überhaupt ist. Ich denke natürlich an nichts... Merkwürdiges und... Was, was? Hast du gesagt, was? Oh Mann, oh Mann. Ja. Wir haben auch immer noch keine vernünftige Kleidung gefunden. Wir rennen immer noch wie ein Bandit rum. Uff, Schmetterlinge nur. Die machen nichts. Wo sollen wir... Ach, da sollen wir hin. Ist es sehr weit. Ich öffne mal die Karte und gucke ausnahmsweise mal, wie weit weg das ist auf der Weltkarte. Ach, nach Flusswald hat er doch gesagt. Flusswald... Oh nein, nicht schon wieder. Ach so. So scroll ich doch hier. Ah, Flusswald... Boah. Delfine. Okay, dann sehen wir die nette Delfine wieder. Aber ob es eine Kutsche gibt, die uns dorthin bringt? Och, wir laufen. Das ist ja nicht weit. Wenn man guckt, dann ist das nur von da bis da. Und da sind wir bestimmt in fünf Minuten da. Querfeld ein. Wir lassen uns nicht ablenken und beeilen uns ein wenig. So, ja, 70. Hol das Horn. Da ist kein Horn, sagst du? Da war ein Zettel. Den hätten wir ja mitbringen können. Ob er damit einverstanden wäre, ist doch fast genau wie ein Horn. Ja, wie gesagt, ich habe da verschiedene Vorstellungen genommen, was für ein Horn es sich dabei handeln könnte. Freund oder Feind? Das sind Sturmmäntel hier, oder? Ja. Healmarsch, Lager der Sturmmäntel. Schenkt er mir ein Pferd? Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Kann ich ein bisschen Gold haben? Das funktioniert hier nicht bei denen. Die haben selber nichts. Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Kämpft ihr gegen Hunde? Oh, schade. Naja, ich weiß sowieso nicht. Die Sturmmäntel finde ich nach wie vor seltsam. Ich glaube, das geht jedem so, oder? In Skyrim. So die Fraktionen, die sind, man kann nur das kleinere Übel nehmen und ich glaube, für viele sind das dann die Kaiserlichen. Obwohl das ja eigentlich die Invasoren sind oder die, ich weiß auch nicht. Da kann man, man kann gar nicht so richtig was schönreden hier. Richtig ist das nicht. Ist das etwa schon der Berg von dem, wo ich meine, dass der, von dem ich meine, dass der das wo ist? Dass der, nee. Das ist ja alles total weiß und kalt hier. Und wir rennen hier im Badeanzug rum quasi. Lydia rennt schon gar nicht mehr mit. Oh, ein Weg. Wir bleiben auf dem Weg. Okay, da geht es nach, hier geht es wahrscheinlich zu den Vampiren. Die Luft ist eisig. Ja, das hatten wir schon. Und hier geht es nach Einsamkeit, glaube ich. Dann werden wir über Rorikstadt zurück. Endlich sehe ich Rorikstadt mal wieder. Dann kann ich mich nochmal vergewissern, ob ich die wirklich so toll finde, die Stadt. Oh, was ist denn hier alles? Na, als ob ich jetzt wüsste ganz genau, wo es hingeht. Ja klar, da oben ist Einsamkeit. Rorikstadt müsste in diese Richtung sein. Ja, das sind vielleicht alles nur so Hirngespinste. Wachträume. Das hätte ich wohl gerne. Ein Schneefuchs. Hm, so ein Wolf schon wieder. Hoffentlich sieht er uns nicht. Boah, wir sind am Meer. Dann sind wir ja gleich, wie heißt denn das? Dämmerwacht? Dämmerstern, glaube ich, heißt das. Was war denn das? Boah, wir werden total lange jetzt in der Kälte sein hier. Das verstehe ich nicht. Weshalb wir im Überlebensmodus, das wäre doch das Erste, was wir irgendwie machen müssen. Dass uns da gezeigt wird, wie macht man ein Feuer, einen warmen Mantel. Okay, aber wenn wir hier entlang laufen, Richtung Flusswald, dann müssten wir an der Helljachenfarm vorbeikommen. Oh, was? Lass dich nicht anmachen von den Wölfen, die existieren nur in deiner Fantasie. In Wahrheit gibt es... Oh, Mann. Okay, Lydia, ich mach mit. Oh, Moment. Wenn das immer so ging, wenn man sich darauf verlassen könnte, ja? Und wir brauchen ja auch noch die Haut vor denen. Wenn man sich immer darauf verlassen könnte. Oh, Mann, uns wird es nicht gut gehen. Nee. Egal. Egal. Unsere Lydia hat so einiges im Gepäck. Sonst werden wir gleich wieder erfrieren, so wie in der Ecke von Windhelm. Aber da ist es natürlich wirklich extrem kalt. Aber hier ist es auch extrem kalt. Das ist ja auf gleicher Höhe von Windhelm hier, glaube ich, alles. Würden wir in die Richtung gehen, würden wir in Dämmerstern rauskommen. Ähm, da bin ich ganz sicher. Passt auch zu dem Startpunkt. Ich hoffe, Lydia ist jetzt nicht festgefroren. Habe ich hier in der Nähe links nicht irgendwo Serana getroffen oder befreit? Ach ja, das hätte ich gerne gemacht. Warum haben wir das nicht als erstes gemacht? Man kann nicht alles machen. Ich finde, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Ich glaube, im Let's Play nach 500 Folgen bin ich noch nicht einmal in Weißlauf gewesen. Was machst denn du da? Ach, so eine Spinne. In Weißlauf bin ich da, glaube ich, noch nicht gewesen. Aber dafür habe ich schon ein paar Vampiraufträge gemacht und auch alles mögliche andere. Das ist ja das Schöne an Skyrim. Na schön, gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Im Ernst? Geht. Sofort. Das ist bedauerlich für dich. Hey, die haben voll was drauf, diese Diebe, ne? Ich glaube, der macht uns jetzt platt. Also, eher würde ich sterben. Dann ist das wohl euer letzter Wunsch, Dummkopf. Unser Husker rettet uns. Oh, nein. Das macht er gar nicht. Wir sind tot. Oh, zum Glück haben wir nicht F5 gedrückt irgendwann zwischendurch mal. Richtig gut. Aber dafür ist das Wetter jetzt besser. Ja, noch hier ist das Wetter besser. Oh, Mann. Na, das ist schon übel mit dem Überlebensmodus, oder? Hilfe dabei. Hier sieht es doch wärmer aus. Halt. Haben wir sowas schon? Sumpfpilzschote. Das ist richtig zugefroren, der See hier. Der Sumpf. Wir müssen einen großen Bogen um Drachen und Wölfe machen. Bis es wieder wärmer wird. In wärmeren Gegenden. Oh. Da sollten wir immer noch viel davor wegrennen. Steinbühl entdeckt. Ich erinnere mich. Wir laufen in die falsche Richtung hier übrigens. Hier geht es nach Markath. Mortal zurück. Hier müssen wir lang, aber dann gehen wir wieder. Dann werden wir da rauskommen, wo wir gerade waren. So ungefähr. Wir müssen irgendwie an diesem Gebirge vorbei. Dahinter ist es warm. Wärmer auf jeden Fall als hier. Also ich kann sagen... Oh, hier brennt's. Nicht einmischen. Die machen das unter sich aus da. Nein, 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 nein. Da kommen wir wieder in irgendeine Höhle rein. In irgendeine Ruine. Das war kein Elch, glaube ich. Ein Hirsch. Ein Riesenlager. Dort mit dem großen Feuer, das Ding. Und die trauen uns aber auch nicht so richtig. Also die würden uns da nicht in ihr Lager lassen so gerne. Ich weiß gar nicht mehr, was das da für ein Haus ist. Könnte sein, dass das auch schon irgendwie so ein Vampir-Nest ist oder so. Und Lydia. Oha. Ich hoffe, sie folgt uns. Ah, da kommt sie. Und das wäre auch nicht schlecht, wenn ein paar freundliche Leute hier wären, die... Ja, die sagen, kommt rein, wärmt euch auf. Nehmt einen Keks. Dunstert. Naja, wir kommen ganz schön rum. Ach, da sind Wölfe. Es ist zu kalt zum Kämpfen. Den Wölfen ist das ja egal. Die haben ja ein dickes Fell, aber wir... Oh, gut. Wir nutzen die Chance und hauen schnell ab. Joa, die sind schon unterwegs. Ne, Moment. Das brauchen wir. Oh, oh. Ach, der ist schon hinüber. Oh, das geht aber doch ganz gut hier mit dem Feuer. Was ist da oben? Noch ein Wolf? Naja, das ist irgendwas anderes. Was ist das? Du bist ein roter Punkt. Was auch immer das war, es hat die volle Ladung abbekommen, aber... Ich glaube, die Kleidung nehme ich mir mit. Ein Assassiner. Notiz der Assassinen der dunklen Bruderschaft. Zum ersten Mal, dass wir einen von denen treffen. Oh, die Kleidung können wir gar nicht mitnehmen. Was habe ich denn jetzt eingepackt? Oh, nichts mehr weg von hier. Was machst denn du da? Hör ruhig auf. Das ist nicht unbegrenzt. Irgendwann ist der leer. Das sieht wärmer, wärmer aus voraus. Das ist ein Elch hier. Da haben wir schon wieder Wölfe. Die sind bekloppt. Die greifen ja alles an. Okay, den kriegen wir nicht mehr. Den hier könnten wir aber mal ausnehmen. Ach so, während des Kampfes kann ich kein Tier häuten. Kommt der denn zurück? Ach, egal. Ich glaube, dass wir sowieso schon genug Tiere haben für die nächste Stufe. Was ist denn das da für eine Burg? Ist das Drachenfeste von Weißlauf? Nee. Das kann doch auch nicht sein. Das kommt mir so unbekannt vor da. So ein großes Gebäude. Ein Toast. Boah, ziemlich stark dieser Zauber. Naja, gegen Wölfe. Gegen Wölfe sollten wir so langsam auch was ausrichten können. So. Und dann. So. 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 Okay. So. 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 Ach, da ist irgendetwas. Oh, das wird noch interessant. Doch, das ist Weißlauf. Nee. Weißlauf hätte ich doch erkennen müssen. Ein Weißlauf von hinten. Oh, ein schöner Himmel. Das ist Weißlauf von hinten. Ja, wir sind schon ziemlich in Sicherheit. Also viel dürfte jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Und hoffentlich hat es Lüdi ja auch geschafft. Okay. 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 Was? Oh, ein Schnutfisch. Niedlich. Niedlich, der Schnutfisch. Okay. 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 Greetings to Peru, how are you? And Merry Christmas! Oh, noch ein Fackelwürmchen. Mein Englisch ist Marlow, ich verstehe nicht. Hu, wir leben noch. Wir sind angekommen in Flusswalde und wir haben es geschafft. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Ich brauche eine Schlafmöglichkeit. Uns geht es ja gut auf einmal. Ne, dann... Wir sind unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon vergangen. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Ja, jetzt ist aber auch so langsam... Ich... Du durftest hier bleiben? Die haben dich nicht verbannt oder rausgeworfen? Okay. Delfin, ich mag Delfin. Wie seid dieser Gast und habt ihr herumgeschnüffelt? Was? Gar nicht wahr? Ich wollte ein Dach... ein Dachzimmer mieten? Ach ja, richtig. Das Zimmer unter dem Dach? Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Ja, super. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Gut, gut. Ja, ich gehe ja schon. Alles gut. Das linke soll ich nehmen? Sonst nehme ich doch das andere immer. Lydia, da bist du ja. Du hast doch hergefunden. Wie schön. Oh. Die Truhe ist leer. Das Bett... Oh, wir gehen schlafen. Ja, da bin ich jetzt aber glücklich, dass wir das geschafft haben. War doch jetzt gar nicht so kompliziert. Ging doch recht schnell, oder was meint ihr? Mhm. Was sollen wir machen? Hier warten? Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Uh. Wir müssen reden. Folgt mir. Oha. Sieht schmerzhaft aus. So gebogen ist das Horn von ihm. Ich dachte... Na gut. Ich komme. Ja. Nicht hier. Folgt mir. Alles klar. Alles klar. Geht voran. Lydia? Was macht ihr denn da? Ich gehe jetzt voran. Ach, sie hat ja auch gesagt, geht voran, oder? Ne, sie hat gesagt, folgt mir. Das ist das genaue Gegenteil von dem. Was mache ich? Nicht hier. Folgt mir. Ach ja, okay. Geht doch alles. Mhm. Okay, aber nicht drauf reiten, ja? Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mir gibt's nicht zu sagen. Schließ die Tür. Tatsächlich. Äh, rein oder raus? Ähm, okay, ich mache nichts. Ihr habt doch wohl keine Angst vor, wenn wir reden. Quatsch, Angst. Du sagst es, Eso. Ja, 70. Ich hab mir von einer... Ja, Delfine ist bestimmt schon jetzt voll drauf. Die muss hier das alles... Guckt euch das an. Vielleicht hat sie das sogar selber gebaut, alles mit ihren eigenen Händen. Ja. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Und... Ihr seid diejenige, die das Horn genommen hat? Überrascht? Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Was hat es denn mit dieser Nacht- und Nebelaktion auf sich? Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmoor sind überall. Was wollt ihr von mir? Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmoor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche, euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Sprecht weiter. Ich höre zu. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Ja, es kommt drauf an. Kann ich euch denn vertrauen? Ihr hättet mir das Ding ja auch einfach per Kurier schicken können und sagen können, ja, ich habe es schon. Und das wäre eine ganz andere Basis für ein Gespräch gewesen, für eine Partnerschaft. Habt ihr gesagt, dass die Talmoor hinter euch her sind? Davon habe ich... Haben wir da was gehört? Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aha. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Na ja, wer weiß. Wir können da ein bisschen rumschreien und das heißt aber nichts... Warum sucht ihr eigentlich ein Drachenblut? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Tatsächlich, ja. So etwas ist dann schon mal wieder erfahren. Das muss uns nicht peinlich sein. Das kann allem... Jedem kann das mal passieren. Einen Teil, ja, absorbiere ich. Man könnte sagen, die Seele des Drachen, ja. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, den widerstrebenden Helden zu spielen. Entweder seid ihr ein Drachenblut oder nicht. Aber das werde ich bald genug mit eigenen Augen sehen. Na, ihr nennt mich doch alle so. Ich hab das nie von mir behauptet. Warum sucht ihr noch mal ein Drachenblut? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter hat. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Gibt es einen Haken an der Sache? Was ist der Haken? Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Wieso denkt ihr, dass die Drachen wieder lebendig werden? Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Ja, ich töte die Dinger ja sowieso. Also von daher ist es relativ wurscht. Können wir machen, oder? Wie habt ihr das dann rausgefunden alles? Das solltet ihr doch wissen. Ihr habt im Ölsturz-Hügelgrab die Karte für mich organisiert. Wo ist's? Der Drachenstein war eine Karte alter Drachengräber. Ach was. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten. Angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifthorn. Das bei Künishain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Aha, und wo soll es jetzt hingehen? Künishain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Vampire vielleicht... Finde den Drachenfriedhof. Interessant. Ja gut, dann lasst uns einen Drachen töten. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Ja, da. Sie hat Reisekleidung. Und wir? Das ist besser. Machen wir uns auf den Weg nach Künishain. Oh nein, wie siehst du... Ach da. Kannst du das noch... Kannst du das nochmal machen? Kriege ich auch sowas? Ja, geht schon. Ich hab... Jetzt geht's mit der Shift-Taste auf einmal. Naja, egal. Wir sind scheinbar ausgeruht. Aufgewärmt. Sit und satt. Oh, Moment. Wo geht es hin? Künishain. Oh, zum Glück ist es nicht soweit. Aber... Wie kommen wir da hin? Moment mal. Nein, 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 nein. Das ist eine andere Aufgabe. Wir sind ja... Nanu? Welche Aufgabe? Hier ist ja gar keine ausgewählt. Ach, hier oben. Jetzt haben wir's. Delfine glaubt, dass die Drachen wieder zum Leben erwachen und der Nächste sich nahe der Stadt Künishain wiederbeleben wird. Sie hat versprochen, mir mehr über sich und ihre Ziele zu verraten, sobald ich sie davon überzeugt habe, dass ich das Drachenblut bin. Und dazu muss ich den Drachen töten. Und zwar in Künishain. Aber wo ist denn das? Ach, hier doch. Da. Oh, Mamma Mia. Und sie kommt nicht mit. Sie läuft alleine ohne uns. Hm. Da ist es auch schon wieder so kalt hier oben. Da waren wir doch in der Ecke. Hier ist Windhelm. Das ist total kalt hier. Und wir haben immer noch keine vernünftige Kleidung. Karl-Heinz Meier, hallo. Und einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag, heißt das. Schönen zweiten Feiertag. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Schön, dass du zurück bist. Künishain liegt in diese Richtung. Wir können zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen. Ganz wie ihr wollt. Nö, nö, wir machen, wir bleiben zusammen. Was gibt es? In welche Richtung gehen wir? Ah, wer sind die Talmor? Das ist gut. Sie erzählt uns jetzt unterwegs. Die Fraktion, die den Altmeribund erhält. Nein, doch nicht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Mhm. Aber warum jagen sie euch eigentlich? Wir haben sie in der Vergangenheit verletzt. Und sie sind nachtragend. Ach was. In welche Richtung gehen wir? Künishain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Prima. Ja, dann los. Komm, wir müssen nach Künishain. Nur zu. Ich folge. Ja, soll ich vorgehen? Da stimmt doch was nicht. Wir gehen mal vor. Sie wird uns ja schon rufen, wenn wir irgendwo falsch abbiegen, hoffe ich. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Jetzt nimmt's Fahrt auf. Okay. Ach so, Karl-Heinz. Ich... Ja, immer noch dabei. Wir können uns keine Verzögerungen leisten. Ich ranne einfach durch, wenn du das willst. Musst du nur sagen. Tatsächlich sind wir schon eine ganze Weile jetzt dabei. Karl-Heinz. Sollen wir ein Wettrennen machen dorthin? Ich bezweifle, dass die Talmoor schon von euch gehört haben. Also dürften wir zumindest vor Ihnen sicher sein. Prima. Haben wir euch lange genug an diesem grotesken Anblick gelacht? Der sollte wohl dankbar sein. Hä? Was hat er denn für ein Problem? Oh mein Gott, so einer ist mir tatsächlich mal auf der Straße begegnet. Ich bin nur vorbeigelaufen. Der hat mich da voll angemacht. Ich... würde... was, was? Keine Ahnung. Ich würde gucken oder irgendwas. Ich weiß auch nicht. Es gibt komische Menschen manchmal. So wie der, ja, solche Menschen gibt's. Wenn mir das passiert ist, dann ist es bestimmt vielen, vielen anderen auch schon passiert. Da gibt's bestimmt total viele Menschen da draußen. Ey, was machst du hier? Wieso gehst du hier? Na ja, so war das nicht, ne? Das war wirklich... Der... wirklich? Ich weiß nicht. So wie der da gerade. Wir sind doch nur vorbeigelaufen und der macht uns an. Äh, was guckst du uns an? Hast du genug gestarrt? Willst du ein Foto machen? Hä? Was hast du denn für ein Problem? Geh nach Hause. Leg dich hin, schlaf dich aus. Was? Hier willst du? Nein, ne? Auf der Straße. Will bleiben auf der Straße? Oh, die ist ganz schön fit. Ja, ja, die hat das Horn vor uns gefunden. Die müsste ganz fit sein. Nicht ablenken lassen. Oh, cooler Hund vielleicht. Musik wäre schön jetzt dabei. Oh. Joggingmusik. Wir sollten besser zusammenbleiben. Nicht, dass ihr euch umbringen lasst, noch bevor wir dort ankommen. Was? Ich mich umbringen? Ich hab doch hier mein F5-Knopf. Aha, ich hab's mir fast gedacht, dass es hier entlang geht. Was jetzt? Ich hoffe, ihr seid ein Drachenblut. Wirklich. Aber das werden wir bald genug herausfinden. Was machst denn du? Das war gut jetzt. Eine Schleife, um mir das zu sagen. Ich glaube, die kennen sich aus, aber... Vielleicht auch nicht. Ach, egal. Ich mag die. Was jetzt? Verlaufen? Nein. Ja? Nein. Oder? Sie hat auch kein Pferd. Oh, sie sagt die ganze Zeit was. Ach so, immer das Gleiche. Na gut. Oh, verflixt. Jetzt sagst du was. Wir sollten in Bewegung bleiben. Esoyars... Esoyar 70. Wie hat sich das da rausgeholt? Ohne die ganzen Trauger abzumurksen. Die kann gut schleichen. Ja, ich sag doch, Delfine hat's voll drauf. Das ist auch keine von diesen verborten Rassisten, wie viele hier rumrennen. Na, und sie kennt so schlaue Wörter wie Banditen, Kühne sein und... Denkt daran, wir suchen keinen Ärger. Ja, ja. Was machst denn du? Wo bist du? Oh nein. Hey, hilf hier! Ich hab mein Feuer. Nein, das ist das Falsche. Das ist das Schwert. Das fängt auch mit F an, aber... Wird anders geschrieben. Moment. Dumme Entscheidung. Was machen wir denn hier? Was macht ihr hier? Ich halte euch den Rücken frei. Hier ist ja gar keiner. Oh, Mann. Banditenanführer. Ich hab ihn entdeckt. Der brennt gerade. Ich hab ihn markiert. Oh, nein. Ich lebe. Alles gut. Das war Absicht. Moment. Banditen. Die haben doch bestimmt richtig viel Geld. Na, die sind steinreich. Deswegen wohnen die auch hier in so einem Stein. Oh nein. Nichts zu machen. Keine schönen Sachen dabei für uns. Ich meine, hier bin ich immer ganz gerne hingegangen, wenn ich... Oh, unser erster Lederrucksack. Ja, den nehmen wir gleich mit. Hochwertiger Lederrucksack. Die Tragfähigkeit wird um 75 Punkte erhöht. Dann nehmen wir... Vor Freude nehmen wir gleich das Kleid für unsere Lucrezia auch mit. Ein Gelbes hat sie, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, das andere war grün. Und jetzt? Jetzt können wir gleich mehr tragen. Ha! So sieht die Welt schon anders aus jetzt. Eso, Jahr 70, die schaffen das schon. Guck! Was geht denn hier ab? Was ist denn? Geht's weiter? Na, okay. Dann gehe ich vor... Oh, wo ist sie hin? Ich meine, hier bin ich immer zum Skillen und Sachen abholen hingegangen. Ach, hier geht's runter. Nein, sie ist abgehauen ohne uns. Ah, gut. Da ist sie ja. Na gut, die Farbe passt mir jetzt nicht ganz, aber man gewöhnt sich sicherlich dran. Vielleicht kann man den ja auch noch einfärben, den Rucksack. Hey, guck doch mal, was ich auf dem Rücken habe. Guck mal, wie schlau ich bin. Ich habe einen Rucksack. Boah, sie guckt gar nicht. Boah, sie guckt gar nicht. Boah, sie guckt gar nicht. Die hat einen komischen Rhythmus. Also, ich kann nicht rennen, dann überhole ich sie und beim Gehen, wenn ich gehe, dann läuft sie mir davon. Jetzt passt's, glaube ich. Bergab ist sie langsamer gegangen. Nee, sie ist immer noch ein bisschen langsamer. Sie hat nachgelassen. Delfine, komm schon. Vielleicht, wenn ich rückwärts laufe. Erstmal ausruhen. Ach, wir sind schon da. Nee, doch nicht. Was ist da eine Schlammkrabbe? Das ist nicht dein Ernst. Och, jetzt echt, das ist doch so weit weg, das Dings. Der hier gehört mir. Alles gut. Lydia ist voll in ihrem Element. Sie räumt überall total auf. Mit ihr darf man auch nicht durch den Wald rennen. Es sind nachher keine Tiere mehr. Da vorne kommt was. Was ist das? Na schön. Guck mal. Hey. Ich brauche einen Zeugen. Hast du gerade Fisch gesagt? Geht. Sofort. Netter Versuch. Aber mir jagt dir keine Angst ein. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Spinnst du? Ey, guck mal. Wir sind zu dreht und wir haben unsere Delfine dabei und den Huskal. Hau ab. Jetzt geht's rund. Selber schuld. Ich hab dich gewarnt. Selber schuld. Au. Der hat mich getroffen. Ihr müsst besser sein. Jaja, ich mach ein bisschen mit. Okay. Nur für die Kamera. Also ich mach das Schwierigste. Ich nehm den aus. Der hat auch keine schönen Sachen gehabt. Oh nein. Lydia schon wieder. Egal. Die kriegt sich wieder ein. Die spielt da mit dem Stab rum. Ich weiß nicht. Ich glaub vielleicht hat sie da keine Ausbildung. Und weiß nicht mehr wie das Ding ausgeht. Sie denkt vielleicht das ist ein Feuerlöscher. Und der muss jetzt leer entleert werden. Komplett. So. Von wegen TÜV und so. Wir überqueren den Weißfluss und folgen seinem Lauf nach Windhelm. Dann können wir in Südrichtung nach Künishain abdrehen. Hm. Ich hab kein Wort verstanden. Wir sollten besser zusammen bleiben. Nicht, dass ihr euch umbringen lasst, noch bevor wir dort ankommen. Äh. Na ja gut. Ich. Ich. doch meistens nur Glück. Wer hat das gesagt? Ja. Was war in. Na in Mordtal. Letztens. Lydia. Es gibt ein Gasthaus in Künishain, das düster weint. Dort soll ein wohlschmeckendes, dunkles Bier ausgeschenkt werden. Er kommt selbstverständlich nicht an den schlafenden Riesen heran. Mhm. Boah, ist das weit. Hätten wir doch mal die Pferde genommen. Ich kann nicht mehr. Ich geh zurück. Ich hol Pferde. Das dauert auch zu lange hier alles. Okay, bis zum Drachen sagst du. Eso Jahr 70 ist das noch ein weiter Weg. Okay. Ja. Gut. Ich kann etwas Führung gebrauchen. Hm. Fass. Gefällt mir nicht. W- Moment mal. Was hast du denn da für eine Waffe? Ist das so ein Samurai Schwert? Geht das überhaupt hier? Tatsächlich, ich glaub das ist so ein Samurai Schwert. Ich bin froh, dass ihr bereit wart, mir zu vertrauen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht die beste Art war, mich vorzustellen. Aber alte Gewohnheiten. Ihr wisst schon. Na ja. Ja. Ach ähm. Ja, das... Meine Güte, es hat sich bewegt und ich... Wie im realen Leben. Mit dem darf man nicht durch die Stadt gehen. Oh, jetzt wird's kalt. Ja. Die Rüstung von Delfine ist bestens geschützt. Ich hab gesehen, die hat da so Haare dran und so. Haare im Fell, mein ich. Ja. Jetzt ist es nicht mehr weit. Königshain liegt gleich die Straße hinunter im Südosten. Ach was. Eso, ja, bis zum bösen Drachen sagst du. Diese jetzt sind nur Spielzeuge... Ach. Ich komm schon, ich komm schon. Wie jetzt echt? Du rennst da mit uns hin, damit wir das da entdecken. Na gut. Dann wissen wir schon mal, wie wir fliehen können nachher. Nur Spielzeuge sagst du. Das ist Könishain. Besonders hübsch ist es nicht. Der Gastwirt kann uns sicher sagen, ob es in der Nähe ein Drachenhügel gibt. Ich seh nix. Kühnes Sein entdeckt ja doch. Wartet. Da stimmt etwas nicht. Nein. Da solltet ihr nicht hochgehen. Ein Drache. Er greift an. Ja prima. Deshalb sind wir hier. Wir helfen. Wo? Was? Ein Drache? Es gibt keine Drachen. Er ist über die Stadt geflogen und auf dem alten Drachenhügel gelandet. Ich weiß nicht, was er dort oben macht. Aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Komm, vereilt euch. Wir kommen vielleicht zu spät. Vielleicht sollten wir hinterher? Die kennt sich besser aus hier in der Gegend. Ach du bist das gar nicht wo? Oh nein. Nein, nein, nein. Wo ist die denn jetzt schon wieder? Vielleicht hier reingerannt? Die ist weg. Oh, großer Vogel. Das ist Alduin. Das ist Alduin. Warum so entblößt? Oh. Keine gute Idee, wenn wir uns alle hinter einem Stein verstecken. Ich rede mit ihm. Ich muss was sagen. Dann kommen wir das in der Stuhl. Die Stuhl. Oh! Wir müssen ihn aber nicht abreden. Ich muss alle andere durchlemenschen. Das sind die Stuhl. In der Stuhl. Nicht die Stuhl. Auch die Stuhl. Wir müssen alle stepsen. ich hab das gar nicht die anderen sagen das immer moment aber falscher knopf aber ich kann das hier weg sind sie aber der ist ja gar nicht nett schieß weiter das hilft nicht ich habe seinen kopf sein hals ich habe immer zu wenig ausdauer ausdauer jawohl endlich ich wusste doch dass wir sowas drauf haben moment ich nehme das lieber erstmal weg nicht dass das nachher leer ist alles ja keine panik das passiert jedes mal ich kann auch nichts dafür hast du das nicht so langsam glaube ich wo du das jetzt sagst glaube ich auch da dran vielleicht sollten wir doch ein paar skill punkte ein paar talent punkte einsetzen ach so hallo ich schulde euch einige antworten nicht wahr nur zu was immer ihr wissen wollt ich verheimliche euch nichts ach schon gut ja jetzt will ich es gar nicht mehr wissen was wisst ihr über die rückkehr der drachen absolut gar nichts ich war ebenso überrascht wie ihr diesen großen schwarzen drachen hier vor zu finden diesen drachen alduin der fliehen konnte den habe ich schon mal gesehen wirklich er hat helden angegriffen als ulf rick vor den kaiser geflohen ist außerdem hat er mir geholfen ohne ihn wäre ich da nicht rausgekommen vielleicht in zwei teilen aber nicht an einem stück interessant derselbe drachen verdammt wir stochern hier im dunkeln wir müssen herausfinden wer hinter all dem steckt gut los geht's wer seid ihr und was wollt ihr von mir ich bin eines der letzten mitglieder der klingen vor langer zeit waren die klingen drachentöter und wir dienten dem drachenblut dem größten drachentöter seit 200 jahren seit dem letzten drachen blut kaiser suchen die klingen nach einer aufgabe nun da die drachen zurückkehren liegt unsere aufgabe wieder klar vor uns wir müssen sie aufhalten ich verstehe allerdings die klingen wer ist das genau heute kennt niemand mehr auch nur unseren namen wir waren in ganz tamriel als die beschützer der septim kaiser bekannt aber diese zeiten sind schon lange vorbei seit 200 jahren suchen wir nach dem nächsten drachenblut um es zu führen und zu schützen wie wir es geschworen haben aber wir haben niemals eines gefunden bis heute cool unsere lucretia kriegt ihre eigene armee das finde ich super die klingen hört sich auch noch cool an irgendwie die klingen gut was ist unser nächster schritt zuerst müssen wir herausfinden wer hinter den drachen steckt die talmoor sind unsere heißeste spur wenn sie nicht selbst dahinter stecken dann wissen sie zumindest wer es tut ja ich denke das können wir alles fragen also helft mal auf die sprünge wer waren nochmal diese talmoor die fraktion die den altmeribund beherrscht die die während des großen krieges vor 30 jahren beinahe das kaiserreich zerstört hätten es gibt keinen größeren feind der menschheit in tamriel das kaiserreich hat den letzten krieg kaum überlebt die talmoor haben nicht vor den nächsten zu verlieren so ja ist das ist das kein fehler oder so irgendwie eine modifikation oder so etwas mit dem mit dem samur mit dem samuraischwert kämpfen die wirklich so ich habe mich gewundert das passt ja so gar nicht hier in die welt von skyrim oder wieso denkt ihr denn dass die talmoor die drachen zurückbringen nicht zahnfest ist noch nicht aber mein gefühl sagt mir dass es niemand sonst sein kann das kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst der krieg war praktisch vorüber dann greift ein drachen an Ulfric entkommt und schon geht der krieg wieder los und nun greifen die drachen überall und jeden an Himmelsrand ist geschwächt das kaiserreich ist geschwächt wer außer dem talmoor hätte sonst etwas davon ok danke ESO du sagst du du glaubst auch dass das sonst ein anderes Schwert war ja das wäre jetzt echt ein ja ein Bruch das wäre irgendwie ganz was anderes ja vor allem naja ok ich sage nichts dazu weil ich nicht weiß ich habe ja erst mich auch gewundert nur als ich das gesehen habe weshalb sind die talmoor eigentlich hinter euch her vor dem großen krieg unterstützten die klingen das kaiserreich gegen die talmoor unser großmeister hielt sie für die größte bedrohung für tamriel damals stimmte es vielleicht stimmt es immer noch also bekämpften wir sie im verborgenen in ganz tamriel wir dachten mit ihnen hätten wir leichtes spiel wir haben uns geirrt mhm und das war's ja gut ok wollen wir bleiben wir hier wir müssen herausfinden ob die talmoor hinter der rückkehr der drachen stecken wir müssen irgendwie in die botschaft der talmoor gelangen ach nö das ist das jetzt ja kriege ich wir müssen herausfinden ob die talmoor hinter der rückkehr der drachen stecken wir müssen irgendwie in die botschaft der talmoor gelangen AJA mir ist da gerade aufgefallen, dass der kleine rote Balken viel kleiner ist als der kleine blaue Balken Was ist das denn hier? wir müssen herausfinden ob die Talmoor hinter der rückkehr der drachen stecken Wir müssen irgendwie in die Botschaft der Talmor gelangen. Ach so, ja jetzt verstehe ich. Aber wie kommen wir in die Botschaft der Talmor? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Wir laufen hinterher. Flusswald ist okay. Wir müssen ein bisschen Kohle und sowas machen. Nein, nein. Du kennst den Weg. Ich folge nur. Cool. Also eine ganze Armee für uns. Wie viele seid ihr? Also die wichtigen Fragen konnten wir jetzt gar nicht stellen. Wo ist euer Hauptquartier? Unser? Dann. Wie treu seid ihr? Wie weit kann ich gehen mit euch? Was macht ihr alles? Ist das denn die richtige Richtung? Abkürzung. Gut. Ich glaube sie kennt eine Abkürzung. Hier ist ja auch nicht kalt. Ach, nach Winten, zu den Stellen und dann mit der Kutsche los. Ja, wir fahren mit. Wir können uns ja die Kosten teilen dafür. Was braucht ihr, Drachenblut? Also doch nicht die Kutsche. Sie läuft lieber... Ah, okay. Wer rastet, der rostet. Ich darf hier nicht zu nahe kommen, sonst wundert sie sich immer. Wenn wir zickzack laufen, ich glaube, dann kriegen wir das Tempo von ihr so ungefähr ausgeglichen. Also doch nicht die Kutsche. Ich hab dich malığımız Allerwechlagen. Ich habe mich ins Gäste nocheres. Ich bin auch immer mitey insights. Ich konnte mich... Ach, ich bin Bockge an. Ich hab mich nicht CO- Não, wie es auch nicht mehr zu sehen. Ich hab mich nicht mehr zu sehen. Ich hab mich bei mir alles abkuscht. Ich hab mich gar nicht mehr aufsetze, nghiture ... Ich hab mich nicht mehr Lukekör requests, ein bisschen Ned здесь dom, wenn es unverteigungsvoll ist. Die ist ein bisschen zu langsam. Gar nicht so einfach, wenn das Tempo nicht synchron ist von beiden. Aber sie rennt kontinuierlich weiter. Verlaufen? Braucht ihr etwas? Nein, nein, ich wollte nur gucken, wo sie hinrennt. Irgendwas hat sie hier geguckt. Vielleicht war das die Zentrale und dann hat sie gemerkt, dass wir dahinter sind. Und dachte mir, na, dann laufe ich da lieber doch jetzt nicht hin. Aber warum? Wir sind doch der Oberchief Commander von der Armee der Klingen dann. Das ist ja mal interessant. Oh, was denn nun? Macht's die Scherze. So. 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 sucht sie wirklich was anderes? Fühlt sich verfolgt? Dixie sucht sie, genau. Ja, also das könnte jetzt, ich glaube die rennt nur noch hin und her. Ich glaube das könnte jetzt ewig dauern hier. Wir machen das so, wir setzen uns hier oben auf den Stein und gucken zu. Aber das ist auch merkwürdig. Warum rennt sie hier hin und her? Ich meine das muss ja irgendeinen Sinn ergeben. Oder das muss doch irgendjemand gesagt haben, dass sie das machen soll. Die Richtung hier würde stimmen in diese Richtung weiter. Nein, ich glaube die ist hier in einer Endlosschleife gefangen und rennt nur noch hin und her. War da eine Katze? Achso, ja. Esojar7, du sagst die... Die Katze hat sie ein bisschen vom Skript abgebracht. Von dem, was sie hier machen sollte. Und Pokémon regt dich auf, sagst du Tama? Hier speichern und neu laden, sagst du. Da bleibt wohl nichts anderes übrig. Sonst findet sie ja nie nach Hause. Ah, jetzt hat sie es. Speichern und neu laden, also okay. Mal gucken, was sie jetzt macht. Sie rennt schon mal hier in die falsche Richtung. Und jetzt... Sie rennt schon mal hier in die falsche Richtung. Oh Mann. Oh Mann. Sie meint ja, ob die das so programmiert haben, dass sie immer einen längeren Weg zurücklegt, hin und her, von dem Punkt zu dem Punkt, damit wenn der... also wenn wir, wenn unsere Lucrezia zufällig hier so hin rennt und guckt... Aber ja, da... Die rennt ja immer noch. Damit es so aussieht, als würde sie immer noch rennen. Dabei rennt sie in Wirklichkeit immer nur hin und her. Aber jedes Mal wird diese Strecke etwas länger, sodass sie dann verzögert irgendwie ankommt. Aber das hätte man doch besser über Zeit lösen können, dass man sagt... Ach, das geht doch anders. Nee, ach Quatsch. Das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig jetzt. Ich meine, ging ja auch. Könnte man auch machen. Und sie wird die ganze Zeit sich bewegen und irgendwo hin und her rennen. Aber das hätte ja schon... auf jeden Fall hätte das jemand schon gemerkt und irgendwo geschrieben, dass sie immer nur hin und her rennt. Ja, jetzt... ich glaube, wir können drei Stunden so weitermachen. Was... was braucht ihr, Drachenblut? Wir können nochmal alles fragen. Na gut, versuchen wir das nochmal. Wer sind die Talmor? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Wollt ihr die lange oder die kurze Version hören? Die lange Version? Sie sind die Herrscher des Altmeribundes. Früher die ehemaligen kaiserlichen Provinzen Walenwald und die Somerset-Inseln. Bei den Talmor nimmt die Arroganz der Hochelfen extreme Züge an. Sie halten sich tatsächlich für die rechtmäßigen Herrscher von ganz Tamriel. Seit einem Jahrhundert oder mehr dringen die Talmor Stück für Stück auf das Gebiet des Kaiserreichs vor. Zuerst übernahmen sie Walenwald, dann die Provinz Elsweier. Doch selbst die Klingen haben den großen Krieg nicht kommen sehen. Wir haben die Talmor unterschätzt und sie haben uns vernichtet. Was ist dann mit den Klingen passiert? Es waren die Talmor. Seit 30 Jahren bringen sie jede Klinge zur Strecke, die sie finden können. Dank des Weißgold-Konkordats konnten sie ungestraft im gesamten Kaiserreich operieren. Aha, das hat sie aber gerade nicht alles erzählt, hm? Und weshalb jagen sie euch? Moment, was ist dieses Weißgold-Konkordat? Der große Krieg. Er liegt erst 30 Jahre zurück und kommt den meisten wie eine uralte Geschichte vor. Mir ist, als sei er gerade erst zu Ende gegangen. Für mich hat er niemals richtig aufgehört. Doch um eure Frage zu beantworten, das Weißgold-Konkordat war der hochtrabende Name, den sie dem Friedensvertrag zwischen dem Kaiserreich und den Talmor gegeben haben. Er hat den Krieg beendet und dem Kaiserreich erspart, an den weiteren Tag kämpfen zu müssen. Außerdem hat er den heiligen Namen Talos in den Schmutz gezogen und den Talmor freie Hand gelassen, im gesamten Kaiserreich gegen die Anbetung von Talos vorzugehen. Da war doch irgendwas in der Oblivion-Krise, auch mit dem Weißgold-Konglomandat. Ja, was sie da gesagt hat. Warum ist es jetzt so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Die Klingen haben das Drachenblut stets geschützt und geführt. Aber den Grund dafür hatten wir vergessen. Nun liegt unsere Aufgabe klar vor uns. Ich bin alles, was von den Klingen noch übrig ist. Und ihr seid das Drachenblut. Zusammen werden wir diese Drachen aufhalten. Und wenn wir jeden einzelnen von ihnen wieder unter die Erde bringen müssen. Okay, ist das alles? Da waren, ich meine, da waren auch gerade wieder andere Fragen. Es waren die Talmor. Dank des Weißgold-Konkordats konnten sie ungestraftet werden. Im gesamten Kaiserreich operieren. Aha. Warum lässt das Kaiserreich den Talmor freie Hand? Der Preis des Friedens. Kaiser Titus Mede rettete sein Kaiserreich zu einem sehr hohen Preis. Einem Preis, den auch die Klingen bezahlten. Den Nord hat der Friedensvertrag auch nicht sonderlich gefallen. 30 Jahre später bekam das Kaiserreich die Quittung dafür. Mit dem Aufstand der Sturmmäntel. Zweifellos genauso, wie es die Talmor beabsichtigt hatten. Da war noch eine andere Frage. Es waren die Talmor. Seit dreistens, dank des Weißgold-Konkordats, konnten sie ungestraft im gesamten Kaiserreich operieren. Weshalb jagen sie euch? Als ich jung war, waren unsere Anführer wie besessen von der Bedrohung durch die Talmor. Sie glaubten, wenn wir ein Drachenblut finden würden, müssten wir sie gegen die Talmor beschützen. Wie sich herausstellte, hatten wir die Talmor hoffnungslos unterschätzt. Sie haben uns im großen Krieg vernichtend geschlagen. Ich gehörte zu den wenigen, die entkommen konnten. Lange Zeit versuchte ich nur am Leben zu bleiben und mich an den Talmor zu rächen, wann immer ich konnte. Aber dann kehrten die Drachen zurück. Und ich erinnerte mich daran, dass die Klingen früher Drachentöter waren. Und dass wir geschworen hatten, das Drachenblut, den größten Drachentöter von allen, zu schützen. Aber es geht trotzdem nicht weiter hier. Es waren die Talmor. Dank des Weißgold-Konkordats konnten sie ungestraft im gesamten Kaiserreich operieren. Der große Krieg, er liegt... Doch um eure Frage zu beantworten, das Weißgold-Konkordat war der hochtrabende Name, den sie dem Friedensver... Er hat den Krieg beendet, außerdem hat er den heiligen Namen Talos in den Schmutz. Ja, okay. Die Klingen haben... Ach, Quatsch. Zusammen werden wir diese Drachen aufhalten. Und wenn wir jeden einzelnen von ihnen wieder unter die Erde bringen müssen. Falsche Richtung. Da läuft sie. Alleine weiterlaufen schlägst du vor. Esoya, 70. Ja, ich denke auch. Und Tama, hast du jetzt deine Tamagotchis im Griff? Nein, deine Pokémons. Entschuldigung. Entschuldigung. Pokémons. Ja, da habe ich jetzt gemerkt, als ich das gerade gelesen habe, dass ich mich überhaupt nicht mit Pokémons auskenne. Was? Gegen Wasser machen die irgendwas? Also, ich denke manche können schwimmen und vielleicht manche nicht. Und die, die schwimmen sollen, machen es eben nicht oder so. So, letzte Tour jetzt. Wenn sie es jetzt nicht schafft, dann gehen wir alleine. Wir haben... Jetzt kennen wir ja die Straße mittlerweile hier. Ja. 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 ja dann lassen wir es oder sollen wir sie noch mal ansprechen braucht ihr etwas ok lauf du noch ein bisschen hin und her oder hat sie jemanden denen sie vielleicht stalkt oder so sie rand immerhin unauffällig guck durchs fenster da ist noch niemand zu hause arbeiterhaus huch wir könnten hier schlafen zwei betten betten truhen sind leer wäre das ein haus für uns dass wir so einfach nehmen könnten mit truhen und allem drum und dran naja okay das feuer geht jetzt gerade nicht wir dürfen hier alles nehmen ok ich glaube sie ist weg sie läuft immer noch aber ein stück weiter meine ich wieder ok ja ok was ja genau wir gehen alleine nach flusswald es war interessant aber zum schluss auch nicht mehr so interessant und und ja Ach ja. Es könnte ja alles mögliche passiert sein. Es könnte gewollt sein oder vielleicht ist es auch ein Fehler. Oder sie kennt da irgendeine Abkürzung. 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 Achso. Achso. Krasser Wasserfall. Tama. Tama, funktioniert das jetzt mit deinen Pokemons? Also machen sie das, was sie sollen. Achso. Interessant. Interessant. Lavendel. Brauchen wir auch für irgendwas. Das ist ja Tränke. Ich würde so gerne anfangen mit allem. Ich weiß gar nicht, warum wir sowas noch nicht machen können. Verzaubern. Tränke. Irgendwas ablegen. Irgendwas ablegen und da liegen lassen. Sachen einsammeln und verkaufen. Jetzt haben wir diesen Rucksack. Ich hoffe, dass das jetzt besser geht. Wahrscheinlich haben wir uns irgendwann schon mal den Rucksack von da geholt. Also jetzt nicht in diesem Livestream. Aber vielleicht früher irgendwann. Und ich habe mir das einfach nicht gemerkt, dass es den da gibt. Oh, was ist denn hier passiert? Nichts dabei. Besser ist das. Oh, 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 und unsere Lydia? Ja, die trägt ja schon die Sachen. Die kann ja nicht so schwer beladen auf dem Pferd. Das bricht ja durch. Achso. Ja, ja. Macht ja nichts. Isochan. War doch von Nvidia. Schreibst du. Experience. Geforce Experience. Gerade dieses Fenster. Leistungsmonitor. Irgendwas. Hoffentlich haben wir das Pferd nicht geklaut. Das war ja vom Bandit. Von der Banditin scheinbar. Und dann ist sie vielleicht vom Pferd gefallen. Vielleicht hat sie auch nur geschlafen. Ja, und dann haben wir aber das Pferd geklaut von der Banditin. Ja, okay, dann wird da wahrscheinlich jetzt nicht viel passieren, hoffe ich. Können wir hier parken? Oh. Sagt man das beim Pferd so? Wie sagt man das denn mit dem Pferd? Halten. Anbinden. Absteigen. Oha. Das haut ab. Naja, okay. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Dies ist eine Oda am Himmelsrand standhafte Beschützer. Das Kaiservolk. Die hat hier alles aufgelassen einfach. Was? Wie geht das? Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kämpfe sind bald schon vergangen. Sturmäntel ade und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmoor schmuggeln können. Boah, jetzt kommt die ganze Aufgabe erst. Das ist ganz schön krass, oder? Und ihr? Kommt ihr nicht mit? Das wäre keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken. Aber euch kennen sie noch gar nicht. Na gut, wie lautet denn euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmoor einschleichen? Die Botschafterin der Talmoor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmoor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der richtige, aber er kann euch helfen. Er heißt Malborn, ein Waldelf. Er hat jede Menge Gründe, die Talmoor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im zwinkernden Skewa treffen sollt. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Ja, der zwinkernde Skewa ist das auch in Einsamkeit, ja. Genau, wie vertrauenswürdig ist der Kontakt denn? Seid ihr da ganz sicher? Macht euch keine Sorgen wegen Malborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmoor mindestens so sehr wie ich. Er ist ein Waldelf. Bei einer dieser Säuberungsaktionen im Wallenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmoor seine gesamte Familie ausgelöscht. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Na gut, wie komme ich auf diese Feier? Darum kümmere ich mich. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmoor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Ja, gut. Und was mache ich eigentlich, wenn ich es in die Botschaft geschafft habe? Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davon schleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elend-Benz-Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Malborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Na prima. Ich denke, ich bin euer Chief Commander. Habt ihr keine Agenten für sowas? Klingen Agenten? Agenten klingen gut? Okay, dann werde ich euch in Einsamkeit sehen, nachdem ich Malborn getroffen habe. Das klingt gut. Seid vorsichtig. Das ist so verzwickt hier. Jetzt haben wir ganz neue Ziele auf einmal. Alles gut hier? Bist du schlecht? Dann kann ich immer noch fragen. Ja, ich würde ganz gerne wissen, wie seid ihr so schnell hierher gekommen? Hattet ihr ein Pferd, eine Abkürzung oder könnt ihr auf Drachen reiten? Delfin. Ja, ja, wir sind schon weg. Krasse Delfine, oder? Danke. Delfin. Ach, wir sind ja schon wieder irgendwas hungrig oder so. Essen. Das war das falsche Essen. Aha, das geht. Flüssignahrung. Nix. Prima. Auf nach Einsamkeit, liebe Welt da draußen. Wir waren noch gar nicht in Einsamkeit in diesem Livestream. Ein Novum. Vielleicht kommen wir endlich durch Rorikstadt. Ich bin noch nie diese Wege gegangen. Meistens habe ich, wie gesagt, immer zugesehen, dass wir irgendwo ein Haus bekommen. Oder irgendetwas irgendwo reinpacken können. Wir haben schon wieder 158 drauf. Bis wir da sind, sind wir wieder voll. Wir müssen diese ganzen Sachen verkaufen, aber da unsere Redekunst nicht so hoch ist, werden wir ja nicht sehr viel hier für Silber und so ein Zeug bekommen. Ach, jetzt das in, wie heißt das, Falkenring das zu machen? Ich wundere mich, dass wir Briesenheim noch nicht haben. Und kein Geld. Im Überlebensmodus ist das vielleicht günstiger. Das Pferd ist weg. Egal, ich wollte sowieso zu Fuß laufen. Uh, das ist eine gute Idee. Danke, Esor. Ja. Ja, 70. Ich... Wir geben erstmal das Horn ab. Ganz genau. Oh, Biene. Müde? Sollen wir schlafen? Wie lange bist denn du schon wach? Sie sieht auch ein bisschen müde aus. Ich habe nichts gesagt. Wir gehen schon. Aber wo kommen wir da nochmal nach Iwerstadt zurück? Ja, verrückt. Ach, Quatsch. I, M, M wollte ich drücken, nicht I. Ach so. Tagebuch. Die Lage scheint sogar noch schlimmer zu sein als Delfin bisher vermutet hat. Die Drachen erwachen nicht einfach nur wieder zum Leben. Sie werden von anderen Drachen wieder erweckt. Delfin glaubt, dass die Talmor dahinter stecken und finstere Absichten verfolgen. Ich muss das Anwesen des Botschafters der Talmor infiltrieren und herausfinden, was sie über die Drachen wissen. Mein Kontaktmann, Malborn, erwartet mich im zwinkernen Skiver in Einsamkeit. Das nicht. Aber das hier, das Horn von Jürgen Windrufer, das ist so viel, was hier steht auf einmal. War das vorhin auch schon so? Nachdem ich bewiesen habe, dass ich in der Lage bin, das Wort der Macht und das Schreien zu erlernen, hat der Graubart Arngeier mich auf eine allerletzte Prüfung geschickt. Ich soll das Horn von Jürgen Windrufer aus dessen Grab in Ustengraf beschaffen. Anstelle des Horns fand ich dort jedoch nur eine Nachricht von Delfin vor, die besagte, ich solle sieben schlafenen Riesen in Flusswald treffen. Da Delfin mir das Horn inzwischen übergeben hat, gern ich nun zu Arngeier zurückkehren und meine Ausbildung abschließen. Da war ich, irgendwas war jetzt noch offen anfragen. Lasst mich mal überlegen. Richtig. Wie habe ich das denn früher immer gemacht? Diesen Knüppel von Molag Bal habe ich mir immer geholt. Ich hatte Serana immer ziemlich schnell. Mit der Dämmerwacht wollte ich überhaupt nichts zu tun haben. Okay, das mit den Wehrwölfen, das mit den Gefährten habe ich auch gemacht immer. Aber das war nur so zufällig, glaube ich. Das war mir jetzt auch nicht so wichtig. Und genau, da war irgendwas mit dem Ding auf einem Schrank oder so in so einer kleinen Hütte. Alles voller Blut und irgendwie war das gruselig ein bisschen. Ach, wie auch immer. Wir gehen mal... Ach, so weit ist das ja jetzt nicht. Ah, wir wissen jetzt, diese Strecke dürfen wir nehmen. Ist das wirklich wahr? Iverstadt, ja, ja. An Windhelm vorbei. Ja, so weit ist das ja nicht. Jeder andere würde die Schnellreise nehmen. Machen wir nicht. Wir nehmen keine Schnellreise. Nie in unseren Let's Plays. Oder doch. Was war denn das? Irgendein Let's Play haben wir... Da haben wir auch die Schnellreise genommen. Andromeda? Mass Effect Andromeda? Nee, ich glaube nicht. Nee. Okay. Ich glaube, irgendwo muss man... In manchen Spielen muss man, glaube ich, die Schnellreise nehmen. Hm. Vielleicht komme ich noch drauf. Aber normalerweise bin ich nicht dafür. Ich gucke mir immer ganz gerne so die Landschaft an. Die Wolken... Und so... Oh nein, ihr habt euch vermehrt. Okay, dann... Oh, Stehlen steht dran. Und hier steht Reiten dran. Nimm du doch das andere. Du bist sowieso Huskal. Du darfst das. Glaube ich. Zumindest. Ich bin fast sicher, aber... Das... Passt schon. Kommst du. Oha. Genau. Isojar 70. Gar nicht drüber nachdenken, Fein. Sagtest du noch? Warum Delphi auf einmal da ist? Wahrscheinlich... Sie hat ja gesagt, dass sie... Nach Flusswald kommt. Und das ist jetzt schon ein bisschen... Her. Mit der Nachricht von dir. Eins nach dem anderen. Nein, die neue Nachricht war... Ach so. Horn abgeben und Farm holen. Dann ist eine Quest weg. Oh. Reiten wir hier noch richtig? Ich... Lese gleichzeitig und reite. Laufen geht ja so einigermaßen, aber Reiten ist gefährlich, glaube ich. Ja, genau. Wobei die Wohnung ja auch... Naja. Na, was gibt's da wieder zu meckern? Ne, ich mein ja nur. Ich kenn die ja nicht. Keine Ahnung, wie ich das mit Flusswald sonst gemacht habe. Dass ich Fluss... Ach, Flusswald... Äh... Hausseblick immer hatte und... Irgendwas muss ich mit dem Geld gemacht haben. Ähm... Ja, ich habe rausgefunden... Tränke. Das weiß ich noch. Ich habe irgendwelche günstigen Tränke... Und die dann immer verkauft. Günstig in der Herstellung. Sowas wie Weizen und noch irgendwas und... Da bin ich super reich geworden dadurch. Ganz schnell. Schade, dass es davon keine Aufnahmen mehr gibt. Und... ... 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 und weiter schreibst du die timer party wartet bis wir vorbeikommen daher ja gut wir müssen ja auch sowieso erstmal die einladung bekommen ich bin schon weg doch nicht ganz der schneller als unser pferd moment ich kann gar nicht nach hinten gucken jetzt las unser pferd und das ist nur geliezt ja aber dann ist doch voll versichert oder aber trotzdem müssen wir das irgendwie erklären so 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 halt so das ist ja fast unsere richtung so 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 aber warum habe ich ein ganz ungutes gefühl gerade dabei wir sind bald da ich kann das lager schon sehen das gefühl wird nicht besser nein es verschlimmert sich ich hole nur eben eure belohnung ich will schon ich will keine Ja. Oh. 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 Ihr habt gewonnen. Ich ergebe uns. Genug. Genug. Oh. 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 oh nein die falsche haben schon wieder man ich schätze jetzt ist alles klar f5 öfter drücken 10 1 2 3 4 5 5 6 9 9 Ich nehme das Weiße. Auf geht's. Na, danke für den Tipp. EsoJar70, du schreibst nie auf Lüdi mit scharfen Waffen oder Feuerwellen zählen. Dabei könnte jemand umkommen. Halt, 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 halt. Was ist denn hier passiert? Lag die beim letzten Mal auch hier schon? Naja, da haben wir das Pferd, ja. Ja, aber das kann man doch anders machen, oder? So, vom Weg runter meine ich. So. Ach, die Banditin hat das bestimmt da unten am Stall geklaut. Und jetzt haben wir's. Oh Mann. Also. Hmm. Diese Cinema-Funktion aus Red Dead Online wäre jetzt vielleicht nicht verkehrt, dass man das Pferd selbst reiten lässt und sich zurücklehnen kann, aber da ist es wirklich nötig. Manchmal reitet man ja eine halbe Stunde oder so bis zum nächsten Ort. Was was war das denn hier? Nein! Ja! 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 Vielen Dank. Ich glaube, wir lassen den diesmal einfach sitzen da. Ja klar, der wollte uns ausrauben. Doch beim nächsten Mal vielleicht gehen wir drauf ein und rauben die ganze Bande aus. Ach, die haben doch nichts. Da bei den Talmor, ich vermute, da können wir einiges mitgehen lassen. Okay. 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 Was ist das? Oh, wie war das hier rauf? Es geht bergab schneller. Wurden die jetzt aufgemischt? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ist das nicht ein bisschen zu früh? Das geht die ganze Zeit so zu hier. Ich habe nur noch nie gesehen. Wie? Also ich war noch nie dabei. Meistens liegen da nur ein paar Sturmmäntel oder kaiserliche. Was ist das da vorne denn für ein Tier? Ist wohl ein Wolf. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach, ich wollte ja eigentlich das Pferd hier lassen. Aber ich glaube, das kann sogar Treppen steigen. Und wir haben gar keinen Hunger. Wir sind nicht müde. Ja. Ja, das scheint zu funktionieren. Pferde mögen das Pferde mögen das Treppen zu steigen. Pferde mögen das Treppen zu steigen. Scheinbar wird uns nicht mal kalt auf dem Pferd. Ja. 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 Nicht schlecht zu einem Pferd. Ja. 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 Ob der Eistroll wieder da ist? Nein, diesmal nicht. Nein, diesmal nicht. Nein, diesmal nicht. Nein, diesmal nicht. Schade. Zurück dürfen wir laufen. Schade. Die andere Quest ist wahrscheinlich noch ausgewählt, oder? Guten Tag. Schade. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu lernen. Da, was so viel bedeutet wie Stoß. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Ja, gut. Meister Wulfgar wird nun sein Wissen über da mit euch teilen. Auf das drachenblut. Ihr habt eure Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen, aber ihr seid bereit.